Ach, schauen wir, was passiert. Die Übertragung ist live. So. Sind wir jetzt live? Also für mich hat sich am Bild nichts geändert. Ich hoffe, dass wir live sind. Siehst du irgendwas? Noch nicht. So, ich sehe aber, wir haben sechs Zuschauer. Okay. Hallo, ihr sechs Zuschauer. Vielleicht kann mal einer einen Kommentar schreiben. Das wäre sehr nett, weil jetzt sind es nur noch fünf. Oh, einer haben wir vergrault. Guck mal, Benjamin. Benjamin, servus. Guten Abend, ja, ihr seid live. Das ist ja Wahnsinn, die Technik hier. Super. Sehr toll. Sehr schön, dann klappt das ja. Ist ja der erste Livestream, also nehmt es uns nicht übel oder mir nicht übel, wenn das ein oder andere vielleicht ein bisschen hakt. Ja, da kommt mal einer. Peter Gutwein. Hallo, ihr zwei. Hallo, Peter. Ja, hallo, Peter. Guten Abend. Schön, dass du dabei bist. So, ihr könnt uns verstehen. Ihr könnt uns hören. Auch gut. Nicht zu laut. Nicht zu leise. Rikki's World ist auch noch da. Oh, jetzt kommen sie. Modus 83. Moin, guten Abend. Oliver Berger, gib einen Daumen nach oben. Sehr gut. Ja, perfekt. Und Franzi 78 ist auch schon da. Ja, vielleicht noch mal ein kurzes Feedback zum Ton. Könnt ihr uns, sind wir zu laut? Sind wir zu leise? Sind wir übersteuert? Sind wir genau richtig? Genau, das wäre noch mal wichtig zu erfahren, dass wir noch ein bisschen nachjustieren können. Servus, Stefan. Ach, guck mal, Stefan, ein Nerd. Der hat bei mir immer was gewonnen auf dem Kanal. Ach, siehst du mal. Ja. Nicht schlecht. Peter, perfekt. Vielen Dank für die Info. Also Ton und Bild scheinen gut zu sein. Ach, super. Ja, sehr guter Ton und Bild. Jawohl. Bild und Ton gut. Guck mal. Stefan, wo hast du denn jetzt eigentlich gesehen, dass wir ein Like bekommen haben? Wo siehst du das denn? Nein, ich habe nur gesehen, Oliver Berger hat einfach einen Daumen nach oben gemacht. Ach so, ach so, ach so. Das Emoji. Ach, das Emoji, das gibt es ja auch noch. Neumodiger Kram. Wir sind doch hier in den 80ern. Ja, ach nein. Alex, Ton und Bild passt. Ja, super. Das klingt doch gut. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Das freut mich. Namen zusammen. Hallo Marcel. Grüß dich. Marcel, servus. Grüß dich. Ja, das ist doch schön. So langsam trudeln sie ein. Perfekt. So, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Ihr seid jetzt, oh, Christian, servus. Hallo. Ah, Christian. Die Channel-Spende, natürlich, Christian, natürlich. Hat super gefallen. Jawohl. Da erinnere ich mich, wie du dir ausgepackt hast auf deinem Kanal. Das habe ich auch gesehen. Richtig. Ah, okay. Sehr schön. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht. Ihr kommt jetzt gut in den Freitagabend. Perfekt zum Wochenende. So, guck mal, da kommt eine Frage für den Stefan. Die blende ich gerade mal ein. Ja, auf jeden Fall werde ich das noch tun. Habe ich auch schon abgefilmt. Nur hat es noch nicht so richtig reingepasst. Ich habe tatsächlich überlegt, den Roboter mit meinem Knight Rider zu kombinieren. Aber ich kriege immer Ärger von meiner Frau, wenn die Videos zu lang sind. Deswegen dachte ich, ah, nee, der muss noch mal extra kommen. Aber er ist auf jeden Fall schon abgefilmt. Und er wartet nur noch auf seinen Einsatz, sozusagen. Franzi, nochmal vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich habe nämlich für dich als Info, Frank. Ja. Es gibt doch diesen schwarzen Robot mit den Goldparts, den der Aslan auf der Retro Amour gefunden hat, falls du das nicht bekommen hast. Von Tomi, ist das von Tomi oder von was war der? Von Dicki. Von Dicki, ja. Ja, genau. Es gibt ihn ja von verschiedenen Firmen. Aber den fand ich so toll. Den hatte ich nämlich auch als Kind. Und dann sind wir da zu dem Stand zurück. Und er hatte noch einen. Und just in dem Moment, wo wir ankommen, hat er den verkauft. An jemand anders. Und da war ich ein bisschen unglücklich. Und dann hat tatsächlich Franzi meine traurige Situation mitbekommen und hat mir dann über Facebook einen angeboten. Und den habe ich dann sehr dankend angenommen. Und da war dann sogar auch noch andere schöne Sachen dabei, die ich auch auf jeden Fall noch zeigen werde. Aber ich schaffe das ja nicht so mit der Taktung wie du. Deswegen dauert alles ein bisschen. Was soll ich sagen? Ich habe wieder Freizeit. Ja, schön. Freue mich für dich. Ja, nee, alles gut. Alles gut. So, da kommen immer noch welche neu rein. Super. Echt klasse. So, vielleicht ganz kurz so zum Ablauf. Wir haben so einen groben Plan uns erstellt, über was wir sprechen wollen. Gehen aber natürlich sehr spontan auch auf eure Kommentare ein. Das heißt, wenn ihr was wissen wollt, haut es in die Kommentare. Fragt uns. Ja, wenn wir nicht alles hier in dem Call beantworten können oder in dem Stream, ja, dann notieren wir uns das auf jeden Fall. Dann gibt es die Antworten auch im Nachhinein. Ja, hallo zusammen. Ach, guck mal. Petendo, servus, Peter, grüß dich. Jana Rucola, hallo. Captain Janeway. Ah, guck mal. Jawohl, Loops, Merchdice, alle da. Alles, was Rang und Namen hat hier. Wahnsinn. Im Chat dabei. Ja, moin Peter. Peter Petendo. Super Foto. Ich habe ein super Poster, wollte ich sagen. Ich habe gleich deinen eBay-Link gecheckt. Und ja, es ist bei mir auch im Warenkorb gelandet. Demnächst also auch bei mir ein schönes Batman-Poster. Da kann man ja auch nicht Nein sagen. Super Motiv. Batman, DC sowieso habe ich auch immer so. Ach, der Toy-Tender ist auch dabei. Moin. Ja, guten Abend, hallo. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wir haben einen groben, groben Abriss, was wir machen wollen. Genau. Ich würde sagen, wir haben jetzt kurz nach acht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Kannst du denn irgendwo sehen, wie viele wir schon sind? Wir sind jetzt 20. Ah, super. Ah, guck mal, Peter schreibt auch. Ja, mega genial. Ja, super Poster. Ganz toll. Hat mich sofort an die alten EHPA-Bände erinnert. Ganz, ganz klasse. Das hat halt schon was. Vincent Vega, servus. Ja, hallo. Guten Abend. So, aber da wir ja hier auf meinem Kanal sind, da das der erste Livestream auf meinem Kanal ist, und ich mir gerade ja einen Support geholt habe, sage ich mal, einen sehr gleichwertigen. Stefan, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen sollten, was ich nicht glaube in diesem Chat, aber vielleicht magst du dich trotzdem mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst, was du sammelst, etc. Ja, vielleicht fangen wir so einfach mal an. Ja, sehr gerne. Also, Frank, erstmal danke für die Einladung und auf diesem Wege auch nochmal welcome back. Schön, dass du wieder dich in den Kreis der YouTube-Schaffenden integriert hast. Ich glaube, wir sind alle froh, dass du wieder da bist. Und ich habe ja tatsächlich auch einen kleinen YouTube-Kanal, Zodax Zeitresor. Ich mache auch ganz ähnliche Sachen wie du. Ich begeister mich für altes Spielzeug, kaufe mir das gerne und zeige es dann auch gerne. Aber ich mache auch teilweise so ein bisschen andere Sachen, wo ich dann so ein bisschen mehr erkläre über einzelne Produkte. Das ist zwar immer recht zeitaufwendig, aber macht mir auch sehr viel Spaß. Zum Beispiel zum Ecto 1 habe ich mal ein ausführliches Video gemacht. Oder auch zu dem Thunderhawk, der ja heute auch bei uns ein Thema sein wird, habe ich auch mal ein sehr ausführliches Video gemacht. Aber sonst gibt es halt auch Neuzugänge bei mir, auch neuere Neuzugänge, also auch Retro-Sachen, nicht nur Vintage. Das heißt also alte Franchises, wo jetzt neue Sachen rauskommen. Bestes Beispiel steht schon hier neben mir, so rum. Der Indiana Jones ist ja eine alte Figur, beziehungsweise ein alter Charakter, aber eben neu hier jetzt rausgekommen. Und das sind dann auch so Sachen, die ich mir dann immer gerne mal kaufe. Also einfach moderne Action-Figuren und dann natürlich auch Zeige zu alten Franchises, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hatte neulich ein Zurück in die Zukunft-Review, wo ich den Marty McFly ausgepackt habe. Von Iron Studios. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Ich warte schon seit Jahrzehnten auf eine schöne Marty McFly-Figur. Und ja, freue mich dann, wenn ich dann auch mal so ein bisschen neuere Sachen oder neues Panini-Album. Also ich gucke auch gerne immer noch mal, nicht nur bei alten Sachen rum. Ach, guck mal, da steht mein Kanal. Guck mal, wollte ich gerade sagen, ich blende da mal was ein. Also wer dich noch nicht kennt, einfach mal draufgehen, ein Abo dalassen. Sehr schön. Also ich gucke deine Videos, muss ich sagen, halt auch regelmäßig. Dankeschön, ich deine auch. Dankeschön. Deswegen bist du auch hier dabei. Richtig. Nein, Quatsch. Und gefällt mir sehr gut, was du machst. Ja, du bist ja so, wie du schon gesagt hast, so ähnlich angelegt wie ich. Also du bist jetzt auch nicht so ein Hippeliger vorm Fernseher oder vor der Kamera, sag ich mal. Ich bin auch eher ruhiger Zeit. Sondern auch ein bisschen ruhig. Du kommst halt aus dem hohen Norden. Ich komme eher aus der Mitte von Deutschland, aus Hessen. Ja, deswegen machen wir es halt leider auch nicht zusammen, sondern halt per Stream. Beziehungsweise wir sitzen beide bei uns in unseren Wohnungen. Genau, ich wäre gerne zu dir aufs Ofer gekommen. Das wäre schön gewesen. Aber ich bin halt hier in Hamburg unterwegs. Aber vielleicht demnächst klappt es ja. Wer weiß. Wollen wir mal schauen. Guck mal, da habe ich gerade sehr lustig hier. Jana Rucola hat geschrieben. Kind der 70er, 80er. Ich will meine Sachen zurück. Genau, das könnte, glaube ich, bei uns beiden in der Kanalbeschreibung stehen. Ich will meine Sachen zurück. Ja, das ist. Alles, was man so damals hatte, begeistert einen. Kann ich auch Geschichten erzählen, ja. Also ich meine, viele kennen ja die Geschichten schon, wenn sie auf meinem Kanal waren. Ja, wie ich meine Masters leider hergegeben habe. Früher die Masters of the Universe Figuren. Ja, alle für ganz kleines Geld halt so viele Vintage-Figuren hergegeben. Und ja, irgendwann dann halt ins Kissen geheult. Ja. Ja. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich habe fast nichts mehr aus meiner Kindheit. Habe alles irgendwann auf dem Flohmarkt verkauft. Also nicht alles gleichzeitig, aber immer mal wieder, um mir dann halt neue Sachen kaufen zu können. Und ja, vieles davon bereue ich. Ich muss sagen, ich bereue sogar teilweise Verkäufe, die ich erst letztes Jahr gemacht habe. Das geht mir auch so. Ich habe ja letztes Jahr auch leider sehr viel, oder was heißt leider, sehr meine Sammlung sehr zusammen gestaucht, sage ich mal. Ja, und ein paar Sachen ärgere ich mich jetzt auch wieder. Aber ja, ist halt so. Ist halt so. Jetzt wird wieder neu gesammelt. Alles gut. So, der Sebastian ist da. Sebastian, Grüße an dich. Scheinedorf, wer es nicht kennt, auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Facebook. Machen auch immer geile Live-Sales. Ja, Sebastian Schulz. Ja, hallo Sebastian. Ja, hallo Sebastian. Grüß dich. Wie, das ist unsere Schuld. Das ist unsere Schuld. Okay. Der Sebastian, der hat nämlich auch diesen schwarzen Roboter für den Aslan nochmal dann gekauft. Kleines Upgrade. Also Aslan hat jetzt, glaube ich, schon vier davon oder so. Plötzlich tauchen sie. Das geht mir auch oft so. Ich suche jahrelang irgendwas und finde das dann meist für teuer Geld. Bin so begeistert, dass ich dann kaufe. Und irgendwie dann so ein paar Wochen oder Monate später läuft mir das dann nochmal über den Weg. Und dann denke ich, ach, ja, man muss manchmal wirklich abwarten. Oh Mann, das ist echt. Guck mal, hast du gesehen, was der Christian schreibt? Der hat auch einen YouTube-Kanal jetzt aufgemacht und musste seinen Trailer aber wieder rausnehmen wegen der Musik von Miami Wise. Das finde ich ja sehr interessant, weil ich ja auch immer irgendwelche bekannten Musikstücke verbrate. Aber ich habe nur ein einziges Mal ein Problem gehabt, tatsächlich bei so einem Oldie, den heute kaum noch einer kennt. Da wurde dann mein Video auf privat geschaltet. Da musste ich das dann löschen. Aber sonst hatte ich noch nie Probleme. Da heißt es immer Urheberrechtsverletzung, aber der Creator erlaubt die Nutzung. Das wundert mich jetzt mit meinen. Ich wollte gerade sagen, dann kriegst du da keine Verwarnung, kein Strike quasi, ja. Nö, genau, nur so ein Hinweis, dass die Rechte anderweitig beansprucht werden. Ich hatte das bei meinem Kanal-Trailer, den ich das erste Video, 40-Sekunden-Video, so ein Intro-Video, was ich damals gemacht habe, da hatte ich die Captain Future-Musik drin. Und das war auch gar kein Problem, also zumindest am Anfang nicht. Und irgendwann, nach einem halben Jahr oder sowas, habe ich da eine Info bekommen, ich möchte das doch bitte rausnehmen. Ach. Ja, oder dass das die Musik wechseln oder was auch immer, wie das war, ja. Aber immerhin hast du eine Info bekommen. Ja. Bei mir war es nämlich genauso, das Video war schon über ein Jahr online. Und plötzlich war es da nicht mehr zu finden. Ich dachte so, hm, ich habe ja nicht so viele Videos, es sind knapp 40. Da fällt mir das schon auf, wenn plötzlich eins nicht mehr angezeigt wird. Okay. Also kein Hinweis bekommen, nix? Nee, gar nicht. Und dann scroll ich so durch und dann habe ich gefunden, okay, das Video wurde, ja, rausgenommen sozusagen aus der öffentlichen Findbarkeit, weil da dieser Oldie am Anfang kurz war. Das war das Video zur Los Amigos 3. Okay. Da hatte ich am Anfang irgendeinen, ja, irgendeinen alten Track am Anfang und der war dann plötzlich nicht mehr genehm. Wie gesagt, auch nach über einem Jahr, ganz seltsam. Krass. Okay. Sehr komisch. Aber so sind sie halt manchmal, ja. Wobei ich, ja, meinst du, das ist schlimmer geworden jetzt die letzten Monate? Sind die rigoroser geworden? Nö, oder? Habe ich eigentlich nicht das Gefühl. Ich auch nicht, nicht wirklich. Komm mal, Jana schreibt das auch bei ihr. Alles weg. Weitergegeben, verkauft oder Eltern haben weggeschmissen. Ich glaube, dass meine tolle Castle Greyskull-Box irgendwie meinen Eltern zum Opfer gefallen ist. Also ich habe die nicht weggeschmissen, aber auf einmal war sie irgendwie nicht mehr da. Ich glaube, mein Vater hat irgendwann gesagt. Ich bin schuld, ich bin schuld, dass ihr wieder mit dem Sammeln anfangt. Das ist, wisst ihr was, das freut mich sogar. Da habe ich kein schlechtes Gewissen. Und die Biene-Maja-Figuren, ja, das waren so Kaugummi-Figuren, diese ganz kleinen gelben, meinst du wahrscheinlich, ja. Das waren ja auch so Kaugummi-Figuren. Das waren ja so Waben waren das. Wo du die dir dann aufmachen konntest. Da war so ein Kaugummi und hat so eine kleine Minifigur drin gewesen. Ach, das kenne ich gar nicht. Aber du bist ja wirklich auch sehr, sehr breit interessiert. Du bist ja noch in mehr Bereichen unterwegs als ich. Aber mir ist das auch neulich passiert. Da habe ich bei dir was gesehen, was mich dann auch zu einem Kauf inspiriert hat. Das habe ich auch heute mitgebracht, muss ich dir zeigen. Okay. Und zwar kommt dir das hier bekannt vor? Ja, natürlich. Aber das ist eine Blu-ray, oder? Das ist, genau, das ist eine Blu-ray. Aber du hast die VHS dazu. Ich habe die Videokassette. Also das muss ja so sein. Und die hat ja so ein richtig selbstgestaltetes Cover. Das ist ja eigentlich hier der grüne Kobold von Spider-Man. Aber bei dem Videokover hat man sich ja so ein bisschen frei inspirieren lassen. Das sieht aus wie so ein Wehrwolf oder so. Genau. Und da war ich, wie ich den Film damals, wann war das denn, 86 oder so? Ich weiß es gar nicht. Wie ich den Film damals gesehen habe, war ich so enttäuscht, wie ich dann den Truck gesehen habe. Und der hat nicht so ausgesehen, wie auf dem Cover halt. Da war ich so enttäuscht gewesen. Und ich fand den viel cooler. Weil ich halt wusste, dass das der Green Goblin von Spider-Man ist. Oder der grüne Kobold. Ja, du bist ja sowieso mehr so in Comics und so weiter. Also Superhelden-Comics und so. Das ist auch so dein Metier, oder? Absolut, ja. Also besonders die Marvel-Helden, Spider-Man vor allen Dingen. Aber auch so generell eigentlich alles. Wie gesagt, bei mir ist das ja Marvel ein bisschen über DC. Bei dir ist das andersrum. Das ist ja meistens so, dass man den einen Verlag etwas lieber mag als den anderen. Und bei mir, ich könnte irgendwie mehr mit den Marvel-Geschichten anfangen. Ja, bei mir war es eigentlich lange Zeit auf einem Nenner. Ich meine, so der 89er Batman, das ist halt mein Batman, weil den habe ich im Kino damals 89 gesehen. Ja, Michael Keaton und so weiter. Aber da war es mir noch nie so, da habe ich noch nie so den Unterschied zwischen Marvel und DC halt so gesehen oder für mich gehabt. Bei Marvel oder dass es Marvel ein bisschen bei mir abgenommen hat, das kam eigentlich erst durch diese ganzen Marvel-Filme, die jetzt die letzten, was das letzte Jahrzehnt halt quasi kam. Ja, weil ich glaube, das hat ja 2008 angefangen mit dem Iron Man. Das war so, glaube ich, so der erste aus der Reihe, sage ich mal. Da war ich hin und weg, den fand ich so genial. Ja, der war auch, der ist auch immer noch gut. Ja, ist er immer noch, mit Sicherheit, wenn ich ihn mal wieder sehen würde, ja. Und dann ging es, wie soll ich sagen, diese ganzen Origins-Filme, diese Origins-Geschichten, selbst den Doctor Strange, der ja noch gar nicht so in Anführungsstrichen alt ist jetzt. Ja, also der erste Doctor Strange, die fand ich alle gut, aber dann diese weiterführenden Geschichten, wo dann immer mehr Superhelden zusammenkamen. Und mittlerweile gibt es ja Filme, wo der Superheld, der irgendwo mal rechts unten in der Ecke war, in irgendeinem Comic mal Aha gesagt hat, der kriegt seinen eigenen Superhelden-Film jetzt bei Marvel. Das ist halt nichts für mich und ich kenne auch so viele nicht. Jetzt kommt ja, glaube ich, dieses Jahr, dieser Blue Beetle, glaube ich, raus. Ja, der ist aber von DC. Der ist DC, um Gottes Willen. Okay, okay, okay. Aber, ja, also ich meine, das nimmt halt alles ein bisschen Überhand, finde ich halt, ja. Ja, also ich glaube, viele Fans hat Marvel jetzt so ein bisschen mit dieser chaotischen Phase 4 vergraut, wo dann auch plötzlich die ganzen Serien dazukamen, wo erwartet wurde, mehr oder weniger, dass man die auch noch alle schaut. Also da bin ich auch tatsächlich ein bisschen ausgestiegen, wobei ich auch noch nie der größte Fan war dieser Marvel-Filme. Weil ich glaube, das ist immer so ein bisschen so, wenn man so ein großer Comic-Fan ist, dann findet man die Filme, oder ich finde die Filme dann okay. Aber es ist halt irgendwie, ja, ich glaube, die Filme haben einen schwereren Stand bei Leuten, die die Comics wirklich lieben. Das kann durchaus sein. Weil ja doch immer dann vieles verdreht ist, vieles vereinfacht ist und, ja, die Figuren dann halt auch so ein bisschen anders sind. Also, ja, ich fühle mich immer so gut unterhalten, aber es ist nie so, dass ich sage... Ist ja so mit ganz normalen Buch- oder Romanverfilmungen, ja. Also ich meine, die Leute sagen auch meistens, das Buch ist halt besser und wenn ich einen Film gucke, dann wird es mir schlecht so ungefähr. Ja, ist ja wahrscheinlich ähnlich. Ja, also der erste Iron Man, der war wirklich stark auf jeden Fall. Leider wurde es danach ja, dann ging es eher so ein bisschen bergab. Also der erste Captain America hat mir zum Beispiel auch nicht besonders gut gefallen. Naja gut, aber ich glaube, jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Wir schweifen ein bisschen ab, aber vielleicht bleiben wir so ein bisschen beim Thema, weil ich blende gerade nochmal einen Kommentar ein. Ach, hier, Flash wird ein großartiger Film. Da bin ich nämlich sowas von mit dabei, beim Tobi, ja. Ja, also allein die Trailer, die ich gesehen habe, ich wurde schon oft von Trailern enttäuscht, also nachdem ich nachher dann den Film gesehen habe. Aber bei Flash habe ich halt so ein gutes Gefühl einfach, dass ich, ich gucke gerade mal, kann ich hier irgendwie, kann ich das irgendwie einblenden oder nicht einblenden? Mal gucken, wie gesagt, das ist mein erster Livestream, Leute, seht es mir nach, wenn hier alles nicht hundertprozentig funktioniert. Hast du denn die Flash-Serie auch gesehen eigentlich? Die Flash-Serie habe ich gesehen, ja. So, seht ihr jetzt gerade was? Nee, oder? Also ich sehe nichts. Okay, das ist schlecht. Ja, Benjamin sagt auch, Masse statt Klasse. Ja, leider. Ja, richtig. Da merkt man, man kann damit Geld verdienen und dann hauen die einen Film nach dem anderen raus. Ja. Das ist ja auch ganz, also das ist ja nicht mal nur subjektiv so, es ist ja objektiv so, dass die Filme schlechter geworden sind, wenn man sie gerade am CGI und an den Special-Effekten misst, weil die ganzen Effektstudies ja kaum noch hinterherkommen. Richtig, genau. Das ist, glaube ich, ein Blut, ein Effektfilm, die gerade produziert wird. Genau, richtig, richtig. Also irgendwie. Ich glaube, jetzt ist mein Hintergrund abgeraucht. So, Leute, jetzt seht ihr meine Glastür, die ich eigentlich verstecken wollte. Der Hintergrund hat leider sich verabschiedet. Du wirst auf jeden Fall in einem der nächsten Meme-Compilations auftauchen im Internet. Ja, geil, oder? Und ich habe mich noch nicht mal erschreckt oder erschrocken. Ja. So, ich wollte jetzt gerade ein Bild einblenden, aber irgendwie habe ich hier gerade ein Problem. Ja, wenn ich das jetzt hier, weil ich wollte da gerade, nämlich gerade speziell zu dem Flash wollte ich jetzt übergehen. Ja. Ja, und gerade mal gucken, ob ich hier finde, wie ich es hier gerade ändere. Oh, guck mal hier, Modus83 fragt gerade, wie findet ihr die Entwicklung von Thor? Gerade in dem letzten Film fand ich ihn gar nicht mehr gut. Ja, ich muss sagen, ich habe den letzten Thor, Love and Thunder, habe ich gar nicht gesehen. Also habe ich so viel Schlechtes von gehört und auch so, was der Trailer... Oh, da passiert das. So, jetzt habe ich zwar, jetzt kriege ich zwar die Vollbildpräsentation nicht hin, aber ich wollte einfach mal, hoffentlich sieht man das einigermaßen, äh, die, das, 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 das Filmplakat zeigen von dem Flash, ja, weil ich finde es halt einfach Wahnsinn. Ich finde auch, ich bin nicht so im Thema, muss ich sagen, ja, also entschuldigt da, wenn da jetzt irgendwelche Superhelden-Nerds unter uns sind, das ist jetzt nicht negativ gemeint, ähm, aber allein Supergirl halt, ja, mit den, mit den dunklen Haaren, mit den dunklen, kurzen Haaren, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab oder ob es die gab, aber ich finde die richtig klasse. Es gefällt mir richtig, richtig gut, ja, weil es halt, normalerweise heißt es ja, ich bin gerne so ein bisschen eingefahren, was halt so alte Sachen angeht. Ähm, das soll so bleiben, wie es halt war oder wie es ursprünglich war, aber da gefällt mir halt dieses Outfit und so weiter halt richtig, richtig gut. Ja, ähm, aber auf den, ähm, auf den Tor zurückzukommen nochmal ganz kurz, äh, ich hatte die ersten beiden, hatte ich gesehen und da hat mir der zweite schon nicht gefallen, das war irgendwie dieses Lost Kingdom oder keine Ahnung, wie er hieß. Mit diesen ganzen Schattenkriegern, ja, den fand ich ja sogar auch noch gut, aber danach, also... Also mit den Schattenkriegern, Gott, ich siehste, das vermischt sich schon alles bei mir, ja. Was hat es ab, also diese, diese komischen Gnome, die da dann irgendwie da, die da die Erde heimgesucht haben, ne? Okay, okay, ja, ja, genau, ich glaube, das war das, ja. Kingdom, glaube ich, hieß er oder so. Ja, aber der dritte, wiederum, der dritte, dieser Ragnarök, den fand ich genial. Den fand ich, weil der halt so abgespaced war, weil das so komplett außer der Reihe war und ich davor auch nichts großartig erwartet hatte und so weiter, hat er mich halt sehr, sehr positiv überrascht. Also, zu dem kann ich leider nichts sagen, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das hat mich auch sehr geärgert, weil er dann ja direkt in den letzten Avengers-Film so reingespielt hat, oder den vorletzten, glaube ich, genau, in den vorletzten Avengers-Film hat er ja reingespielt, den Infinity War. Und das hat mich dann sehr geärgert. Das ist alles schon wieder Schall und Rauch. Ja, der Infinity War fängt ja wohl direkt da an, wo Tor 3 aufgehört hat, wo die irgendwie auf diesem Schiff sind. Ach ja, ganz, ganz genau, ganz genau, richtig. Und das hat mich sehr dann geärgert, dass ich den vorher nicht gesehen hatte. Aber da war ja schon so dieser Umschwung, wo so ein bisschen ins Komödiantische bei dem dritten Tor. Ich kann mich erinnern an den Trailer, wo Tor dann sagt, ach, den kenne ich von der Arbeit, als der Hulk dann da irgendwie ankommt. Und das ist ja schon so ein Spruch, der soll natürlich witzig sein, war natürlich auch ganz witzig. Ja, den Film habe ich leider aber verpasst. Okay, okay. Die 90-Stie-Filme sind mir immer relativ egal. Hast du denn die Justice League-Verfilmung gesehen? Die hat ja auch sehr viel Schelte erhalten, bis dann dieser Zack Snyder-Cut rauskam. Ich habe den Justice League im Kino gesehen gehabt. Die normale Version? Ja, ja, ich glaube, der Zack Snyder-Cut, kam der auch im Kino bei uns? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe den ersten, nenne ich es mal, im Kino gesehen und war sowas von enttäuscht. Ja, der hat mir sowas von nicht gefallen. Ich habe den gar nicht geguckt. Ja, aber der Zack Snyder-Cut, den ich dann gesehen habe, da dachte ich mir, so muss halt ein Film aussehen. Also der hat mir so gut gefallen dann wieder. Ja, unglaublich, das ist ja immer noch mehr oder weniger derselbe Film. Aber was man da ändern kann, wenn man nur so ein bisschen halt da, ja, was dran ändert. Ja, genau. Oder das so macht, wie man es halt ursprünglich gedacht hatte halt, ja. Ja, Wahnsinn. Da war ja auch wirklich, glaube ich, das Problem, dass ja zuerst der Zack Snyder da dran war. Dann wurde der da irgendwie abgezogen und hatte ein anderes Projekt oder so. Ich glaube, da war irgendwas, da war irgendwie die Frau krank oder das Kind krank oder irgendwie sowas, glaube ich, war das. Und dann ist der da weg und dann kam der Josh Whedon, glaube ich, oder? Der eigentlich Marvel-Filme dreht. Ja, der ist ja eigentlich ein guter, aber irgendwie hat er das da gar nicht hinbekommen, ne? Komisch. Ja, ja. Oder er wollte DC boykottieren, wer weiß. Vielleicht, ja. Das war ja auch so ein bisschen die Problematik bei den Star-Wars-Filmen. Die sind ja auch so daran kaputt gegangen. Das wäre ja sicherlich eine viel bessere Trilogie geworden. Welche? Na, die neuen Star-Wars-Filme. Da gibt es neue Star-Wars-Filme? Na, du weißt doch, die mit... Ach so, ja. Ich kenne keine neue Trilogie. Ich kenne keine neue Trilogie. Naja, du weißt, was ich meine. Das hat man ja auch wirklich gemerkt, dass dann den zweiten Teil jemand anders gemacht hat, der irgendwie mit dem ersten nichts anfangen konnte. Hat irgendwie alles relativiert. Das war ja wirklich furchtbar. Das war furchtbar. Also, das war ganz, ganz, ganz furchtbar. So. Also, auf den Justice League, auf den Snyder Cut freue ich mich auch sehr. Den habe ich hier zu Hause. Den will ich auf jeden Fall noch schauen, bevor ich dann den Flash-Film gucke. Weil da taucht ja auch der Flash, glaube ich, das erste Mal in dieser Version auf. Genau. Daraus gibt es nur drei, ja. So sieht es aus. Also, ich würde vielleicht noch Rogue One vielleicht noch dazu zählen, sagen wir mal so. Aber von der Skywalker-Trilogie, wenn man es halt, oder wie auch immer man es nennt, Saga, da ist es halt echt. Auch Episode 1 bis 3 war ich 99, war der erste, glaube ich. Dunkle Bedrohung. Fand ich, ich war so geflasht, wie ich im Kino war und fand das halt im Kino echt gut. Aber je älter der Film wurde, umso schlechter fand ich ihn dann. Oder so mehr habe ich dann mit der Realität gekämpft, dass der Film doch nicht so gut ist, meiner Meinung nach. Und beim dritten, Episode 3, den fand ich ganz okay. Ja, da haben sie versucht, ein bisschen was aufzuholen. Aber trotzdem, da kommt nichts an die Original-Trilogie ran, ja. Das ist halt... Also, was mich an dem dritten sehr gestört hat, und man hat gemerkt, dass eigentlich noch eine zu große Lücke war, zwischen dem zweiten und dem vierten sozusagen. Also, das ging mir im dritten alles... Reden wir vom selben Film, wo Anakin dann auf die dunkle Seite wechselt, ne? Das ist der dritte, ja. Genau. Und ich finde, man hat gemerkt, dass da wollten sie zu viel reinpacken. Also, mir war das nicht... Mir war diese Verwandlung nicht schlüssig genug, sag ich mal. Also, dass der auf einmal so düster unterwegs ist, dass er diese ganzen Kinder da abschlachtet. Also, das war für mich einfach drüber. Das hat nichts... Nichts hat darauf hingedeutet für mich so, ne? Also, natürlich wusste man irgendwo das Schicksal. Aber ich... Da hätte irgendwie mehr kommen müssen. Und auch, dass die Stormtrooper, die ja auch noch sozusagen die Guten war, das war ja die Armee der Republik, dass die auf einmal anfangen, da die ganzen Jedi umzuschießen. Na gut, da hat ja der Imperator die Order ausgegeben, ja. Ja, die Order 66, ja, 66. Aber da muss ich sagen, gerade in Verbindung mit dieser ja sehr gelobten Clone Wars Serie, wo man ja nochmal richtig so diese Zusammenhalt der Soldaten und der Jedi gesehen hat, ne? Die da wirklich Seite an Seite, äh, über Jahre gefühlt irgendwie Krieg geführt haben gegen die Separatisten. Und dann sagen, ah, okay, Order 66, alles klar. Und schießen die ganzen Jedi's um. Also, das... Da war so viel, was mich da gestört hat. Also, ich würde auch sagen, eigentlich gibt's nur drei und dann eben Rogue One als gute Vorgeschichte. Oh, was ist jetzt passiert? Was denn? Oh. Siehst du mich noch? Natürlich sehe ich dich noch. Was los? Okay, eben ist mein Bildschirm schon das angegangen. Ist mir nicht aufgefallen. Okay, das ist ja gut. Ist mir nicht aufgefallen. Also, hast du gut kaschiert, wenn... Alles gut. So, ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Filme geredet. Das ist, äh, ich glaube, wir können erst noch Stunden weiterreden. Ähm, ich krieg irgendwie diese Bildschirmpräsentation nicht so richtig hin. Ach, ähm. Das ist sehr komisch. Beim Testen hat alles funktioniert. Ähm, jetzt... Ach, guck mal, was der Teutel da gerade schreit. Das ist auch spannend. Es gab auch eine Handvoll Klone, die sich geweigert haben. Das hat es nur nicht in den fertigen Film geschafft. Ja, das ist dann natürlich schade. Ähm, ähm, das heißt, das wurde, das wurde, das wurde gedreht, aber nicht verwendet? Oder ist das nur ein Gerücht oder, oder wie auch immer? Weil das ist ja interessant, wie können sie, weil die Klone, wie können die sich denn weigern? Weil die sind doch so ein bisschen, bisschen, sind nicht so ein Gehirn manipuliert gewesen oder so? Das war so ein bisschen unklar. Ja, einige waren ja schon, also die hatten ja schon sehr unterschiedliche Charakterzüge. Einige waren ja sehr draufgängerisch, andere waren eher so ein bisschen feige. Also die schienen ja schon so einen eigenen Geist zu haben. Okay. Obwohl es Klone waren. Naja, werden es nicht mehr erfahren. Vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer zum Hintergrund. Ähm, wir haben uns ja so ein bisschen überlegt, über welche Themen wir vielleicht reden wollten. Und ich hatte Frank ganz viele Fotos geschickt, um dann die Themen so ein bisschen zu illustrieren. Aber das scheint jetzt nicht so richtig zu funktionieren gerade. Ich bin noch auf der Suche. Also red du mal weiter. Ich probiere hier ein bisschen was aus. Also was für mich auf jeden Fall ein großes Thema gerade ist, ist Rahmen-Toys. Also das finde ich halt sehr, sehr spannend gerade. Und ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Also was die gerade so auf die Beine stellen mit Mask oder jetzt auch mit Marsha Bravestar, finde ich schon sehr beachtenswert. Aber ich habe das Gefühl, da wird noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Was vielleicht da auch viele so ein bisschen abschreckt, denke ich mal. Da könnte sein, dass die keine offizielle Lizenz haben. Das ist natürlich wirklich sehr schade. Die haben keine offizielle Lizenz? Nee, die haben sie von Hasbro jetzt in dem Fall. Die haben ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, die haben ja Kenner aufgekauft. Und Hasbro, so wie es heißt, vergibt wohl nicht so einfach Lizenzen. Also du musst schon wirklich vorweisen, dass du eine amtliche Stückzahl von Lizenzprodukten produzieren willst, damit die dann auch genug Gewinde abschöpfen können. Weil Rahmen-Toys ist also so ein Third-Party-Produzent, genau wie Super 7 zum Beispiel. Super 7 hat ja auch von Mattel die Rechte an den Masters eingekauft oder die Lizenz und hatte dann ja auch Figuren gemacht. Und Rahmen-Toys ist aber so eine kleine Firma. Die haben sich erst 2020, glaube ich, gegründet. Und das Erste, was sie rausgebracht haben, waren tatsächlich Thunderhawk-Figuren. Auch mit der offiziellen Lizenz. Die sind auch sehr schick geworden. Und dann wollten sie eben an Mask ran, was ja schon seit Jahrzehnten brach liegt. Also Hasbro hat ja nie irgendwas mit der Mask-Lizenz gemacht, außer dass es mal eine kleine Comic-Reihe gab. Und so einen Matt Tracker gab es, glaube ich, mal in Größe der G.I. Joe-Figuren. Aber sonst ist da ja spielzeugtämisch überhaupt nichts mehr passiert. Und die wollten halt jetzt gerne da einsteigen. Und da war das aber einfach Hasbro nicht rentabel genug, das Ganze. Und jetzt läuft das unter der Marke Machina statt Mask. Ah, deswegen, okay, okay, okay. So, ich mache das einfach mal so. Ich kriege jetzt die Bilder mal eingeblendet. Aber ich habe halt neben noch die Laufleiste. Ich kriege es nicht auf dem Bildschirm groß drauf. Ja, John Stryker sagt es auch gerade. Und hier Modus 83 sagt auch, der Galwings Thunderhawk-Nachbau soll ja im Juni-Juli kommen. Genau, das geht jetzt in die heiße Phase. Also, das ist die Box, haben sie jetzt ganz aktuell präsentiert. Also, die haben es mir als Mask-Liehe, sage ich mal. Ich habe damals nur den Condor gehabt. Als einziges Fahrzeug. Mein Kumpel, der Lutz, der hatte viel mehr. Der hatte den Rhino und den Switchblade, glaube ich. Wie hieß der? Und noch ein paar andere gehabt. Auch den Thunderhawk. Also, ich bin da nicht hundertprozentig drin. Und auch bei Rahmentoys. Ich habe zwar ein paar Bilder gesehen gehabt. Ich habe das aber nie großartig darüber nachgedacht, was die da machen oder wer das ist. Also, das ist jetzt die Box von denen. Und die nennt es nicht Mask, sondern die nennt es Machina. Genau, ja. Weißt du, warum? Weißt du, was Machina... Bedeutet das irgendwas? Die Maschine bedeutet das. Also, es leitet sich aus dem Lateinischen ab. Ah, okay. Ich denke mal, sie haben das Wort gewählt, weil es halt so ein bisschen an Mask erinnert. Und das finde ich sehr spannend. Guck mal, du kannst den hinteren Teil der Box hochklappen. Und dann steht der Wagen in diesem Blister drin. Und du hast im Hintergrund diese schwarz-grüne Berglandschaft in Computergrafik, wie das damals im Intro des Cartoons war. Das finde ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und hier der John Striker hat es auch gerade nochmal geschrieben. Rahmentoys ist genial. Die haben auch so ganz interessante Stands gemacht für die Masterfiguren, wo man die Backcard hinten so reinschieben kann. Und so Stands mit so explodierenden Steinen und die Backcard kannst du dann so dahinter schieben. Habe ich dir auch ein Bild geschickt. Ah, ja. Finde ich halt toll. Also, finde ich halt ganz toll, solche Ideen. Ja, ja. Was die da alles so bauen. Ist es auch, ja. Das ist wahrscheinlich ein Promo-Foto oder sowas wahrscheinlich. Genau, Promo-Artwork, genau. Krass, okay. Da haben sie auch einen sehr renommierten Artwork-Künstler daran geholt, tatsächlich. Okay. Also, die geben sich schon wirklich Mühe. Ja, sehr stark. Gehen wir gerade nochmal durch. Und das hier ist, glaube ich, so ein Vergleichsbild, oder? Das unten ist der Original aus 80ern. Richtig. Das ist auch ganz spannend, weil es hier ist ursprünglich, die werden gleich groß. Die Figuren sind auch praktisch gleich groß. Aber, um die Proportion des Wagens ein bisschen besser zu treffen, ist der jetzt, wie du siehst auf dem Foto, einfach ein Stück größer. Aber es ist eigentlich noch dasselbe Scale, nur der Original Thunderhawk, wenn man sich den Camaro anguckt, ist der Thunderhawk einfach so ein bisschen zusammengedrückt. Und den haben sie jetzt wieder auseinandergezogen, sozusagen. Also, der entspricht jetzt eher den realistischen Proportionen. Dadurch wirkt die Figur jetzt fast ein bisschen klein, muss man sagen. Aber das ist eben das Problem mit so starren Figuren. Die kannst du natürlich nicht so geschmeidig in so ein Auto reinsetzen, wie jetzt ein Mensch, der in der Lage ist, sich einzufinden in dem Sitz, sozusagen. Und deswegen ist die Figur, sieht die jetzt, wenn sie neben dem Fahrzeug steht, ein bisschen klein aus. Du kannst ja vielleicht den Matt Tracker nochmal zeigen. Also, der sieht ja auch super aus. Gucken wir mal. Ach, guck mal, Malo. Das ist auch. Na, Moinsen, ihr beiden. Beste Grüße. Hallo, Malo. Grüß dich. Übrigens auch hallo an alle, die jetzt noch zugeschaltet haben. Wir sind noch ein paar mehr geworden. Ja, also herzlich willkommen bei uns hier im Chat. In dem ersten Livestream, den wir hier auf dem Kanal machen. So, und hier kommt dann gerade nochmal der Matt Tracker. Und zwar ist dann wahrscheinlich... Ja. Oh Gott. Guck mal, also das ist ja auch wirklich ein krasser Unterschied, wenn man sich die alte Figur anguckt, gegen den neuen. Das ist einmal mit Maske, einmal ohne Maske. Und guck mal, wie großartig diese Maske aussieht. Die hat wirklich dieses blaue Visier. Die sieht also eins zu eins wie im Cartoon aus. Und auch die Figur ist halt von den Proportionen viel, ja, menschenähnlicher, sag ich mal. Also, ich finde, die machen da wirklich ganz tolle Sachen. Und wenn man überlegt, wie klein die Figuren sind, da dann so viel Gelenke reinzubringen, dass der sogar seinen Helm halten kann. Also, das finde ich schon echt Wahnsinn. Das sieht schon gut aus. Es ist halt auch eine teure Angelegenheit, muss man sagen. Also, ich habe fast genau vor einem Jahr, habe ich das erste Mal davon gehört, dass das kommt. Und seit einem Jahr kämpfe ich mit mir und überlege, ob ich mir den kaufen soll oder nicht. Was? Gibt es da irgendwie einen Preis oder so? Ja, ich kann es dir sagen. Also, es gab ein Early-Bird-Angebot. Da kostete der 115, glaube ich, 115 Dollar. Was mich da so ein bisschen abgeschreckt hat, die produzieren halt in China. Die Firma sitzt halt auch in China. Und da ist halt das Thema mit dem Versand und mit dem Zoll und so. Und dann habe ich es erst mal nicht bestellt. John, vielen lieben Dank. Und einen Supersticker bekommen. Geil. Jawohl. Und dann stieg der Preis halt auf den regulären Preis. Und das sind eben 170 Dollar. Und das ist natürlich wirklich eine Stange Geld, was man sich genau überlegen muss, ob man das die Geschichte wert ist. Und was dann eben auch das Problem war, du wusstest einfach nicht, weil die es auch nicht kommuniziert haben, wie viel denn noch an Versand dazukommt. Weil ich habe da ganz schlechte Erfahrungen gemacht. In letzter Zeit sind die Versand- und Zollkosten ja so in die Höhe geschnellt. Dass du ja gerne mal dann das Doppelte oder denselben Preis nochmal drauflegen musst. Aber ich habe es jetzt tatsächlich bei einem niederländischen Händler vorbestellt. Als ich jetzt diese neuen Bilder gesehen habe, konnte ich einfach nicht mehr hinein sagen. Ich dachte, ich will das Ding jetzt live sehen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich es ja auch noch wieder abgeben. Aber ich bin jetzt doch schwach geworden und habe gedacht, ich will mir das mal angucken. Es gibt auch einen deutschen Händler, bei dem man es bestellen kann. Okay, wie ist es da mit dem Versand? Also die liegen auch bei 170 plus dann halt 10 Euro versandt oder was? Bei dem ich es jetzt bestellt habe, da war es dann tatsächlich 160 und ein 10er Versand. Es gibt auch noch einen kleinen deutschen Händler, Sentinel Bay Shop, glaube ich, heißt der, der auch das Review gemacht hat. Sentinel Bay Reviews ist auch ein YouTube-Kanal. Also Sentinel Bay Reviews, auf jeden Fall mal auschecken, wenn ihr euch für diese Rahmenteu-Geschichten interessiert. Der macht zwar sehr, sehr viel Transformers, aber der hatte eben auch diesen Prototypen von Rahmenteus und hat schon mal die Funktion gezeigt, gerade vor ein paar Tagen erst in seinem Video. Sehr interessant. Und der hat wiederum einen kleinen Shop mit einem Partner zusammen und da kann man auch den Wagen vorbestellen für 170 Dollar dann eben mit 5 Euro Versand. Äh, Euro natürlich. Euro, Euro, ja. Aber du hast gerade Transformers erwähnt, du hast Mask erwähnt, du hast mir natürlich auch Bilder gegeben und das habe ich auch schon mal online gesehen, aber ich habe da auch wieder gedacht, dass es irgendein Custom oder sowas, ja. Du hast mir auch Bilder geschickt von etwas, was mir natürlich auch sehr gefällt und das blende ich jetzt nochmal ein. Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich der Hammer, ja. Be Brave und der Name heißt dann Marshall anstatt Brave Star, ja, weil es ist auch wahrscheinlich da das Gleiche mit der Lizenz wieder ist. Ja, genau, es ist dasselbe Thema, ja. Aber der sieht ja so gut aus, der gefällt mir so gut, aber die Bilder, meine ich, gibt es ja schon ein bisschen länger, oder? Also die habe ich jetzt nicht erst seit einer Woche oder seit zwei Wochen oder sowas gesehen, sondern die habe ich ja schon letztes Jahr, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht, ob es so lang ist, ob es den schon so lang gibt. Ich habe die jetzt vor ein paar Monaten zuerst gesehen, glaube ich, oder vor zwei Monaten. Aber ich glaube, gerade wenn du so als kleine Firma anfängst, du unterschätzt einfach den Zeitaufwand, den dieses Engineering einfach braucht. Den Thunderhawk oder den Red Gullwing, den hatten sie schon für Ende 2022 angekündigt. Ist auch immer noch nicht da. Also die Firma ist aber sehr kommunikativ, denn man sieht ja die Fortschritte. Das ist ja auch wirklich sehr spannend zu sehen. Also man sieht, da passiert was im Hintergrund, aber es dauert auch alles sehr viel länger. Ich bin auch mal gespannt, wie groß der Marshall dann sein wird, ob der 6-Inch sein wird oder 7-Inch. Auf jeden Fall scheint das auch eine echt tolle Figur zu werden. Aber den kann man, glaube ich, noch nicht vorbestellen. Okay. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den schon irgendwo zum Vorbestellen gesehen habt. Das würde mich nämlich interessieren. Und mich würde natürlich, egal wie groß er ist, auch der Preis interessieren, der da für aufgerufen wird. Ach guck mal, der John Stryker schreibt es gerade noch mal, Collector's Bay, genau. Und der Tim K., das ist der zweite, der gehört zu diesem Shop auch dazu. Also das ist einmal dieser Dan, heißt der, von Sentinel Bay Reviews. Und dann dieser Tim K., der hat auch einen YouTube-Kanal, macht auch viel mit Spielzeugfiguren, aber nur neue Figuren, nichts Retro. Also kein Vintage, erstens mal Retro. Und die zusammen betreiben, glaube ich, diesen Shop. Okay. Und das ist einer der ganz wenigen Shops. Ich glaube, es ist sogar der einzige, wo man das in Deutschland bestellen kann. Wow. Okay. Super. Also wie gesagt, wenn ihr euch für Rahmenteuer interessiert und für den Marshall oder auch für den, es kommt ja jetzt auch noch der Shark raus, den es damals ja nicht als Spielzeug gab, das Fahrzeug von Gloria Baker aus Mask. Und den kann man auch schon im Shop vorbestellen. Und wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall mal da bei Collector's Bay Reviews rein. Ist eine spannende Sache. Und ich finde, es ist auch unterstützenswert, so ein Projekt auch ohne Lizenz. Also ich finde das absolut in Ordnung, dass man dann sagt, wir ändern jede Menge daran. Man erkennt noch, was es sein soll. Aber wir verzichten erst mal auf die Lizenz. Aber die sind weiter im Gespräch mit Hasbro und hoffen, wenn Hasbro dann erst mal die Qualität sieht und sieht, wie gut das wird, dass sie dann doch noch die Lizenz vergeben. Das Problem ist halt, dass die relativ kleine Stückzahlen produzieren. Also so im vierstelligen Bereich. Im vierstelligen Bereich, das ist natürlich ein Witz für so eine Firma wie Hasbro. Richtig. Guck mal hier, der Christian steht an der Haltestelle und guckt unser Video. Ist das nicht geil, oder? Ja. Christian, vielen Dank. Ich hoffe, dir wird es nicht langweilig an der Haltestelle. Und vor allem nicht mit dem Video hier. Echt klasse. Du kannst ja vielleicht noch mal den Shark zeigen, wenn du das Bild noch mal hast. Den Shark, den Shark. Red doch nicht ein Fremdwörter mit mir. Das ist der Porsche. Ja, genau richtig. Porsche kriege ich gerade noch so hin. Warte mal, ich glaube, der ist aber recht farblos. Kann das sein? Es gibt einmal eine farblose. Ja, ich glaube, ich habe dir nur ein farbloses Bild geschickt. Aber immerhin. Ja. Da haben wir beziehungsweise erst mal so. Genau, erst mal so. Genau. Richtig. Und dann haben wir noch mal den Umbau quasi. Genau. Und da sind die halt auch mächtig am TÜV stellen, wie sie das mit diesen Finnen auf der Motorhaube hinbekommen. Weil die haben nämlich gesagt, physikalisch ist das nicht möglich, so große Finnen überhaupt im Wagen zu versenken. Weil die gehen nämlich im Cartoon, wie auch jetzt hier im Prototypen, über die ganze Windschutzscheibe, wie du sehen kannst vielleicht, so links und rechts. Ja, richtig. Und es ist halt ganz, ganz schwer, das so umzusetzen. Und die wollen eigentlich nicht, dass man die Teile dranstecken muss. Sondern es soll eigentlich schon so sein, dass sich alles so verwandeln lässt, so wie man das früher kannte. Ja, das ist genau. Da sieht man auch mal ein Foto. Ja, das ist ein Cartoon, genau. Ja, genau. Und das war ja ein ganz prominentes Fahrzeug. Aber das gab es nie. Das gab es nie. Und man geht davon aus, dass es zwei Gründe hatte. Zum einen, weil Frauen halt in Action-Toylines bei den Jungs nicht so beliebt waren. Und zum anderen, weil man auch davon ausgeht, dass Kenner damals die Porsche-Lizenz nicht kaufen wollte. Und Angst hatte, dass sie aber Ärger kriegen, wenn sie es ohne Porsche-Lizenz machen. Echt? Ja, nicht schlecht. Hier ist auch die Maske ganz interessant. Da sieht man also, so könnte man die Maske überhaupt nie über die Figur stülpen, wegen dieses engen Halsbereichs. Und deswegen wird das ein Austauschteil sein. Also du kannst den Kopf abnehmen und dann den Kopf mit Maske sozusagen dann oder die Maske aufstecken. Das ist dann so. Soll wohl so werden. Krass, sehr schön. Jana, ich glaube, da müssen wir nochmal ein ernstes Wort miteinander sprechen. Ja, ich habe, selbst wenn ich den neuen habe, der alte ist halt Vintage. Ja, und da stehe ich halt einfach drauf. Aber ich habe nicht nur einen Brave Star. Vielleicht schauen wir mal. Ja, nee, sehr schön. Zeig doch vielleicht nochmal diese Origins-Stands. Die Origins-Stands? Ja, diese explodierenden roten Steine. Das fand ich auch eine gute Idee. Also man hat das ja teilweise, dass man seine Figur vielleicht gerne auspacken möchte, um sie so ein bisschen zu posen. Aber auch das Kartenmotiv so schön findet. Und man muss dann sagen, entweder oder. Und hier hat man eben die Möglichkeit, das zu kombinieren. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, muss ich nur leider enttäuschen. Also entweder hast du es mir nicht geschickt oder ich habe es nicht mit aufgenommen. Ah, ja, vielleicht. Weil ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich habe es vor mir im Auge, aber ich habe es hier nicht auf der Liste drauf. Naja, wer sich dafür interessiert, die gibt es zum Vorbestellen bei Big Bad Toy Store. Kostet einer 12 Dollar. Aber wenn man da so eine Sammelbestellung macht, dann kann sich das auch wieder lohnen. Es gibt das auch so als Sechser-Paket. Entweder in roten Stein, in grünen Stein oder in lilanen Stein. Und ich finde das halt genial gemacht, dass man da hinten eben die Karte reinstecken kann. Dann hast du so diese modellierten, explodierenden Steine. Und oben guckt noch ungefähr so viel von der Karte raus, dass man den Namen der Figur und des Masters lesen kann. Ohne, dass man aber diesen weggerissenen Teil eben sieht. Man muss die Karte ja ein Stück weit zerstören, sozusagen, um die Figur da runterzuholen. Da muss ich mir extra so ein paar Displays holen, damit ich meine Vintage-Figuren aufreisen kann und dann da positionieren kann. Ja, meine Mox. Ja, mhm. Komm mal, Enrico schreibt gerade coole Infos. Ja, sehr schön. Das freut mich doch, weil es gab ja hin und wieder doch die, es gab ja die eine Stimme, die gesagt hat, erfahre ich denn hier noch was Neues? Also ich glaube, das eine oder andere kann man hier doch noch erfahren. Ja, das ist richtig. Genau die Stimme gab es. Und es gibt, ja, freut mich, wenn es hier was Neues gab. Weil, wie gesagt, ich bin auch im Mask-Business nicht so zu Hause. Was neue Sachen angeht, hält sich die Waage. Also es ist ein bisschen mehr geworden, was neue Figuren etc. angeht. Ganz speziell halt bei einer Toyline, die auf dem Film basiert. Also bei Indiana Jones zum Beispiel, den du ja auch da im Hintergrund stehen hast. Ja. Diese Adventure-Serie, die habe ich mir auch komplett geholt, beim Christian von Seatoys. Ah. Bei meinem Haus- und Hoflieferant, kann man fast sagen. Hast du die schon ausgepackt? Nee, ich habe sie nicht ausgepackt. Ich habe sie, ich habe sie, guck mal, wenn du den, ich mache dich mal groß, wenn ich das hier hinkriege. Und dann, wenn du die Verpackung mal auf die Seite drehst, dann haben die ja nebendran, so ähnlich wie die, wie die Master-Verse-Figuren, halt ein richtig geiles Artwork, finde ich. Ja, mega. Und die kannst du auch sehr schön, ich habe die komplette Serie mit sechs Figuren, glaube ich, aus der ersten Wave. Und wenn du die so nebeneinander stellst, das sieht so genial aus. Ja, also richtig cool. Und dann kannst du ja die Bundeslade bauen. Da kannst du die Lade bauen, wenn du die, ne, fünf Figuren sehe ich da gerade sind, gell. Da kannst du die Lade bauen, genau. Es kommt ja jetzt schon die zweite Wave. Und ich weiß gar nicht, die dritte vielleicht auch schon. Ich weiß gar nicht, wie die das unterteilen, weil da gibt es ja so viele Figuren, schon wieder zum Vorbestellen, da aus dieser Serie. Und Retro-Collection, ja, also die alten Figuren, habe ich jetzt eine hier, habe ich jetzt nicht gerade hier. Also im Design von den Star-Wars-Figuren, ja, von der Größe, von der Kartengröße, etc. Ja, gibt es ja auch die Retro-Collection von Diana Jones. Genau, die habe ich bei dir im Video gesehen, ja. Richtig, genau. Und ich habe halt auch echt lange überlegt, ob ich diesen Retro-Indiana Jones bestellen soll. Ja. Aber der hat mir dann einfach nicht so gut gefallen, diese schwarze Jacke und dieser seltsame Schoßbereich. Das sah doch alles irgendwie ein bisschen komisch aus. Und deswegen habe ich mir jetzt doch tatsächlich hier für diese neue Variante entschieden. Und ja, ich glaube, ich habe ihn jetzt noch nicht ausgepackt, aber ich glaube, der sagt mir dann einfach ein bisschen mehr zu. Zumal ich auch nicht so der Riesen-Fan von diesen Figuren in der Star-Wars-Größe bin. Die sind mir eigentlich ein bisschen zu klein. Ich mag lieber so, also dieses 6- bis 7-Inch ist für mich die perfekte Action-Figuren-Größe, muss ich sagen. Okay, ja, aber diese 3,75-Inch-Figuren, wie sehr es, glaube ich, sind, die gab es ja damals halt auch wirklich, ja, von Diana Jones. Die gab es ja von zumindest der ersten Wave, die jetzt rausgekommen ist. Ja, und die haben sie halt eins zu eins nachgemacht, sage ich mal, wie die Retro-Collection von Star Wars halt. Und ja, die Figur sieht ein bisschen anders aus. Die Jacke ist ein bisschen dunkler, etc. und sowas halt. Ja, aber ich finde es allein mit der Karte. Und das Witzige ist, dass Hasbro irgendwie bei den, ich kann es ja gerade mal zeigen, was ich hier habe. Ich habe hier die, die habe ich vom Kai von Time for Action Toys bekommen. Die hat mir noch gefehlt. Die Bush, die Leia aus Return of the Jedi, die Retro-Collection-Figur, die ist ja irgendwie überhaupt nicht zu bekommen. Alle anderen habe ich problemlos bekommen gehabt. Die hier irgendwie nicht. Und bei der Retro-Collection ist es ja so, habe ich auch in meinen Videos gesagt, die Karten sind halt, guck mal, die ist halt gebogen. Ja, und die sind halt sowas von dünn. Frank, ich weiß nicht, aber ich sehe dich nicht. Also, wenn du gerade die Karte zeigst, dann müsstest du vielleicht mal... Du siehst mich nicht. Ich sehe nur mich in groß. Oh, was hat man da gemacht? So, genau, herzlichen Glückwunsch. Hallo, da bin ich wieder, Leute. Ich sag ja, der erste Livestream. Ja, und wie gesagt, hier ist die Karte. Die habe ich jetzt eben gerade schon mal in die Kamera gezeigt. Die ist wohl relativ... Keine Ahnung warum. Die ist nicht so einfach zu bekommen. Und die Karten von der Star-Wars-Retro-Collection sind halt hier komplett wabbelig, komplett in dünn. Das ist einfach nur ein bisschen dickeres Papier halt. Hier ist halt dieser, ich sag jetzt mal, hässliche Retro-Collection-Sticker drauf. Und das fehlt halt mit den Indiana-Jones-Figuren. Den haben sie den Sticker weg. Und die Karte ist halt dick bei Indiana-Jones. Also ist von Hasbro, beides von Hasbro. Beides nennt sich Retro-Collection. Aber irgendwie sind da andere Leute am Werk gewesen. Ganz komisch. Ja. Ja, also richtig. Vielleicht ein anderes Kreativ-Them. Guck mal, Sebastian fragt hier gerade was. Ob ich nächste Woche beim Christian bin? Nein, leider nicht. Leider nicht. Weil nächste Woche... Moment, ist das nächste Woche? Dann weiß ich's gar nicht. Also ich hab mit dem Christian noch nicht drüber gesprochen. Ich dachte, ihr habt ja einen Livestream beim Christian mit Sietheus wieder. Diesmal ist es ja andersrum. Diesmal ist es ja Sietheus, weil es ist Steinedorf, glaube ich. Auf Facebook. Und ich dachte, das wäre an einem Freitag, wo ich keine Zeit habe. Also wenn das nächste Woche ist, wenn ich mich da im Datum geirrt habe, dann kann es wirklich sein, dass ich da Zeit habe. Ich muss nochmal im Kalender gucken. Ich muss nochmal im Kalender gucken. Ich meine, irgendwas war da. Ich hab mit dem Christian gesprochen, aber irgendwas war da. Das könntest du die Jungs ja auch beehren. Richtig. Richtig, ja. Wenn noch Platz ist, ja, dann würde ich natürlich auch gerne dazu stoßen. Ja, so. Nächste Woche Samstag, Sebastian. Ich guck mal, ich frag mal meinen schlauen Kalender, weil bei mir ist es ganz, ganz schlimm, wenn ich mir nicht alles irgendwie im Handy in einen Kalender reinschreibe und mich dann eine Woche vorher, drei Tage vorher und am gleichen Tag nochmal erinnern lasse, dann gehe ich unter. Das ist echt krass. Ja, also das ist ganz, ganz fatal. Da merkt man halt, dass man älter wird, dass man sich vieles nicht mehr so einfach behalten kann. Ähm, das ist echt schlimm. Ja. Guck mal, Lupis schreibt es auch gerade, sechs, sieben Inch, top meine Größe. Ja, sehe ich auch so. Ja. In der J. Je größer ist nicht immer besser, aber, ähm. Ja, das ist natürlich schon richtig. Ich hab mir ja auch eine sehr, sehr kleine Figur gekauft, aber ich hätte sie lieber größer gehabt. Die wollte ich dir auch noch zeigen. Soll ich dir jetzt mal zeigen? Dann zeigst du doch mal. Moment, dann mach ich dich groß und ich vergesse jetzt wieder nicht, dich wieder klein zu machen. Moment. So, dann hol mal raus. Ja. Du bist schon groß. Die Leute warten. Ich bin sehr groß, ja. Ja. Und ich gehe zwar, äh, also irritierend mit dem Spiegel verkehrt. Den Kollegen hier. Flash Gordon. Genau. Was? Flash Gordon und zwar? Hero Hacks. Hero Hacks, genau. Mit seinem Outfit aus dem Film. Und das ist ja ganz, ganz selten. Es gibt ja mittlerweile viele Flash Gordon-Figuren, die dieses Comic-Outfit anhaben. Aber in diesem Outfit hier sieht man ihn ja fast gar nicht. Und deswegen war ich sehr froh. Ich glaube, dass ich diese Figur gefunden habe. Ist er scharf einigermaßen? Geht's aber? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Also finde ich halt mega cool, aber es ist eben eine sehr kleine Figur. Also wenn ich da jetzt den, der ist halt minimal, minimal größer hier. Ich habe ja zum Vergleich hier mal den Boba Fett hergenommen. Und da sieht man, äh, so, das ist fast eine Größe. Und eigentlich ist mir das ein bisschen zu klein. Also ich hätte ihn gerne ein bisschen größer gehabt, aber es ist halt einfach trotzdem eine coole Figur. Ist auch toll gemacht. Jesus, zeig mal die Rückseite, bitte. Das ist auch so eine, ja gerne. Das ist auch so eine neue Firma. Boss Fight Studios nennen die sich. Boss Fight Studios. Ach, da ist auch hier Timothy Dalton, ist auch dabei. Da haben sie auch rausgebracht. Den hätte ich gerne auch noch genommen. Der war aber leider schon weg. Ach. Den gibt's aber auch noch aus der Lime. Also die haben dann quasi, also wie man sieht, die zwei Figuren rausgebracht. Genau, die haben unten einen Ming gibt's auch noch, aber nicht aus dem Film, sondern einen Comic-Ming. Okay. Ja, das ist ja schade. Also so aus dem Film wäre natürlich cool, ja? Ja, auf jeden Fall. Und in der Größe ist halt auch noch Phantom rausgekommen. Der war aber leider auch schon weg. Und, ja, sind also super bewegliche Figuren, aber mir eigentlich ein bisschen zu klein, wo wir gerade das Thema hatten mit der Größe. Ach, ja, nein, äh, ich bin da gar nicht so, also wenn mir die Figur gefällt, ja, ähm, ich, ich... Flash. Ah. Wenn die Größe... Vor kurzem auf der großen Leinwand gesehen, ich auch. Am 2. Mai ist der im Kino gelaufen, einen Tag in dieser... Ja, ich hab's verpasst. Ähm, wie heißt's? Kabel 1 irgendwie, die, was weiß ich, Highlights oder irgendwie sowas halt, da ist zuletzt ist, da kommt immer einmal im Monat, glaube ich, jetzt, ähm, immer am ersten Dienstag des Monats oder sowas ein, ein Klassiker ins Kino. Da war zuletzt, ähm, ich hab Rembo gesehen, den ersten Teil, äh, das war, glaube ich, im Dezember, meine ich, meine ich, ja, oder im Januar, ähm, dann kam Terminator 2, den hatte ich damals schon die 3D-Wiederveröffentlichung gesehen, da war ich jetzt nicht drin, aber jetzt am 2. Mai kam halt, äh, Flash, Gordon, den hab ich gesehen. Ja, ich bin der große Freund, ich hab ja auch hier hinten das, äh, geniale Filmposter, also ich finde, es ist selten ein schöneres Filmposter erschienen als das, ich liebe dieses Motiv einfach, ähm, ich meine, der Film ist, äh, schwierig, aber, also das Motiv ist, finde ich, dass das Filmplakatmotiv hier ist über jeden Zweifel erhaben, meiner Meinung nach. Ja, ja, ist halt ein Film seiner Zeit, ja, also ich finde das auch immer schwer, wenn ich mit... Ja, auch für die damalige Zeit, schon ein bisschen trash. Ja, aber wenn ich mich mit, mit, äh, mich mit Leuten unterhalte und dann über Filme irgendwie immer halt zu sprechen komme, sag ich mal, irgendwie kommen wir immer auf das Thema Filme und, ähm, die kennen halt, die sind halt vielleicht jüngere Generation oder so und die kennen die Filme nicht, ja, und ich sag halt, der Film ist genial, weil ich ihn halt von früher kenne, ähm, meistens ist es so, du kannst in der jüngeren Generation, finde ich, die Filme nicht mehr so schmackhaft machen, ja, selbst wenn du den, ich stelle mir immer vor, wenn ich jetzt in dem Alter wäre, was ich, ich wäre jetzt 20 und ich würde jetzt irgendeinen Film gucken, den ich früher geliebt habe, der aber eigentlich totaler Schrott ist, von Effekten, von was weiß ich was und so, ja, ähm, die werden nicht mehr das gleiche Gefühl haben, wie du damals halt hattest, weil du ihn halt gut gefunden hast, ja, und du sagst denen halt, der ist so toll und dann gucken die den, dann sind sie enttäuscht und du verstehst nicht, wieso sie enttäuscht sind, weil der Film ist doch klasse, ähm, das ist halt, ja, ist halt einfach so, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit, absolut, und ich denke, es ist auch so ein bisschen der Punkt, dass heutzutage die Sehgewohnheiten einfach ganz anders sind. Damals wurde alles irgendwie gemächlicher erzählt, alles ließ sich irgendwie so, die Handlung ließ sich viel mehr Zeit, die Kamerafahrten waren viel ruhiger. Ich glaube, vielen, die heute so um die 20 sind oder vielleicht sogar noch jünger, denen kommt das alles langweilig vor. Ich habe mir zum Beispiel, ähm, neulich ein paar Folgen, äh, die Straßen von San Francisco angesehen, äh, ist ja auch so eine klassische, klassische Krimiserie und die ist cool, aber es ist halt so eine ganz, oder auch diese alten Kolumbos oder, oder Kojak oder was auch immer. Ja. Das ist alles viel, das geht alles viel ruhiger vor sich. Und ich glaube, viele, die so mit diesem modernen Film aufwachsen, die können damit auch schon mal deswegen nicht mehr so viel anfangen, weil die denken so, boah, da passiert ja gar nichts. Die fahren auch mal fünf Minuten in ihrem Chefrollé oder sowas durch die Straßen von San Francisco, ohne dass was passiert halt, ja. Ja. Aber hier ist noch eine interessante Frage. Kennt ihr noch das Gruselkabinett? Sagt mir jetzt gar nichts. Ähm, Jana, du meinst die Hörspiele? Oder, oder ist Gruselkabinett, habe ich ja irgendwas verpasst, ist das auch irgendeine Serie oder, oder was? Also ich kenne jetzt die Gruselserie, die, 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 ähm, Neon Grusel etc. und so von Europa. Ähm, Gruselkabinett sagt mir jetzt auch, glaube ich, erst mal nichts. Auch hier der Alexander sagt gerade, Howard the Duck ist schlecht gealtert. Sehe ich, finde ich auch, finde ich auch. Auch, wenn man da halt die Special Effects am Ende sieht, die Special Effects am Ende sieht, wenn der, wenn der, ähm, Gott, wie hieß er? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, der sich halt in das Monster verwandelt. Ja, und diese Blitze da überall zucken, das sieht halt so schlecht aus, ja. Aber das sieht halt, ja, furchtbar aus. Ich weiß, dass ich ihn damals fand, ich den gruselig, diesen Wissenschaftler, als Kind, als er sich dann so verändert hat. Fand ich den gruselig, ich hab den aber nie wieder gesehen, den Film. Ähm, was ich eben noch mal hier, der Lupi sagt gerade noch mal, dass die Figuren, ähm, ich glaube, er bezieht sich hier auf die Flash Gordon-Reihe, dass die echt gut gemacht sind, ja, aber halt ein bisschen klein. Und das, genau, das sehe ich auch so, ja. Hab nur von Robocop, von Hyatoys, kleine, ich glaube in groß. Ja, genau, einige gibt's dann halt nicht in groß. Was willst du machen, wenn du die Figur schön findest? Und dann, weißt du, wofür er so eine Größe ganz gut ist, finde ich, um sie so als Deko noch vor das Filmregal zu stellen, ne? Ganz genau, ganz genau. Macht sich das ganz gut, wenn man sie dann, ich werde die auch auspacken, weil ich finde, diese Grafik ist also maximal misslungen. Also, was das hier sein soll. Der sieht, zeig dir, ich mach dir nochmal groß und zeig nochmal das Gesicht auch von ihm, weil der sieht halt echt aus, als wäre er, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es da, wie ich es nett ausdrücken soll. Es ist so aus, als wenn man ihm das Genick auch irgendwie gebrochen hätte, ich weiß nicht. Aber zum Glück, die Figur, ich reiße ja deswegen so die Augen auf, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Die Figur ist aber cool. Naja, auf jeden Fall, was halt auch sehr sammlerfreundlich ist, möchte ich nochmal kurz zeigen. Nochmal, warum, ich mach dich nochmal groß, ich hab's ja jetzt mit dem großen Kleinmachen, das funktioniert einmal frei hier. Was sehr, sehr sammlerfreundlich ist, guck mal, hier sind so Plastiklaschen, die kannst du einfach, ah, was mach ich denn, Moment, so, hier, guck mal, die kannst du einfach so nach außen biegen und dann kannst du die Karte da rausschieben. Ach, der ist nicht festgeklebt und nix. Sieht man das? Ja. Sieht man das? So, genau, guck mal, dann kommt er da einfach zum Vorschein und dann kann man ihn direkt rausnehmen. Ich hatte ihn auch schon mal draußen und das ist halt, das ist natürlich total sammlerfreundlich. Dann kannst du einfach wieder zuschieben. Das ist in Ordnung, dann machst du den Blister nicht kaputt, dann machst du die Karte, dann reißt du nicht auf, etc. Ja. Ja. Aber was halt mies ist, ist der Preis, ne? Guck mal, was der gekostet hat. Ja, ich halte die Hand davor, sehr schlau. Oh, Moment, ich sehe 39 Euro, 40 Euro. Ja, für diese Minifigur. Aber es ist halt auch das Problem, ne? Die stellen ganz kleine Stückzahlen her. Du kriegst die Figur auch nirgendwo mehr. Also wenn du mal guckst irgendwie, ich hab den jetzt hier noch zufällig im Comic Cave gefunden, neulich hier in Hamburg, aber wenn du mal online guckst, den findest du höchstens noch in den USA und dann natürlich mit Versand. Original haben die 28 Dollar gekostet, was aber halt auch schon mega viel ist, ne, für so eine kleine Figur. Das ist richtig, ja. Ich muss gerade nochmal gucken, Diana schreibt gerade nochmal, drittes Programm, also war es wohl wirklich eine Serie? Mumien, Monstren, Mutationen. Einmal die Woche auf dem dritten Programm. Mumien, das sagt mir irgendwas. Also irgendwas dämmert da bei mir, aber, ja. Frank, du bist schon wieder nicht zu sehen. Verdammt, ich hab doch gerade eben noch gesagt, ich hab's drauf. Seht ihr mal. Ja, so, ich bin da, aber das Bild ist auch nicht gerade besser geworden. Ja, alles gut. Ja, 40 Euro ist ordentlich, ja, aber es ist halt, finde ich, wahrscheinlich eine kleine Auflage. Es ist eine kleine Firma, ja, und wenn man dann jetzt vielleicht mal zu Mattel oder zu Hasbro und so weiter geht, ja, Hasbro Retro Collection, ja, die Figuren kosten halt 16,99 Euro. Wenn du aber dann wieder auf die Vintage Collection gehst, dann bezahlst halt auch 30 bis 40 Euro für so eine Star Wars Figur, die du wahrscheinlich schon 20 Mal halt in verschiedenen Versionen hast oder, oder was weiß ich, da kommt halt die 21. Version raus. Indiana Jones Figuren, die du da hast, die kosten ja auch 26 oder 29,99 meine ich, diese Adventure Serie. Ja, also, das ist alles, alles im Rahmen. Ja, aber das ist, finde ich, mittlerweile alles im Rahmen, ja, also, klar, es ist viel Geld, wenn du, wenn du, wenn du dann auch noch, wie ich, leider Gottes, viele verschiedene Sachen sammelst, weil du viele verschiedene Sachen toll findest und willst da so alles haben, dann musst du halt gucken, wie du das halt irgendwie geregelt bekommst oder doch Abstriche machen, sag ich mal, ja. Ähm, noch dazu auf den Flohmarkt gehst, ja, und da noch ein bisschen, da kannst du halt ein bisschen handeln. Ähm. Das stimmt, ja. Ja, aber, ähm, ja, es ist schon, es ist schon ein teures Hobby, es ist ein Luxushobby, ja, also, ja, es ist wirklich ein Luxushobby und ich bin froh, dass ich, dass ich, dass ich so kann. Ja. Guck dir die Origins an, ne, guck mal, vor allem bis vor kurzem hat man die eigentlich noch so für unter 20 Euro bekommen, 15, 16, 17 Euro und jetzt ist auf einmal irgendwie so 25 Euro, scheint jetzt eher so der Normalpreis zu sein. Das ist ja Ja, fast, also, ja, wobei. Aber es gibt sie ja auch kaum noch, aber du musst sie importieren und so und dann hast du. Ja, und es sind halt immer die gleichen Figuren, wenn du es im Laden siehst, was sich eigentlich bei mir in der Gegend leider sehr schwer erweist, weil hier bei mir in der Gegend gibt es leider gar keinen wirklichen Laden, gar keinen, keine Ahnung, keinen Rossmann oder was, weil Rossmann, das ist auch Wahnsinn, ja, dass das heutzutage fährst du in den Rossmann, weil du eine Origins-Figur suchst. Das ist krass, ja, also so ein richtiger Toy-Laden, sowas wie Toys R Us, Miss-Toys oder so, das gibt es hier nicht, da muss ich 50 Kilometer fahren, ja, und dann nicht zu wissen, was da ist oder dann halt einfach nur mal hinzufahren, um, um, wegen, wegen Origin-Figuren, dann, ich muss ganz ehrlich sagen, Origins, wenn wir da jetzt gerade beim Thema sind, bin ich sowieso so ein bisschen weg, muss ich sagen, ja, seit, äh, ja, schon einer gewissen Zeit, ich hole mir da, ich wollte mir früher, wie die rausgekommen sind, war ich Feuer und Flamme, wollte mir alles holen, das hat sich dann so ein bisschen verwässert, alles, mit den, je nach, die Figuren, die sie rausgebracht haben, vor allem mit der Verfügbarkeit, das hat mich dann so ein bisschen dann genervt irgendwann und, äh, war dann nicht mehr ganz so erpicht und, äh, wie dann halt ein Snouts Bau und ein Leech bei uns gar nicht rausgekommen sind, äh, da war es dann so mehr oder weniger ganz fertig, die Rulers of the Sun bringen mir gar nichts, ja, ich hole mir hier und da noch eine Origins-Figur, die ich halt, die ich persönlich einfach toll finde, ja, ich habe mir zum Beispiel den Minicomic Roboto geholt, weil, ja, das ist auch schön, ja, früher habe ich gesagt, ich hole mir nur die Figuren, die es auch früher gab, die ich auch früher hatte, ähm, aber diese Minicomic-Versionen finde ich halt auch cool, weil die halt wirklich früher, wie der Name es schon sagt, in den Minicomics halt so ausgesehen haben und der Roboto mit dem Orange, äh, ich mag zwar die Achtziger, aber die Siebziger mit ihrem Orange, die mag ich auch und, äh, das Orange hat mich halt echt gecatcht und die Figur musste ich halt haben. Ja, und, äh, ein bisschen schade, dieses billig aufgedruckte Herz, ne, ich finde, es macht ein bisschen kaputt, ich hatte am Anfang gedacht, dass es in der Brust wäre und nicht einfach nur oben draufgeklebt wie so ein Glücksbär hier, aber naja, gut. Hattest du denn gesehen, dass die ja jetzt auch nochmal ein Minicomic Many Faces rausbringen wollen? Ja. Es gibt schon Produktbilder, hast du es gesehen? Ja, hab ich gesehen. Aber den gibt's irgendwie noch nicht zum Vorbestellen, glaube ich, ne? Nee. Den finde ich auch ganz spannend. Ja, der sieht halt für mich weniger, weniger interessant aus, muss ich sagen. Auch, weil der halt, der sieht halt doch schon, ja, klar, logisch ist es ein Many Faces, ja, aber der sieht halt doch schon von der Farbgebung, wie soll ich das sagen, einfach aus, ja, also ich meine, der hat halt dann jetzt jetzt normale Hände, sag ich mal, und sowas. Ähm, den finde ich ein bisschen langweilig, um es mal so auszudrücken. Aber wahrscheinlich ist es halt oft so, wenn man die halt dann im, ja, im Laden nicht, aber wenn ich vielleicht dann mal zu Seetoys fahre, zum Christian, ja, weil er ist ja nicht so weit von mir weg, und dann sehe ich die im Regal und dann werde ich wahrscheinlich doch wieder schwach, wenn ich es wirklich mal live sehe. Wahrscheinlich. Oder auch enttäuscht. Es ist ja immer so, man weiß es ja nie. Es war bisher immer eigentlich umgekehrt. Bei mir ist es ja teilweise leider auch andersrum. Also jetzt hatte ich es gerade zuletzt, ähm, mit dem Too Bad. Das wird jetzt eine Reihe sein, die du nicht sammelst, glaube ich, die New Eternia-Line, Masterverse, die großen Figuren. Ich hatte es mal gepostet, dass, äh, ich habe keine von denen, aber die werden ja irgendwie gefühlt vom, 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 von Figur zu Figur finde ich die irgendwie besser. Ähm, und jetzt habe ich den Faker gesehen. Und ich glaube, bei dem werde ich wirklich schwach, weil ich finde, der sieht genial aus. Und endlich mal so ein richtiger Faker. Ja. Ähm, und da waren ja jetzt auch tatsächlich schon die ersten Real-Fotos, also von der echten Figur zu sehen. Und glücklicherweise haben mir die immer noch gefallen. Aber bei dem Too Bad, ne, den fand ich am Anfang richtig stark. Aber die fertige Figur, die hat mich dann nicht mehr überzeugt. Was ich sehr schade fand, der Brustpanzer und das Schild, komplett oranges Plastik, keine Farbdetails mehr, keine Highlights oder so, wie es noch bei dem Produktfoto war. Der Ohrring war auf einmal nicht mehr ausgestanzt, sondern einfach so eine blaue Scheibe, die ein bisschen Silber angemalt war. Und ich finde, die Konturen lassen auch so ein bisschen immer noch an, an Schärfe vermissen. Also wenn man, ich habe dann den, den, äh, Classics Too Bad nochmal mir hervorgenommen. Der sieht ja fast aus wie eine Vintage-Figur daneben, weil der ja so riesig ist, der neue Too Bad. Aber der ist halt so viel wertiger verarbeitet. Der sieht, oder was heißt verarbeitet, der fühlt sich einfach wertiger an. Und die Gesichtskonturen, das hat alles viel mehr, ähm, Schärfe, sag ich mal. Also das ist einfach klare Konturen. Das ist ja auch das, was viele bei den Origins-Figuren so ein bisschen bemäkeln, dass da doch alles relativ flach ist. Nicht so, auch bei den Rüstungen und so, dass die Konturen, als hätte man die Gussform schon unheimlich oft benutzt, was ja eigentlich nicht sein kann. Richtig. Aber so wirkt es teilweise ein bisschen, ja. Ja, ja. Benjamin fragt gerade, ob ich Eschwege kenne, weil da gibt es auch keine Toy-Geschäfte, äh, Nordhessen. Äh, Eschwege kenne ich, aber ich komme so aus Mittelhessen mehr oder weniger. Also schon so, ja, 30 Minuten von Frankfurt etwa entfernt. Äh, oder 40 Minuten von Frankfurt entfernt, ja. Aber irgendwie so genau mitten im Nirgendwo. Also ich muss nach Frankfurt oder nach Wiesbaden fahren, wenn da irgendwo was ist. Wenn ich irgendwo in so einen Smith oder sowas will. Und, ja, da habe ich nicht immer Lust zu. Mhm. Aber das Thema Origins hat sich ja auch langsam, ähm, erledigt erst mal, jetzt wie es aussieht. Hast du jetzt gesehen, die nächsten Waves, da kommt ja nichts mehr Neues jetzt so richtig, ne? Die nächsten Waves, die sind ja schon so ein bisschen, die werden ein bisschen verwurstet jetzt halt, ja. Also zumindest kommen keine Vintage-Figur, also keine Vintage-Neuauflagen-Figur mehr, ja, sondern irgendwie, ja. Aber vielleicht hier nochmal ganz, bevor wir da drauf, bevor wir da drauf gehen, vielleicht nochmal die Frage von der Jana. Ähm, kannst du da spontan was sagen? Ich nicht. Ähm, oh, das fällt sehr, sehr, fällt mir sehr, sehr schwer. Also das persönliche Goldstück, ähm, ich würde fast sagen, das ist ohne, ich müsste jetzt wirklich gucken, aber das ist wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit, äh, was ich noch aus meiner Kindheit besitze. Also wahrscheinlich ein 50-Cent-Artikel oder sowas, ähm, wenn das jetzt vom, vom, vom emotionalen Wert her geht und nicht vom finanziellen, was das Ding wert ist, dann ist es irgendwas, was ich noch aus meiner Kindheit habe, sei es eine kleine Alffigur zum Beispiel, ja, oder die Star-Wars-Figuren, die ich, die ich von meinen Brüdern vererbt mehr oder weniger bekommen habe, die Vintage-Figuren, ja, ähm, das ist was, womit ich früher gespielt habe, ähm, das ist was, finde ich, was du mit Geld einfach nicht aufwiegen kannst und wo ich dann auch wieder, ähm, wieder traurig werde, wenn ich drüber nachdenke, dass ich meine Masters of the Universe-Figuren alle abgegeben oder früher weggegeben habe und noch viel mehr Spielzeug, ja, aber wenn man auf der anderen Seite, wenn man sich halt alles aufheben wollen würde, was man mal hatte oder so, ja, dann lebst du in einem Messie-Haushalt und bist auch nicht mehr glücklich wahrscheinlich. Ja, wie ist es bei dir? Ja, ich würde da mal komplett andersrum rangehen, wenn du sagst, so vom Emotionalen, dann gehe ich mal so auf die Seltenheit und den Wert vielleicht in Anführungsstrichen und da ist das jetzt tatsächlich, glaube ich, aktuell, es schwankt halt auch immer so ein bisschen, aber im Moment, äh, sehr groß in meinem Herzen ist gerade der, äh, Kit, den ich jetzt, äh, neu bekommen habe damals von Kenner Toys, na, so, das sind halt so Sachen, da kommst du eigentlich nicht ran, schon gar nicht im unbespielten Zustand. Hast du auf deinem Kanal ein Video, gell, also nur mal für die Leute, die vielleicht eingeschaltet haben, die jetzt noch nicht so, äh, lange dabei sind, auf deinem Kanal, zu einer Zeitressort? Genau, vielleicht noch mal kurz, kurze Erklärung, also es gab tatsächlich von Knight Rider damals einen richtig großen Kit von Kenner Toys mit einer entsprechenden Michael-Knight-Figur dazu, äh, Fahrzeug ist weit größer als 1 zu 18 und, also es ist so ein, so ein Apparat und, äh, ja, ich habe den mal auf Bildern gesehen, äh, hätte nie gedacht, dass ich den mal in meiner Sammlung habe und jetzt habe ich ihn und das sind halt so Sachen, die mich halt mega freuen, weil das einfach so eine, so eine Seltenheit ist. Das ist halt nichts, was du einfach mal jetzt bei Ebay eingibst und dann kannst du dir kaufen, wenn du das nötige, nicht mal wenn du das nötige Geld hast, kriegst du das, weil es ist einfach sehr, sehr schwer zu finden und, ähm, das ist im Moment gerade so ein kleines, großes Goldstück für mich, weil ich habe eigentlich wenige Sachen, wo jetzt noch so ein emotionaler Wert dranhängt, weil ich habe halt fast nichts mehr aus meiner Kindheit und ich habe noch so ein paar Comic-Hefte, so ein paar Bücher und so, aber ich muss sagen, ich bin da auch nicht so ein emotionaler Typ, also wenn ich das irgendwie im besseren Zustand finde, dann tausche ich das auch aus, da ist das für mich dann nicht so entscheidend, dass, oh, das ist auch ein Comic aus der Kindheit. Ich wollte gerade sagen, auch wenn es was ist, was du früher gelesen hast, also genau dieses Heft hast du gelesen, hast du umgeblättert, da sind deine, da sind deine Müsli oder Kellogg's Cornflakes-Flecken drauf oder sowas halt, ja, wenn du das besser finden, wenn du das besser finden würdest, würdest du deins weggeben. Ja, das tausche ich alles gerade aus. Echt krass, bist du krass drauf. Ja. Das könnte ich nicht, das könnte ich nicht, bis du hart, okay. Also gut, eine Ausnahme, ich habe noch, ich habe so eine alte Federtasche von Masters of the Universe, die mir mein Vater damals aus England mitgebracht hat, die hat ein paar Flecken, aber die würde ich nicht austauschen. Das ist wirklich so eine emotionale Geschichte, das würde ich nicht weggeben, weil ich das ja da auch so eine Erinnerung an meinen Vater, aber sonst, wenn das jetzt einfach irgendwelche Comic-Hefte sind, die ich damals gelesen habe, wie gesagt, ich habe überall so Hasenstempeln reingemacht eine Zeit lang, die tausche ich dann aus, damit da, da hängt mein Herz da nicht so dran. Okay. Wenn ich das sehe, löst es eine Erinnerung aus und das macht, erfreut mich, aber ich muss nicht das sehen, was ich wirklich früher hatte. Also es kann auch sein, wenn es das ist, nur eben in neuem und besserem Zustand. Das löst trotzdem das Gefühl noch aus. Okay. Deswegen ist das okay. Ja, das ist, genau, auch hier Diana schreibt. Hallo, World of Nerd ist auch da, hallo. Dankeschön, ja, der ist mega auf jeden Fall, ja. Interessant, wie unterschiedlich das sein kann, genau, richtig, ja. Aber das ist ja gerade das Schöne, ja, jeder tickt anders, ja, es wäre schlimm, wenn jeder gleich denken, gleich fühlen und gleich sammeln würde, ja. Ja, also von daher ist, finde ich, finde ich super, da ergänzen wir uns gut, da kommen wir uns nicht in die Quere, das passt ganz gut, ja. Ach, guck mal, hier Alex, er schreibt auch gerade, ich würde meine Motofiguren aus der Kindheit nie austauschen, wenn die meisten, auch wenn die meisten nicht mehr vollständig sind. Ja. Ja, ist bei mir tatsächlich, aber die Frage stellt sich bei mir nicht so, weil ich habe halt, wie gesagt, kaum noch was. Ich habe das alles immer dann abgegeben, um Startkapital zu haben für die nächste Twilight. Okay, ja. Und als es dann keine Twilight mehr waren, dann waren es halt Videospiele dann. Da war ich auch Videospiele, doch, ich hatte, ich hatte, ja, Atari hatten wir früher, ja, ich hatte nie ein Nintendo-Gerät gehabt. Ach, bei mir ging es mit Nintendo los? Nee. Klassischen NES. Bei mir ging es tatsächlich mit dem Atari los und vom Atari ging es dann an die Computer, dann gab es ein C64, dann gab es ein Amiga 500 und dann gab es die Playstation, die Playstation 1. So einer bist du also. Ja, ja. Ich war immer so ein Nintendo-Kind. Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt auch, ich habe diese Mini-Auflagen habe ich hier, ja, also den NES und den SNES-Mini habe ich. Wo die Spiele so aufguckern jetzt sind, ne? Genau, richtig, ja. Ist halt nichts Tolles, aber ich fand es halt ein nettes Gimmick, ja, und da ist Super Mario drauf und mehr brauche ich sowieso nicht zu spielen. Also von daher, ja. Ja, das war ganz interessant. Gut, weiß nicht, ob das interessant ist, aber... Hau raus! Mein Super Nintendo von damals, den habe ich tatsächlich noch, weil danach kam nichts mehr, wofür ich Geld bräuchte sozusagen, dass ich den jetzt hätte noch verkaufen müssen. Ne, dann hat man irgendwann gearbeitet, da hatte sein eigenes Geld so, da war nicht der Verkauf auf dem Flohmarkt die einzige Möglichkeit, neben dem Taschengeld noch Geld zu akquirieren, sondern da brauchte ich das dann nicht mehr, sodass dann tatsächlich der Super Nintendo bis heute in meiner Sammlung steht und ich spiele auch hin und wieder nochmal mit dem. Ich habe mir Batman Returns, habe ich mir vor einiger Zeit gekauft, das hatte ich auch als Kind, sehr gerne mitgespielt. Die Spiele hatte ich eben nicht mehr alle, die habe ich gegen, habe ich beim Peter Petendo schon mal in einem Video erzählt. Ich habe halt viele Horror-Videokassetten damals eingetauscht, beziehungsweise Spiele getauscht gegen Horrorfilme und deswegen hatte ich einige Spiele nicht mehr, aber der Super Nintendo, der ist tatsächlich immer an meiner Seite geblieben. Ich habe sogar noch die Originalverpackung bei meinen Eltern. Sehr schön, ich habe sie auch noch vom Amiga 500, der ist eine Originalverpackung. verpackt, steht er bei mir hier. Weil du sagst, wenn du sagst Horrorfilme, hast du dir ungeschnittene geholt, so quasi bist du nach Holland gefahren? Nee. Das haben wir nämlich gemacht. Oh, cool, okay. Weil da gab es halt die Filme nur halt auf Englisch mit holländischen Untertiteln, ja, aber das waren halt die Uncut-Fassungen. Aber hast du nichts verstanden oder konntest du damals schon so gut Englisch? Nö, aber ich kannte den Film, Entschuldigung, ich kannte den Film ja auf Deutsch und nur die paar fehlenden Szenen und Horrorfilme verstehen, da ist meistens nie viel Text gewesen, ja, den du verstehen musstest. Von daher, ja. Ich habe ganz wilde Sachen gemacht früher. Ich habe mir einen sehr guten Videorekorder gekauft damals, 1000 Mark gekostet, Hightech-Luxusgerät, der auch NTSC die amerikanischen Formate abspielen konnte. Und dann habe ich mir die, kann man sich heute auch, kann man nur drüber Kopf schütteln, da habe ich mir die geschnittenen deutschen Versionen gekauft, habe mir die ungeschnittenen Versionen aus so einer Uncut-Videothek, die wir in Hamburg hatten, ausgeliehen und habe dann auf dem drittes Band den deutschen Film, also mit der deutschen Tonschule überspielt und die geschnittenen Szenen dann aus dem NTSC-Band einkopiert. Dann hatte ich sozusagen eine selbst erstellte Uncut-Version mit deutschem Ton, weil bei diesen geschnittenen Szenen, da gab es ja meist keinen Ton, weil das war ja nur Geschreie und Kopf ab und Schusswunden und so. Du hast ja viel Arbeit gemacht, krass. Ja, da war wirklich, ich war riesen, also als ich so 17, 18 war, da war ich wirklich totaler Film-Junkie und das ist dann aber auch richtig krass, also ich liebe immer noch Filme, aber es ist sehr, genau wie die Videospiele ist das doch sehr eingeschlafen. Dafür sind die Figuren wieder aufgewacht, die Liebe zu den Figuren wieder aufgewacht. Ja, das hat, das wechselt, wechselt da mal so, ja, also das war bei mir auch so. Ja, ich glaube, man hat nicht zu viel Liebe, um alles gleich lieben zu können. Nee, richtig, genau. Das ist immer sowas, das schiebt sich so nach vorne dann in den Interessen. Wir hatten gerade ja noch eine Frage, irgendwas mit Preisverfall oder so, hat der Malo gefragt. Lass mich gerade mal gucken, hier kommen ja einige Kommentare rein. Sorry, wenn wir hier den einen oder anderen überlesen oder nicht darauf reagieren. Ähm, hier habe ich was. Ich hoffe, wenn wir ein bisschen saftig seien, ja. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir gerade den. Wollen wir nochmal zurück zu den Origins und Masterverse-Figuren. Preisverfall, ja, äh, gibt es bei gewissen Figuren, klar, dass du die halt für 6 bis 9 Euro oder auf Amazon und sowas kriegst, so die typischen, aber es geht auch, glaube ich, nach oben, ja. Ja, also so ein Ninjur Origins oder so, den kriegst du ja unter 70 Euro nicht mehr original verpackt, was total krank ist. Ähm, also das ist der Angebot und Nachfrage halt, ja. Trapture, genau. Ich denke, ich denke auch, das ist das Thema. Einen Preisverfall hast du doch eigentlich gar nicht so sehr bei den Figuren. Höchstens bei diesen, bei diesen He-Man 21 Figuren, also dieser ganz neuen Zeichentrick-Serie. Da sind die ja teilweise sehr günstig rausgehauen. Echt, da bin ich komplett raus, ja. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber die Preise bei denen habe ich nicht im Kopf, weil die gehen nicht an mich. Ähm, ich, ich sehe diesen krassen Preisverfall bei den Origins eigentlich nur bei den Fahrzeugen und bei der Burg, weil ich glaube, das sind halt diese großen Sets, die nehmen viel Platz im Spielzeugladen weg oder in der Spielzeugabteilung und verkaufen sich anscheinend aber nicht so besonders gut. Ähm, und die wollen die dann einfach raushaben. Das ist dann, klar, die werden dann so lange reduziert, bis man die abverkaufen kann. Klar, klar. Und da kommt dann, glaube ich, dieser krasse Preisverfall. Oder eben diese Ladenhüter, ne? Weil ich glaube, die Einkäufer von diesen Spielzeugabteilungen, was wissen die denn von Masters of the Universe? Nix wahrscheinlich. Die können das gar nicht einschätzen, was jetzt irgendwie liebt ist. Gar nichts. Die waren ja in den 80ern, wie die Figuren raus sind und nicht auf der Welt gewesen. Ja, richtig. Aber die kennen die überhaupt nicht. Und dann kaufen die halt irgendwas und denken so, Hauptsache He-Man und Skeletor Regalen haben, ja, und dann stauben die da ein und dann werden die natürlich auch mal herabgesetzt. Aber ich sag mal, günstiger als 10 Euro habe ich jetzt für eine Origins-Figur eigentlich noch nicht. Ja, 7 Euro, glaube ich, schon mal. Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich, weil wir keinen hier haben, habe ich mir bei Smith noch einmal einen Battle Cat bestellt für 7,99. Ja, das ist schon krass, ne? Habe mir eine Castle Greyskull noch mal bestellt für 29 Euro. Ja, und ein Stridor oder Stridor, wie jemand jemanden ausspricht, auch für 9,99, ja. Weil da bin ich echt immer überlegen, ob ich die einfach noch mal auspacke und die noch mal so irgendwo drapiere. Das ist ja witzig, dass du die jetzt wieder gekauft hast. Die habe ich tatsächlich noch gehabt. Also, ich habe ja meine Origins. Hast du hier noch, glaube ich, deinen Stridor verkauft, oder, für einen 10er? Nein, du hast von mir das Adam Jet Sled Pack bekommen, also wie es heißt. Ach, das weiß ich, okay, okay. Ja, ja. Ja, ich habe einige Origins abgestoßen, wie gesagt, wo ich gesagt habe, die gehen nicht an mich, die brauche ich nicht mehr oder will ich nicht haben oder das wird mir zu viel. Ja, konzentriere mich lieber auf die Figuren, die mir wirklich gefallen oder mit denen ich wirklich was anfangen kann, anstatt halt einfach alles Origins kaufen, kaufen, kaufen. Aber, wie gesagt, Battlecat und ein Stridor und auch die Castle Greyskull hatte ich noch und ich habe mir jetzt jeweils noch mal einen für den Preis noch mal eingeholt. Ja, nicht, um sie halt irgendwie einzulagern und hoffentlich in 30 Jahren, wenn ich halb tot bin, für das Doppelte zu verkaufen, weil bei der Inflation machst du sowieso nur Minus. Also, das habe ich nicht vor, aber einfach bei dem Preis, da konnte ich einfach nicht mehr, ja. Ja, da packe ich auch gerne einen für auch, obwohl ich eigentlich nicht so der Auspacker bin. Ja, und stelle die mir schön irgendwie, wie du eben gesagt hast, so ähnlich wie bei den DVDs oder Blu-rays, da kann man was davor stellen oder so. Ja. Ja, kann man das so ein bisschen hinstellen. So, jetzt gucke ich gerade noch mal die Kommentare weiter durch. Jetzt kommt noch mal das mit dem Saftigen. Ja, ähm, müssen sie saftig sein oder Hauptsache müssen sie saftig sein? Äh, ja. Ich würde sagen, Spannung steht bei mir vor, Saftigkeit. Aber es gibt ja auch so diese, es gibt ja auch diese Fun-Splatter-Filme, sag ich mal, so wie Braindead, der hier auch schon erwähnt wurde. Ähm, oder auch stückweit, würde ich sagen, so das Ende von Tanz der Teufel, weil dann auch eher so fast schon albern von den Effekten her. Ähm, finde, kann ich auch gut gucken, finde ich auch okay, aber wenn Horror, also dann setze ich auf jeden Fall die Spannung höher, weil wenn es nicht spannend ist, ist es für mich auch nicht so ein richtiger Horror, ne? Das ist irgendwie so eine Horror-Komödie und dann ist es auch für mich eigentlich kein Horror mehr, ne? Horror definiere ich schon so, dass ich mich irgendwie gruseln kann. Sehe ich auch so, ähm, so richtig Horror kann ich auch gar nicht mehr so richtig klassifizieren irgendwie, ja? Also ich muss sagen, ich hatte mich sehr, sehr auf den Evil Dead Rise gefreut, äh, auf den neuen Tanz der Teufel, ähm, auch Trailer und sowas fand ich halt richtig cool, hab den Film dann im Kino gesehen. Ach, du hast ihn jetzt gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ähm, ich war nicht enttäuscht, sagen wir mal so, aber, ähm, das, äh, ich hab vielleicht zu viel erwartet, sagen wir mal so, ja? Ich hab immer so viel, ich hoffe, dass es beim Flash anders ist, weil da erwarte ich auch viel, ähm, aber, äh, bei dem Evil Dead Rise, ich, ich, ich fand ihn okay, ja? Aber er hat mich bei weitem nicht vom Hocker gehauen, ja? Das war alles so, ich hab quasi genau gewusst, was passiert, äh, es, es war halt keine Spannung, für mich da, ja, das war einfach ein Ablauf, der Film ist runtergerattert, ähm, er war okay, wie gesagt, aber, äh, ich hab mir eigentlich mehr darunter vorgestellt, aber wie ich dann drüber nachgedacht hab, dachte ich mir auch, ja, was hast du dir eigentlich vorgestellt, ja, was sollen sie denn da anders da machen, ja, was, 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 das ist halt ein Tanz der Teufel Film, was willst du denn da anders machen, ja, und von daher, ja, ja, ist okay, ähm, aber ja, ich, eigentlich stehe ich auch so auch mehr auf, auf, auf Spannung, ja, auf das Unheimliche, auf das Gruseln, ich würde gerne mal endlich mal wieder bei einem Film richtig gegruselt werden, äh, ich gucke sowieso Horrorfilme und sowas, eigentlich, wenn ich sie zu Hause gucke, wirklich nur, wenn es dunkel ist, äh, ich hab kein Licht an und so weiter, ja, ähm, das, da macht das nicht Spaß. Am besten noch mit Kopfhörern. Am besten noch mit Kopfhörern, richtig, genau, ähm, aber, äh, das, das, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich einen Horrorfilm oder so gesehen hab, der mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen hat oder der so war, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Hattest du diesen, äh, Hereditary gesehen? Der wurde ja sehr gelobt. Ne, den hab ich nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Den hab ich nicht gesehen. Ähm, neue Filme, oder der ist ja noch relativ neu, ähm, 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 äh, bin ich nicht so dabei, wie, halt, es gibt ein paar, paar, paar Mainfilme, die ich halt sehen will, ähm, aber, äh, äh, da glaub ich, da gibt's noch sehr, sehr viel, was, was, was noch offen ist, ja, wo ich halt einfach auch zeitmäßig halt, da müsste ich jeden Tag irgendwie zwei Filme gucken oder sowas, damit ich da mal beikomme, aber, ja, und ich muss halt auch immer in Stimmung sein, also, es bringt mir nix, wenn jetzt einer sagt, boah, der Film ist geil, den musst du gucken, wenn ich da keinen Bock drauf hab, dann kann der noch so gut sein, da guck ich und dann gefällt er mir einfach nicht. Ja, klar. Ja, also, ja, also so viel dazu, ähm. Okay, hier wurde Bad Taste mehrfach erwähnt, kennst du den von Peter Jackson? Bad Taste, natürlich kenn ich Bad Taste, ja. Ich weiß auch nicht, ob man sich das heute, ich fand den damals schon sehr schräg, ich weiß nicht, ob ich mir den heute noch angucken könnte, ähm, einer hat auch geschrieben, dass, äh, dass Braindead schlecht gealtert ist, gut, der war ja auch schon immer speziell, war auch eine Komödie, aber ich fand den großartig, also, aber ich hab ihn jetzt auch bestimmt drüben zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ich hab den auch, ja, wenn's reicht. Aber den hab ich schon als sehr, sehr lustig und sehr cool, äh, in Erinnerung. Ja. Würde ich, ich glaube nicht, dass, ich glaube, das ist immer die Frage, was man jetzt davon, äh, äh, erwartet und wo man jetzt das schlechte Alter dran festmacht. Also, an den Effekten, die Effekte sahen schon damals ein bisschen seltsam aus, also, gerade am Ende, wo dann halt dieses Riesenmonster da, das sieht natürlich so ein bisschen nach Geisterbahn aus, aber das, finde ich, macht ja den Kern des Films nicht aus. Also, das ist ja genau wie bei dem Original Tanz der Teufel, da muss ich sagen, den finde ich immer noch gruseliger als das Remake, auch wenn die letzten zehn Minuten aussehen, als wenn sie aus der Muppet-Show wären mit diesen Knetfiguren, ne, weil das ja so lächerlich aussieht, wie dieses Buch dann da, diese ganzen, das ist ja Quatsch natürlich aus heutiger Sicht, aber den Film an sich, die ganze Atmosphäre, die erste, äh, Stunde, sag ich mal, finde ich tatsächlich den alten irgendwie gruseliger als die Neuauflage. Mir hat die Neuauflage nicht so gut gefallen, die war mir auch zu sehr einfach auf Schockeffekte. Du meinst jetzt nicht den ganz neuen, sondern du meinst jetzt den Evil Dead, äh, äh, der 2015, was weiß ich was, keine Ahnung, ja, genau, der auch eine Hütte gespielt hat, ja. Und wo sie sich da irgendwie mit diesem, äh, Dönerschnetzelmesser da irgendwie, wie die Hand oder den Finger abschneide, so, das hat mich auch alles seltsam kalt gelassen, muss ich sagen, weil irgendwie, erstens schienen die Figuren gar kein richtiges Schmerzempfinden zu haben, so, also, ne, das... Boah, das weiß ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr sagen. Das kam mir damals so rüber, weil, wenn man so, es gibt ja so Filme, da fühlt man den Schmerz mit, ne, da ist man richtig so, ah, also jedenfalls, wenn man ein empathischer Typ ist wie ich. Also, ich fühle da nix, okay, gut, alles klar. Okay, also, es kommt mal so ein bisschen drauf an, was, also, gerade wenn Menschen, so irgendwie irgendwas gebrochen wird oder so ins Knie getreten wird, dass das Bein so bricht, das kann ich gar nicht gut ab. Also, da zuckt es mich, vielleicht, weil mir auch selber sowas mal passiert ist in der Art, da zuckt es mich wirklich zusammen, das kann ich schlecht angucken, aber wenn da jemand so relativ gefühlt kalt sich die Hand mit einer Kettensäge abschneidet, das löst bei mir gar nichts aus und dann muss man es ja auch eigentlich nicht gucken. Also, dann kann man höchstens sagen, ja, ist der Effekt jetzt gut gemacht oder nicht, aber es gibt mir dann nichts, es gruselt mich nicht, ich finde es auch nicht witzig, ich finde es auch nicht spannend und dann kann man es auch sein lassen. Ja, wurde jetzt zweimal Ash vs. Evil Dead oder mehrmals sogar genannt. Ja, also die Serie mit Bruce Campbell, die Tanz der Teufel-Serie, drei Staffeln finde ich richtig, richtig gut und ich finde es halt genial, dass da irgendwann dann Lee Majors auftaucht als Vater vom Ash, finde ich richtig cool und die Serie ist sowas von kein Grusel, das ist halt wie Tanz der Teufel 2 so ungefähr oder fast Armee der Finsternis der Dritte, also wirklich, wirklich, die macht dann einfach Spaß, die ist lustig. Ja, die ist, ja, also ich finde sie sehr gut, also wenn sie nicht gesehen hast, auf jeden Fall solltest du dir mal angucken. Wo läuft die? Das ist ja immer so das Thema. Die ist schon ein bisschen älter. Hat man den Anbieter? Ich glaube, die ist von Starts, glaube ich, ja, oder Starts heißt dieser amerikanische Sender, glaube ich. Ja, aber die ist, meine ich, auf Netflix gelaufen. Ob sie da noch läuft jetzt, die ist ja schon ein paar Jahre alt, jetzt auch schon wieder leider Gottes. Lass mal gucken, also ich habe tatsächlich Netflix und Sky und in Sky ist ja auch dieses Wow-Programm mit drin, aber ich habe jetzt weder den Amazon Prime-Dienst, noch habe ich hier Paramount Plus oder Disney Plus, das glaube ich auch nicht, es ist ja auch alles ein bisschen zu viel, irgendwie muss ich sagen. Ja, ja. Ich gucke mal, hier schreibt gerade Geekstuff, schreibt, The Sadness war nicht nur hart, sondern einfach ein guter, moderner Zombie-Film. Habe ich auch sehr unterschiedliches drüber gehört. Einige fanden den sehr, sehr gruselig, andere meinen so, ja, hat mir nicht gefallen. Ich habe den ja von Peter Petendo und da ist mir wirklich, was muss ich dir kurz erzählen, was Witziges passiert neulich. Ich habe den immer noch nicht geguckt. Ich habe damals ein YouTube-Video gemacht, wo ich erzählt habe, dass ich von Peter Petendo ein paar Sachen bekommen habe und da war auch dieser Film dabei. Und dann habe ich mir einen kleinen Gag erlaubt und habe auf der Rückseite, das ist so ein Bild von so einer zombifizierten Frau und das habe ich so ganz kurz eingeblendet mit so einem Sound-Effekt darunter. Okay. Und da habe ich mir mein eigenes Video vor kurzem, bin ich da irgendwie so, habe ich da reingeguckt und dann kommt diese Szenen. Ich habe mich so erschrocken. Ich hatte das nicht mehr. Von deinem eigenen Video. Ich habe mir von meinem eigenen Video erschrocken, genau. Oh Mann. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich den Film gar nicht gucken, wenn ich mich schon vor dem Foto erschrecke. Der Titel sagt mir jetzt nicht wirklich, was ist das zufällig, so ein Cover, wo das recht dunkel ist, wo vorne so ein Mann, so ein Captain-Picard-Verschnitt drauf ist, ist so seitlich, ist das das? Nee. Okay, dann sagt es mir gar nicht. Also es gibt zwei Varianten. Einmal gibt es ein Cover, das ist komplett schwarz, nur mit roten Buchstaben und das ist, glaube ich, die Limited Edition und das normale Cover, da ist so ein älterer Herr drauf mit so, ja, mit Zombie-Gesicht halt so, also hat so wirre Augen, so ein bisschen ausgeblichene Pupillen und hat, glaube ich, einen Beil in der Hand oder so. Und der ist, glaube ich, von 2020 oder so und ist halt ein asiatischer Film. Und da ist das Thema halt so ein bisschen abgewandelt, indem das jetzt nicht normale Zombies sind, sondern die werden, die infizieren sich mit so einem Virus, wobei die sämtliche Hemmungen verlieren und so in Gewaltfantasien aufgehen. Aber was wohl das Gefiese daran ist, die sind noch bei Verstand. Also ich weiß nicht, die können, glaube ich, auch noch sprechen und die können halt alles machen, nur dass sie so totale Sadisten plötzlich geworden sind. Okay. Die sind auch, glaube ich, nicht tot. Also ich glaube, die sind auch nicht untot oder so, sondern die sind halt einfach nur, als wenn die so eine Tollwut hätten sozusagen und dann einfach darauf aus sind, Menschen umzubringen und zu quälen. Also ganz, klingt ganz weird, aber ich wollte es mir mal angucken. Also ich war früher halt auch echt, ich habe jeden Horrorfilm gesehen, aber ich habe auch das Gefühl, man stumpft irgendwann so ein bisschen ab. und dann habe ich meinen Horrorkonsum sehr, sehr stark zurückgeschraubt und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin vielleicht wieder so ein kleines Weichei geworden und weiß gar nicht, ob ich mir diese Filme heute noch so angucken kann. Ach, bestimmt. Da kommst du wieder rein. Ich wollte mich mit diesem Sadness selber challengen, ob ich mir das heute noch angucken kann oder ob ich denke so, oh Gott, mir wird ganz schlecht. Mal gucken. Da kommst du bestimmt wieder rein. So, wir sehen die ganze Zeit. World of Nerd schreibt auch, das Original von Tanz der Teufel hat viel mehr als das Remake. Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind die ganze Zeit die Kommentare am Abarbeiten. Wir haben eigentlich noch ganz viel oder noch einiges an Sachen aufgeschrieben, aber wir sind ja flexibel. Ja, es ist ja auch schön, wenn es sich so ein bisschen organisch ergibt. Ja, natürlich, natürlich. So, noch mal ganz kurz zu diesem Seltenis. Gibt es da eine Schnittfassung? Beziehungsweise muss man aufpassen, wenn man den kauft, ob man die Uncut-Fassung erwischt oder... Ja, also es steht halt Uncut drauf, wenn sie Uncut ist. Das ist schon mal gut. Ich glaube, die normale Ab-18-Version ist, bin ich der Meinung, geschnitten. Ich weiß nicht, ob Nintendo noch da ist und vielleicht kann er da was zu sagen, aber er hat den Film auch nicht geguckt. Also er hat sie mir eingeschweißt, weiterverkauft. Aber auch zu hart für ihn wahrscheinlich. Vielleicht weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn ich es recht erinnere, ist da hinten dieses strafrechtlich ungeprüft... Also dieses schwarze Schriftzug, ja. Ja, genau. Da bin ich schon mit der Kamera da. Schwarzer Schriftzug. Ja, ich glaube, der hat in seiner Uncut-Version keine Ab-18-Freigabe bekommen. Okay, okay. Ja, ich bin auch bei asiatischen Filmen, bin ich auch ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich bin so ein... Das höre ich immer wieder, ja. So ein... Eher so Mainstream... Nee, auch nicht Mainstream, will ich auch nicht sagen, aber ich bin doch schon so ein Hollywood-Gucker, sagen wir mal so. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe damals in den 90ern, habe ich sehr, sehr gerne asiatische Action-Filme gesehen, so dieser John-Wu-Style, falls ihr das was sagt. Bullet in the Head, oder wie er heißt. Ja, Bullet in the Head und so, fand ich großartig. Ich habe ein bisschen immer das Problem, das ist in den heutigen Filmen immer noch so, war auch hier bei dieser sehr gefeierten asiatischen Serie mit diesem Spiel Squid Games, war das auch so. Ich finde, der Asiat an sich neigt zum Overacting. Und das ist, glaube ich, für die westlichen Sehgewohnheiten ist das manchmal ein bisschen anstrengend. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Louis de Finet. Nein, oh, was? Weißt du, dieses, das ist manchmal mir ein bisschen, das macht es etwas unfreiwillig komisch in meinen Augen. Unfreiwillig, oh, was mir gerade einfällt, ist jetzt kein Horrorfilm, aber was mir, ich will jetzt auch keinen hier persönlich angreifen oder so, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber apropos asiatische Filme, kennst du Mad Mission aus den 80ern? Die mit Jackie Chan? Nee, das ist ja kein Jackie Chan. Das ist noch nicht Jackie Chan. Der sieht halt so ähnlich aus. Deswegen will ich ja keinen jetzt angreifen oder so, aber die sind halt... Habe ich nicht gesehen. Mit dem Cody Check heißt der, glaube ich, der Glatzkopf. Okay. Die ja auch, glaube ich, gar nicht so witzig sind, so ähnlich wie Terence Hill und Bud Spencer, die aber die deutsche Synchro halt sowas von witzig machen. Die finde ich einfach genial, ja. Also die ersten zwei, drei Filme davon, die sind so genial, die habe ich früher rauf und runter geguckt. Echt? Und immer wieder lachen, ja. Also jedes Mal aufs Neue, weil die einfach so blöd sind, dass es so gut halt, so gut blöd. Ist mir gerade so eingefallen. Ja. Wenn wir gerade noch bei Phil Loo sind und ich war gerade bei... Ja? Wo geht's weiter? Es war der beste Horrorfilm, der alte. Und da muss ich sagen, da habe ich wieder gemerkt, ich fand den damals mega gruselig, aber da war ich auch irgendwie noch relativ jung. Der ist von 1990, ja. Der ist von 1990. Guck mal, da war ich 10, 11. Und wenn ich den heute sehe, also ich finde den nicht besonders gruselig, muss ich sagen. Also ich finde heute den neuen, aber auch nur den ersten Teil, finde ich gruseliger als den alten. Der hat natürlich so einen Nostalgiescharm, der alte, und ich mag auch den alten S auf jeden Fall. Also den Clown an sich. Aber ich finde den heute nicht mehr sehr gruselig eigentlich. Also der neue finde ich deutlich gruseliger. Ich nenne es mal das Original. Aus den 90ern habe ich, Gott bin ich alt, ja, keine Ahnung, 20 Jahre, 25 Jahre nicht mehr gesehen. Und den neuen, also das sind ja zwei Teile, hatte ich auch, mich lange gesträubt zu gucken. Dann habe ich den ersten Teil geguckt und wurde halt auch für mich bestätigt, wieso ich ihn so lange nicht geguckt habe. Weil ich fand es einfach nicht gut. Ich fand es halt einfach echt nicht gut, aber das ist halt Geschmackssache. Und habe mir den zweiten trotzdem angeguckt, weil ich muss so Sachen halt, so ein bisschen bei Sheldon, bei Big Bang, ich muss so Sachen abschließen, wenn ich was angefangen habe. Und dann musste ich den zweiten halt gucken. Und es hat mir halt nicht gefallen. Ja, also ich fand es zu lang gezogen. Und dieses Ende, dieses langgezogene Ende in der Höhle da, so permanent, das war so, hat mir gar nichts gegeben. Hat mir gar nichts gegeben. Aber wie gesagt, wir haben eben über, ich habe eben Hollywood-Filme gesagt und du hast da eine nette Figur im Hintergrund stehen. Es kommt ja auch ein neuer Indiana-Jones-Film. Und da ist so ähnlich wie bei Flash, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil ich bin ja, ich habe ja jetzt auch letztens ein Indiana-Jones-Video, wo ich die Retro-Collection-Figuren vorgestellt habe, rausgebracht auf meinem Kanal. Und ich bin so aktuell sowas vom Indiana-Jones-Fieber. Ich habe jetzt die letzten drei Sonntage jeweils einen Teil geguckt. Also Jäger des Neuen Schatzes, Tempel des Todes und Letzte Kreuzzug. Dieser Sonntag ist theoretisch noch der Kristallschädel dran. Mal gucken, ob er mir mittlerweile besser gefällt. Aber ich bin so gehypt, ja, ich bin so gehypt bei Indiana-Jones. Ich freue mich so dermaßen auf diesen Film. Und das ist echt, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ja. So eine Vorfreude da. Und ich habe, ich habe, also auf meinem Kanal werden auch demnächst noch ein paar Indiana-Jones-Videos kommen, weil ich so viel Zeug vorbestellt habe an Figuren und an anderem Zeug, was halt Indiana-Jones angeht. Und habe ja schon ein bisschen was liegen und habe auch auf dem Flohmarkt was gefunden, ganz komischerweise. Und habe auch bei eBay-Kleinanzeigen was gefunden zu Indiana-Jones. Also da kommt einiges. Ich glaube, ich muss mir demnächst halt hier irgendwie eine eigene Lederpeitsche anbauen. Ne, aber die gab es ja tatsächlich, also keine Lederpeitsche, aber eine Spielzeugpeitsche gab es ja tatsächlich beim Kristallschädel 2008 von Hasbro als Spielzeug zu kaufen. Und ich hoffe, dass da auch wieder so irgendwas kommt, weil das werde ich mir auch alles holen. Ich finde es halt einfach genial, ja. Und es ist leider so, bei so Filmen, das war 2008 dasselbe, ich meine, der Film ist ja grottig gewesen oder hat nur eine sehr kleine Fangemeinde, nennen wir es mal so positiv ausdrückt. Welcher jetzt? Der Kristallschädel von 2008. Achso, ja. Und da gab es ja auch Spielzeug zu, etc. Und es ist immer so, wenn so ein Film von so einem Franchise rauskommt, da gibt es zu dem Zeitpunkt immer ganz viel Merchandise und Spielzeug. Und wenn der Film dann aus dem Kino verschwindet und die On-Demand, also sprich halt Video- oder DVD-Blu-Ray-Vermarktung dann auch rum ist, dann ist das Zeug ganz schnell wieder verschwunden. Und dann gibt es auch nichts mehr. Dann findest du nirgendwo mehr was. Das Zeug wird rausgeschmissen und dann war es das mit dem Franchise. Und hier ist es halt so, ja, ich glaube nicht, dass noch ein neuer Film kommt, also noch ein sechster Teil kommt. Wenn ein sechster Teil kommt, dann ist er nicht mehr mit Harrison Ford, weil dann ist er wahrscheinlich 100. Ja, und dann ist es auch keine Jana Jones mehr und dann ist es auch nichts mehr für mich. Dann können sie den Film auch irgendwie der Abenteurer nennen oder irgendwie sowas. Und ja, keinen Jana Jones Junior mehr machen oder sowas. Und dann wird es davon Jana Jones nichts mehr geben. Und dann werden diese Figuren und sowas, die jetzt alle draußen sind, halt auch im Preis steigen. Gehe ich mal einfach von aus. Und ich will mich nicht nachher wieder ärgern, dass ich mir sie nicht geholt habe und dann mir sie teuer auf den Zweigmark kaufen muss. Deswegen sammle ich und hamster ich jetzt alles ein, was es von Jana Jones gibt, weil ich finde, es ist so ein geiles Franchise und mit den Filmen bin ich halt einfach aufgewachsen. Und die haben mir so viel Spaß und so viel Freude bereitet und die können dich immer wieder gucken. Auch 89 ist der letzte Kreuzzug gekommen. Das war der erste, den ich im Kino gesehen habe. Für die anderen zwei war ich noch zu jung damals. Und Tobi. Ich habe die, glaube ich, alle drei noch im Kino gesehen. Ja, schönen Abend noch dir, schönes Wochenende. Gute Nacht. Gute Nacht, genau. Ja, nee, die ersten zwei, wie gesagt, da war ich noch. Und der Tempel des Todes war sowieso ab 16 damals. Ich weiß nicht, ob er jetzt ab 12 mittlerweile ist. Ja, sie haben sie runtergestoßen. Ja, die können doch mittlerweile ab 6 sein, glaube ich, weil was du heute bei anderen Sachen siehst, das ist weitaus schlimmer. Aber okay, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ja, Fazit, da freue ich mich drauf. Ich bin auch gespannt. Wie sieht es bei dir aus? Guck mal, siehst du in meinem Hintergrund, man könnte denken, Indie steht hinter mir, oder? Mein Schatten. Könnte doch der Hut von Indie sein, ne? Das könnte der Hut von John Connery sein, von Indiana Jones Senior. Ja. Das könnte sein. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ich werde ihn mir anschauen. Ich bin gespannt, wie die Geschichte ist und vor allen Dingen auch, wie die De-Aging-Effekte so sind, ob die das gut hinbekommen. Das finde ich immer spannend, sowas. Wenn das in Filmen gut gemacht ist, dann ist das wirklich, finde ich das cool. Ja, ich auch. Habe ich noch nichts von gehört, also habe ich noch nicht mitbekommen, dass ich so schlecht geredet habe. Ich auch nicht. Was ist jetzt, was ist jetzt die neueste Neuigkeit, die ich jetzt über den Film gehört habe und alle, die da, die das nicht hören wollen, müssen jetzt gerade mal auf Stumm stellen oder mich irgendwie ausschalten. kommen, dass die erste Weiß nicht, soll ich? Weiß nicht. Auf jeden Fall, du hast eben dieses De-Aging angesprochen, also dass er ja verjüngt wird. Das ist ja kein Geheimnis, glaube ich. Und das wird wohl ein ganzes Stück in dem Film sein. Hm, okay. Da muss es eigentlich, da muss es gut werden, hoffentlich. Ja, weil wenn sie den halt nicht nur hier und da mal zeigen, sondern wirklich über ein längeres Stück halt wirklich in verjüngter Version zeigen, wenn sie das sich da nicht Mühe geben, dann kann das ganz schnell, ganz schlecht aussehen, ja. Auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Harrison Ford auch nicht mehr wirklich in der Lage ist, da jetzt so krasse Sachen zu machen. Muss man da mal schauen. Der ist ja, der ist ja, der ist ja 80, ja. Oder 81, ich weiß nicht, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und ich finde das immer ganz komisch, genauso Patrick Stewart, ja, also Captain Picard, da habe ich ja auch die dritte Stapel von Picard gesehen, die mir schon recht gut gefallen hat, gegenüber den ersten Zweien. Ich habe nur die erste gesehen bisher. Okay, dann überspringt die zweite oder guckt die letzte Folge von der zweiten und dann guckt halt die dritte. Wenn ich den bei Interviews oder sowas sehe, wie gebrechlich der steht und antwortet und sich bewegt und so weiter, weil der ist ja auch 80 plus oder irgendwie sowas, keine Ahnung, oder knapp. Und wenn ich ihn dann in der Serie sehe, dann frage ich mich immer, wie machen die das, ja? Er kriegt da irgendwelche Aufbauspritzen vorm Dreh, ja, dass er da rumspringen kann noch, oder das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Also ich bin echt gespannt, wie sie das bei Jana Jones halt machen, ja. Wahnsinn. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Also für mich ein Phänomen ist ja immer noch Tom Cruise. Ich habe jetzt gerade, als ich im Kino war, habe ich den Trailer gesehen zum neuen Mission Impossible. Also der altert einfach nicht, der Mann. Das ist ja Wahnsinn. Und der sieht auch nicht so kaputt operiert aus, wie jetzt Sylvester Stallone zum Beispiel, oder Lee Majors. Ich fand das ganz schlimm, Lee Majors damals in diesem Werbespot. Man hat ihn Jahrzehnte nicht gesehen und dann tauchte er in irgendeinem Autowerbespot auf und da sah er wirklich ganz schlimm operiert aus. Ich weiß nicht, wie er jetzt als Vater von Ashton aussah. Ja, das stimmt. Beim Trailer sieht es gut aus, ja. Ja, das haben sie gut gemacht. Also zumindest in den Szenen, die sie reingeschnitten haben in den Trailer, ja. Ja. Ich, ja, also ich glaube, Lee Majors ist schon so ein bisschen glatt gebügelt, aber wenn er es so will, keine Ahnung was, ja. Ja, ich meine, er soll nicht machen, was sie wollen, na klar. Aber wenn man das dann so sieht, ist es halt schon ein bisschen traurig, wenn man hat die damals so gefeiert. Ist natürlich auch ein bisschen unfair, aber es ist ja nun mal so, dass man immer dieses Bild im Kopf hat, wie sie in ihren besten Jahren aussahen und wenn die dann so zurechtgetackert aussehen, das ist dann halt auch irgendwie. Zurechtgetackert. Ja, dann vielleicht lieber ein kultiges Knautschgesicht, so wie Columbo, der ist mit dem Alter immer kultiger geworden. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Peter Ford. Das ist richtig. Ah, so. Das stimmt. So. Die Major sah genauso aus wie im Werbetrailer. Okay, ja, dann habe ich den Werbetrailer nicht gesehen. Ja, das hat mich damals ein bisschen erschrocken. Die Technik macht's. Der junge Jack Sparrow war auch gut gemacht. Kann ich gar nicht erinnern. Wo wurde denn Johnny Depp verjüngt als Jack Sparrow? Wurde er verjüngt? Kann ich mich nicht erinnern. Bin ich raus? Keine Ahnung. Auch Street Talk, ja, war eine geile 80er Fernsehserie, ganz genau, Christian. Ja, finde ich auch gut. Habe ich mir letztens erst gegönnt und habe auch durchgeguckt. Sind ja, glaube ich, nur 12 oder 16 Folgen gewesen. Dann wurde sie ja eingestellt. Ja, Street Talk habe ich geliebt früher. Habe ich auch auf DVD. Ja, aber das ist halt, das kommt, kam mir so in Erinnerung so vor, dass diese Serie halt in den 80ern permanent gelaufen ist. Ja, weil ich sie so in Erinnerung hatte. Und dann habe ich so geguckt, gibt es die auf DVD? Die gibt's. Ja, und habe ich mir so geholt. Da habe ich gesehen, das sind ja wie gesagt nur 12 oder 16 Folgen, die da damals dann halt auf, keine Ahnung, RTL Plus gelaufen sind oder sowas. Ja, also echt krass. Aber die 80er waren halt, was die Serien angeht, finde ich halt das Nonplusultra. Vor allem halt, was die Action-Serien angeht, ja, sei es mit Fahrzeugen oder was weiß ich was. Ja, Knight Rider, Street Talk, Stingray, Stingray fand ich auch genial damals. Ja, auch mega. Ich suche immer noch einen schönen 1 zu 18 Stingray sehr schwer zu kriegen. Ich habe so eine 1 zu 18 Modellserie von Filmautos. Der Stingray, es gibt ihn in dunkelgrün und es gibt ihn in rot und so, aber richtig so im klassischen Schwarz, ganz schwierig. Okay, okay. Hattest du denn jetzt eigentlich schon den Guardians 3 geguckt? Nee. Den habe ich. Als ich im Kino war, das fand ich sehr cool, da konnte man sich ja einfach so Poster mitnehmen. Moment. Die lagen da so aus. Einmal von Guardians 3 und von dem Dungeons Dragons Film. Den hätte ich sehr gerne im Kino gesehen, ist aber auch an mir vorbeigegangen. Jetzt läuft er leider schon nicht mehr. Okay. Das könnte auch was für dich sein, oder? Dungeons & Dragons, warst du da nicht auch? Ja, also habe ich nicht im Kino gesehen. Dungeons & Dragons habe ich auch nie gespielt, sagen wir mal so. Ach so, okay. Fantasy-Filme sind ja auf jeden Fall meins. Beim Trailer war ich ein bisschen skeptisch. Deswegen habe ich ihn auch nicht im Kino gesehen. Weil ich fand den ein bisschen, auch den Chris Pine, ich finde das ein toller Schauspieler, aber ich fand den Trailer so ein bisschen zu abgespaced irgendwie. Zu wild, zu durcheinander, zu schnell, keine Ahnung was. Der Trailer hat mich auch nicht umgehauen, aber ich habe gehört, dass der Film doch recht viel Spaß machen soll. Wo wir gerade bei 80er sind, guck mal, was ich mir gekauft habe. Moment, ich mache dich wieder hier. Ich kenne mich ja sowas von aus. Soundtrack? Ja. Habe ich auch? Ich finde dieses Bild so kultig. Ja. Ich habe mir den gekauft, weil ich so enttäuscht war, dass ich das Media Book von City Cobra nicht bekommen habe. Es ist vor kurzem Media Book mit dem Cover rausgekommen. Ich meine, eigentlich haben alle Filme dieses Cover, aber das Media Book ist halt nochmal größer, sieht es nochmal cooler aus. Aber es war sofort ausverkauft, wird mittlerweile für 300 Euro bei Ebay verkauft. Und dann habe ich... Es wird angeboten oder verkauft? Verkauft. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Verkauft. Und dann, das war vor zwei Wochen ungefähr, es ist glaube ich noch nicht mal offiziell released. Aber dann habe ich hier für ein 10er diese Schallplatte gesehen, dachte, Mensch, da hast du das Cover doch noch größer drauf. Krass. 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 Ja, also die Schallplatte habe ich auch. Ich habe sogar die Kassette aus den 80ern. Ja, die hatte ich auch. Die Videokassette, ne? Genau, richtig. Nee, nicht Videokassette, Musikkassette, also den Soundtrack auf Kassette. Okay, cool. Also City Cobra ist sowas von genial. Ja, ich habe den... Das Cover ist halt auch mega cool. Das Cover ist geil. Tatsächlich habe ich den letztens erst wieder geguckt und ich finde, die beste Szene ist ja, wenn er mit seinem Auto... City Cobra Cover legendär, genau. Wenn er mit seinem Auto vor seiner Wohnung parkt und das sind dann diese... Wie soll ich sagen? Diese Gang, die da vorsteht, die sind seinen Parkplatz mehr oder weniger halt blockiert, wo er einfach so das Auto so wegschiebt mit seinem Auto, dann ganz cool aussteigt und dann dem anderen, der auf ihn zugestürmt kommt, sagt, hey, was machst du hier? Einfach so anpackt und so das T-Shirt so runterreißt und einfach weggeht. So war das früher. So hat man das gehandhabt. Ich habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Ich musste so lachen. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Welchen findest du denn besser? Den City Cobra oder City High? City Cobra. City Cobra. City High finde ich also aus den 80er oder 90er Jahren mit den schlechtesten Schwarzenegger-Filmen. Die City Cobra. Ich habe den so lange... City High, Entschuldigung. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Der ist ja gerade auch neu rausgekommen als Steelbook. Habe ich mir auch gekauft, weil das recht günstig war. Das Cover ist halt auch kultig. Aber ich habe den so lange nicht gesehen. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Aber ich habe noch was gekauft. Das war nämlich ein Bundle-Kauf sozusagen. City Cobra. Zusammen hiermit. Ha, 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 ha. Guten Abend. Sehr schön. Hast du die? Habe ich auch. Auch habe ich Schallplatte, CD und Musikkassette. Jawohl. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du es nicht hast, hätte ich es dir vermacht. Ja, Dankeschön. Aber den habe ich tatsächlich. Ja, ich habe es mir eigentlich... Hätte ich es mir denken können, dass du den hast. Ja, also ist auch... Also nicht nur vom Film her, sondern auch die Musik ist halt richtig klasse. Ja, Over the Top ist richtig klasse. Ja, ist ja auch geliebt früher. Ja, ja, definitiv. Guck mal hier, John Stryker schreibt, City High hat auch was. Genau. Ist halt Arnold, genau. Und für Arnold kommt ja jetzt auf Netflix im Juni eine Doku raus. Ja, so mehr oder weniger. Eine offizielle Doku über sein Leben. Ja, stimmt. Von Kindheit bis Governator über jetzt, den aktuellen Stand. Muss ich unbedingt gucken. Muss ich unbedingt gucken, ja. Ja. Richtig klasse. So, was haben wir hier? Danach wollten alle die verspiegelte Sonnenbrille, ganz genau. Ganz genau, ja. Oder immer so einen langen Mantel haben, wie die... Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Mario? Mario Cobretti oder so hieß er, glaube ich, in dem Film, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube. Also so einen langen Mantel da. Und auch die Anfangsszene ist halt geil, ja. Genau, hat ja auch jemand geschrieben. Du bist die Krankheit, ich bin die Medizin. Das ist halt typisch 80er. Ja, sowas gibt es halt heute nicht mehr. Over the Top war der typische RTL-Film für mich, ja. Ich finde das immer ganz interessant bei den Soundtracks, dass du ja meistens doch oder häufig irgendwie klassisch das Kinomotiv hast, also das Plakatmotiv. Und manchmal kommt dann hier sowas zustande, was ja einfach eine Szene aus dem Film ist. Ich frage mich, woran das so liegt. Also ich würde ja denken, man nimmt klassischerweise für den Soundtrack immer das Poster-Motiv, damit die Leute auch erkennen, A, das ist... Wiedererkennungswert, ja. Genau, den ich gerade im Kino gesehen habe. Und ich meine, das Over the Top-Poster sieht ja auch mega aus. Ja, aber war das hier... Ich meine, das Over the Top-Poster, meinst du jetzt, dass das mit dem Truck, wo er so ein bisschen da so steht, genau richtig. Ja, genau. Aber ist das da vielleicht das US-Poster gewesen oder sowas? Ist das andere, was wir meinen, vielleicht das deutsche oder das europäische? Keine Ahnung. Wäre auch eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen in dieser Uncut-Videothek, wo ich damals häufig war, dass die englischen und amerikanischen Versionen tatsächlich gar nicht so selten ein anderes Cover hatten. Genau. Einfach ein anderes Motiv. Richtig. Ist möglich. Kann auch einen anderen Grund haben, der sich mir jetzt nicht erschließt. Man weiß es nicht. Kann durchaus sein. Ja. Ich war neulich auf dem Flohmarkt. Nein. Ja. Der Tolltenner hat mich ein bisschen angesteckt. Aber es ist halt schwer, hier in Hamburg irgendwie was zu finden. Gibt es in Hamburg nicht? Gibt es in Hamburg nicht am Fischmarkt irgendwie so einen riesen Flohmarkt? Es gibt überall immer mal wieder Flohmärkte. Das Problem ist nur, da hast du halt oft viel Neuware. Okay. Da hast du immer sehr viele Klamotten, die auch nicht so spannend. Viel Porzellan. Und dann hat man natürlich so die klassischen Filmstände und Klattenstände. Das ist schon immer da. Aber so diese klassischen Spielzeugsachen, von früher findest du ja wirklich kaum noch. Ja, bei mir auch. Bei mir auch relativ schwer. Aber du hast was gefunden. Ja. Muss ich dich wieder groß machen? Kannst du, kannst du. Echt? Komm, ich mach dich mal groß. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ist das da gekommen? Das ist Matchbox. Das ist Matchbox von 1977. Wahnsinn. Das ist halt irgendwie so ein Mars-Rover oder sowas. Wir haben so ein Laser. Kanon vorne dran. Kann man auch so bewegen. Figuren sind leider nicht drin. Aber was ich hier so faszinierend fand, das ist von 77. Und guck mal, das hat so so einen Kettenantrieb wie der Fliptrack. Und du glaubst es nicht. Aber guck dir das an. Gummis dran. Gummis dran. Das ist Gummi. Und guck mal, es wäre witzig, wenn es jetzt reißen würde. Das wäre ein Highlight in dem Video heute. Nach deinem runtergefallenen Hintergrund wäre das dann das Highlight. Die sind tatsächlich noch flexibel. Wenn du überlegst, dass diese Gummisachen gerade bei den Masters sich ja immer, oder auch bei anderen Tourlines, sich immer verabschieden. Aber da siehst du, wenn man ein bisschen, keine Ahnung, was Matchbox jetzt dazu veranlasst hat, aber wenn man ein bisschen wertigeres Material nimmt, ist das einfach nach diesen ganzen Jahrzehnten immer noch flexibel. Wahnsinn. Das fand ich wirklich so witzig mit diesem Kettenantrieb hier. Also einfach geiles Fahrzeug. Und wenn man dann sowas da stehen sieht, irgendwie für drei, vier Euro, da muss ich dann sagen, sehr schön. Da nehme ich das mit. Hätte ich wahrscheinlich auch mitgenommen, wenn ich es gesehen hätte. Ich habe das Problem beim Flohmarkt, ich meine, ich gehe ja jetzt auch wieder regelmäßig. Ich habe das Problem, dass ich teilweise immer viel zu schnell an den Ständen einfach vorbeigehe, weil ich gar nicht genau gucke, weil ich da sehe, okay, da liegen ein Haufen Klamotten einfach auf dem Stand. Ja, da stehen dann irgendwelche Holzschnittsfiguren rum noch daneben oder sowas. Und dann übersehe ich halt manchmal irgendwo so mittendrin irgendwas, weil ich einfach denke, oh, vielleicht ist da hinten ja was Besseres. Dann gucke ich da schnell und dann gehe ich weiter. Ich muss mich manchmal echt zügeln, halt einfach wirklich langsamer drüber zu gehen und wirklich genauer zu gucken und auch genauer in den Kisten rum zu wühlen. Das ist auch wirklich mein Problem, ja. Ich hatte das früher auch immer, ich bin mit meinem Vater oft zum Flohmarkt gegangen und da war das immer so, dass er dahinter meinte, hast du das gesehen? Hast du den Spider-Man da gesehen? Hast du dies gesehen? Jedes gesehen? Und wirklich vieles hatte ich nicht gesehen, weil ich es einfach übersehen habe, weil man zu, man denkt, man kann alles so erfassen irgendwie, aber kann es dann gar nicht. Richtig. Ich hatte das auch ganz extrem bei der Los Amigos, bei der letzten Los Amigos, wo dann so viele YouTuber ja auch Videos gemacht haben und da waren so viele Sachen und ich denke, hä? Ich war doch auch da, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Und es kann nicht sein, dass es schon weg war. Ich war der Erste, ich war richtig früh da. Ich habe es einfach übersehen. Also unglaublich. Es war auch dann teilweise so, dass ich am Sonntag, da war so eine Kiste mit lauter He-Man-Waffen, die war fast leer, aber nur noch der Boden bedeckt. Und dann habe ich so gefragt, stand die gestern hier auch schon? Ja, gestern war die noch voll. Das gibt es doch nicht. Ich bin zehnmal in diesem Stand vorbeigelaufen. Es ist unglaublich. Es ist teilweise so eine Reizüberflutung, dass man es dann einfach, man viele Sachen nicht sieht. Der Teutcher schreibt es gerade, jetzt ist meine Schuld. Ja, du bist schuld. Richtig. Du bist schuld, mein Lieber. Zum Flohmarkt angesteckt, ja. Ja, ich habe auch noch mehr. Ich kann noch mehr zeigen. Willst du noch was sehen? Noch mehr? Zeig noch mal. Leute, ganz kurz, die ja noch hier im Stream noch wach seid und nicht vielleicht vor Langeweile eingeschlafen seid hier. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ja, wir hatten uns so eine magische Zahl eigentlich von zwei Stunden maximal Stream gedacht. Die haben wir jetzt schon überschritten und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist, weil wir haben immer noch nicht das gezeigt, was ich eigentlich großartig zeigen wollte. Ja, guck mal. Jetzt, dann zeig du doch mal was. Du wolltest auch was zeigen. Nee, alles gut. Alles gut. Ich wollte nur gerade sagen, wenn wir, weil du gerade die Los Amigos erwähnt hast, würde ich gleich noch mal ein paar Events quasi noch mal hier ins Gedächtnis rufen, die anstehen, wo du und ich auch hier und da vielleicht sind zum Treffen, zum Quatschen, zum Austauschen und so weiter. Auf jeden Fall. Macht Wetten, das überziehen. Genau, richtig. Ja, oder wir sind wie das himanische Quartett. Die schaffen auch nie ihre zwei Stunden oder sowas. Wie viele Zuschauer haben wir denn noch? Wir sind noch bei 30. Wir sind noch bei 30. Wie viele sind noch wach? Und wir haben bisher nur 22 Daumen nach oben, wenn ich das richtig sehe. Also, wenn ihr noch wach seid und noch keinen Daumen gegeben habt, würde mich sehr freuen. Ja, natürlich auch nur, wenn es euch gefällt. Teutates, gerade dazugestoßen. Sehr schön. Also, hier kommen die Nachteulen jetzt langsam raus. Ja, genau. So, hier geht es weiter. Ich glaube, Stefan, ich glaube, wir müssen weiter durchhalten. Das ist. Ja, du wolltest doch jetzt, jetzt zeig doch mal, du wolltest doch was zeigen. Jetzt zeig du doch was. Ich wollte was zeigen. Also, ich wollte, ich wollte eigentlich, ich muss hier gerade mal meine Bilder sortieren, weil ich wollte jetzt gerade noch mal zu den Events kommen. Ja, und zwar, ich greife gerade mal hier, ach, guck mal, bevor ich zu den Events komme, hier, ich werde nicht fertig. Ich habe hier auch was Schönes, ich kann mich doch bestimmt auch groß machen, oder? Guck mal, René ist noch wach. René ist wach. Sodak 1978 ist auch noch wach. World of Nerd ist noch da, perfekt. Malo ist da. Guck mal, wenn ich mich jetzt hier groß mache, ich habe nämlich hier ein Mediabook, was ich mir geholt habe. Oh, das wollte ich auch unbedingt haben. Ja, das hat 40 Euro gekostet, Clive Barker. Ja, da ist auch der, äh, 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 die Kino-Fassung und auch der Directors Cut drauf. Ja, ähm, ist auch ein 18er-Film, den wollte ich unbedingt haben, den habe ich damals auf Video gehabt, der ist dann ziemlich schnell irgendwann in Vergessenheit geraten. Ähm, habe ich gerade wieder hier raus. Und, äh, den habe ich hier gerade noch liegen gehabt, weil wir über Filme und Mediabooks gesprochen haben. Und ich habe hier was, was ich, weil ich bin nämlich, kriegen wir das jetzt hier hin. So, äh, Bildschirm teilen, Präsentation und, so, jetzt sehen wir wieder wahrscheinlich auch die andere, die Links, die sind genau richtig. Ähm, aber ist egal. Da bin ich nämlich morgen auf der Luxor Fantastic 7. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Das ist wahrscheinlich, würde ich fast sagen, das Unbekannteste, äh, äh, was, was wir hier zeigen werden, wo was los ist. Das denke ich auch, ja. Aber das ist morgen in Benzheim, also gar nicht so weit weg von mir, also so Richtung Mannheim, ja, nicht ganz, aber, ähm, äh, ist ein, ist in einem Kino, ja, in dem Luxor Kino. Da war, im November war ich da, weil ich, weil ich den Eintritt gewonnen habe zu dem 40 Jahre Masters of the Universe, äh, zu der Geburtstagsfeier. Das erinnere ich. Genau, da habe ich auch ein Video zu gemacht und, ähm, da findet morgen eine Comic, Film und Figuren Börse auf zwei Etagen statt. Oh, cool. Und, ähm, es ist schon, wie man da sieht in dem Bild, es ist schon die siebte Börse, also das siebte Mal, dass das stattfindet. Ich habe davor noch nie was von gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und, ähm, wie ich das gesehen habe, dass das stattfindet, also da bin ich morgen, ich hoffe auch, dass ich um neun Uhr dann ausgeschlafen bin und im Auto sitze oder eventuell um neun Uhr schon da bin zum Start. Äh, als ich nämlich dann gesehen habe, wer da kommt, und zwar mache ich jetzt hier gerade mal das nächste Bild rein, und zwar seht ihr auf dem Bild jetzt oben links kommt Don Rosa. Und, ähm, wem das nichts sagt, ach, genau, morgen Flohmarkt, genau, Toy Tenner, viel Glück, viel Erfolg und ne gute Nacht. Ähm, äh, kommt Don Rosa hin und, äh, Don Rosa ist ein Disney-Zeichner, der 1987, glaube ich, bis Anfang 2000er die, äh, Donald Duck und Onkel Dagobert Comics gezeichnet hat. Oder zumindest halt, äh, äh, zumindest halt, äh, einige, ja, und der kommt da hin, der signiert, der ist da zum Quatschen wahrscheinlich, ja, und ich habe mir was geholt, jetzt muss ich, oh Gott, jetzt muss ich hier Multitasking machen. Äh, jetzt nehme ich das gerade mal raus, genau richtig, jetzt mache ich mich wieder auf groß, und, äh, der hat nämlich was ganz Schönes, der hat nämlich diese Don Rosa Library, der hat, äh, Sammelbände. Oh. ich glaube, da gibt es 10, 12, 13 Stück oder so, was, wo alle seine Geschichten drin sind, die er, äh, geschrieben hat, die neu koloriert sind und so weiter, also abgedatet mehr oder weniger, und, äh, das ist halt sehr, 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 sehr schön, also die alten, die, die 80er Jahre, Donald Duck Sachen und so weiter, finde ich halt richtig klasse. Hinten drin sind nochmal Sachen von ihm, also so Skripte und Zeichnungen und Tests und so weiter halt, und Biografien und so, also sehr, sehr schön das Buch, das möchte ich mir von ihm gerne unterschreiben lassen, und das Gute ist halt auch, äh, wenn man das so ein bisschen kennt, er, ähm, hasst, oder er, er mag Mickey Maus nicht, das finde ich halt sehr lustig, ja, äh, 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 dem darf man halt kein, keine Mickey Maus Heft oder Zeitung zum, zum, äh, unterschreiben hinlegen, äh, da kriegt man halt nichts mehr unterschrieben, äh, richtig genau, also finde ich sehr interessant, und das war der Grund, wieso ich eigentlich dahin wollte, und jetzt hat sich das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet, denn, ähm, was ich eben schon mal gezeigt habe, hier, äh, in der Mitte, in dem mittleren Bild, wenn ihr das seht, wenn man das, wenn das nicht zu klein ist, seht ihr zum Beispiel auch, dass halt Toyhändler hinkommen, das heißt, der Andi Daniel ist morgen vor Ort von Strongvision, ähm, dann ist Mr. Coleco da, Science Fiction Corner und AXSE oder AXSE, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, kenne ich nicht, ja, ähm, aber die sind morgen auch vor Ort, das wird dann anscheinend doch ein größeres Event, wie gesagt, ich wollte nur wegen der Unterschrift von Don Rosa hin, und jetzt wird es wahrscheinlich auch auf ein paar Figuren hinauslaufen, befürchte ich. Und das ist das mit Planet Eternia? Und, und, ja genau, und Planet Eternia, die waren ja auch beim 40. Geburtstag von, von, von He-Man dort und haben ihr hemanisches Quartett auf der Bühne aufgeführt und haben dann auch einen Stand gehabt, wo man nachhinein mit ihnen quatschen konnte, äh, da war das hemanische Quartett komplett vor Ort, das erste Mal, glaube ich, überhaupt, dass die zusammen auf der Bühne waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und morgen sind sie auch wieder da, nicht komplett, soweit ich weiß, ähm, aber ein Teil vom hemanischen Quartett ist da, haben auch einen Stand da, äh, wer von den Vieren kommt, weiß ich nicht, ja, oder es sei denn, es ist mittlerweile bekannt gegeben, ähm, ähm, aber ich denke mal, wenn einer in der Nähe ist, wenn einer morgen noch Zeit hat und nichts geplant hat, ich denke mal, das ist ein Besuch wert, würde ich sagen, ja, und, ähm, dieses Kino ist halt, ja, ist halt ein Wahnsinn, das ist halt ein Erlebnis, ja, die haben da halt auch ganz viele Star-Wars-Figuren stehen, die haben einen DeLorean im Kino drin stehen, äh, mit, mit einem Doc Brown, äh, und so weiter, ganz viele Star-Wars-Kostüme, et cetera, und sowas, also echt ein Erlebnis, echt cool, und ich bin da, vielleicht sehe ich einen von euch, wenn ihr da seid, sagt Hallo, quatscht mich an. Der John Striker schreibt gerade, im Luxor hatte ich schon einige Star-Wars-Events. Einige Star-Wars-Events? Cool. Ja. Das ist interessant, das ist interessant, also je nachdem, was da für Events war, genau, die 501. Garrison oder Garrison kommt auch, also die Star-Wars-Leute in Kostümen sind auch da. Ah, cool. Also das wird wahrscheinlich größer, wie ich es im Vorfeld gedacht habe. Und, ähm, wer noch kommt, ist der, äh, Martin Refour, wenn dem einer was sagt, der hat ja, wenn, wenn wir hier Masters of the Universe-Fans sind, der hat ja die größte Sammlung an Movie Props, also an Originalkostümen aus dem Masters of the Universe-Film, ist ja ein großer Sammler auch, und hat nicht nur Masters-Sachen, sondern hat auch aus anderen Filmen, äh, von, von, auch von früher bis in die Jetzt-Zeit halt wirklich, ähm, ja, Kostüme, et cetera. Ja, und der bringt mir morgen auch was mit, äh, was ich, was ich dann in Empfang nehmen darf, und das werde ich dann auch in einem der nächsten Videos vorstellen, was mich sehr, sehr freut, wo ich schon sehr, sehr heiß drauf bin, äh, also da können wir schon mal gespannt sein. Das ist auch ein faszinierendes Hobby. Das ist ein sehr faszinierendes Hobby, ein sehr kostenspieliges Hobby, äh, wenn man das so als, wo das ist, wo das ist? Lupi hat gefragt, wo das ist, das ist in Bensheim, das ist in Bensheim, ich weiß nicht, das ist, das ist, ist das Hessen noch? Ich weiß es gar nicht, ich bin so schlecht in Geografie, also auf jeden Fall südlich von Frankfurt, ähm, um es mal so auszudrücken, also das ist von mir, von mir, äh, ich fahre Frankfurt durch, es sind 80 Kilometer, glaube ich, äh, die ich habe, ähm, um, um, um dahin zu kommen, ja, das ist kurz vor Mannheim, glaube ich, bin mir nicht so hundertprozentig sicher, mein Navi führt, äh, kennt den Weg, ähm, aber wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wer es noch nicht kennt, und was die noch haben, ist ein Spielzeugmuseum. Oh, toll. Das ist, da wurden wir auch durchgeführt, bei dem, bei dem He-Man Geburtstag, äh, das ist, das hat man noch nicht gesehen, ja, das ist, da steht alles voll, äh, das sind alle Figuren, die man sich nur denken kann, die es irgendwann mal gab, seit den 70ern, 60ern, wahrscheinlich bis jetzt in die Neuzeit, äh, der hat alle Fakopops, die es gibt, der hat alle, ja, ja, genau, er hat alle, äh, blende ich auch gerade nochmal ein, genau, Benzheim mit S, genau, richtig, ah, okay, ja, hat alle, Star Wars Vintage Figuren, der hat, glaube ich, zwei Eternia Playsets, da original verpackt drinstehen, etc., Wahnsinn, also das ist Wahnsinn, ja, wir durften da auch keine Fotos machen, keine Videos machen, ähm, äh, das ist quasi ein eigener Bereich in dem Kino, ja, oder, oder in dem, in dem Geburtstag selbst. Da ist nicht so, dass da jeder Kinobesucher dran vorbeigeht. gar nicht, gar nicht, gar nicht, ich weiß nicht, vielleicht, es gibt es morgen wieder die Möglichkeit für, für Führungen, für Gruppenführungen oder so, habe ich jetzt nichts von gelesen, aber könnte ich mir eventuell vorstellen, ich will jetzt nichts versprechen, weil ich weiß es nicht, aber könnte eventuell sein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte bei der Los Amigos, wo es ja auch oben dieses private Museum sozusagen gibt, diese Masters-Sammlung, Ja, das ist halt eine Masters-Sammlung, und bei dem, bei in Bensheim ist halt eine Alles-Sammlung, ja, ja, wenn wir da gerade, wenn wir da gerade, auf jeden Fall, wenn wir da gerade weitermachen, ist natürlich das Nächste, wo ich dieses Jahr auch endlich wieder bin, ist die Los Amigos, mittlerweile die fünfte Ausgabe, Ausführung, ja, am 17.06. Fünfter Geburtstag. Fünfter Geburtstag. Fünfter Geburtstag. Achso, fünfter Geburtstag, ich dachte, du hast da Geburtstag. Nein, nein, fünfter Geburtstag. Ist, genau, richtig, ist auch wieder in Hanau, wie sie die anderen vier auch schon waren, in der Colorline Arena, in dieser Paintball Arena, wo halt auch wieder dieses Masters-Universum, ja, Masters-Museum oben drüber ist. Aber ganz wichtig, nur Samstag, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, Sonntag zu kommen. Es ist diesmal nur ein Tag. Es ist diesmal nur am 17. Es ist diesmal nur ein Tag, nur der eine Tag, dafür aber richtig vollgepackt. Ja, werden auch wieder alle Händler da sein. Seatoys ist da, Steinedorf ist da, Strong Vision ist da, Retro-Spielzeugwelt ist da. Sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden vergesse, aber es sind alle da irgendwie. Was ich vor allen Dingen beeindruckend finde, es sind ja nicht nur viele Händler da, es sind ja auch internationale Künstler, Stargäste da. Richtig, also ganz, Axel G. Manessor zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, in erster Reihe, Axel Jimenez, der halt wirklich die Cardbacks, die Artworks von den Origins etc. Zeichnet oder entwirft. Ich muss mir auf jeden Fall eine Poster-Papprolle mitnehmen, weil ich habe mir bisher noch nie ein Poster gekauft, weil ich immer Angst hatte, ich werde es nicht heil nach Hause bekommen. Ich muss daran denken, mir eine stabile Papprolle mitzunehmen, weil der wird garantiert, oder hoffe ich mal, coole Bilder da haben, die man sich unterschreiben lassen kann. Weißt du, was ich vorhabe? Na? Ich hoffe, dass jetzt nicht jeder von unseren Zuschauern da nach, also ich hoffe, dass jeder hinkommt, aber dass nicht jeder die gleiche Idee hat. Deswegen habe ich mir auch noch eine Greyskull gekauft. Ich werde eine Greyskull mitnehmen, dass er mir das Artwork unterschreibt auf der Box. Geil, ja. Da habe ich die Idee gehabt. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich richtig gut, wenn es da die Möglichkeit gibt. Wenn da alle mit ihren riesen, riesen Greyskulls umstecken. Ja, richtig, richtig. Deswegen, ihr habt nichts gehört, ihr habt nichts gesehen. Aber ja, ich versuche es. Also das ist eine einmalige Gelegenheit. Einen Poster kannst du von dem vielleicht immer irgendwo signiert bekommen oder per Post oder so, aber so eine Greyskull-Box, die dem zu signieren, hinschicken, wo kommt der her? Der kommt ja irgendwie aus Brasilien oder sowas. Irgendwie so in Südamerika. Ja, ich weiß es aber nicht. In Südamerika, glaube ich, irgendwo, ja. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ja, und ich glaube auch, wer ein bisschen Toy-Channels verfolgt, auch international, es kommt ja auch in Belgier, der Ads Retro, Geek Out kommt ja auch. Ja. Zum Beispiel, da freue ich mich auch sehr drauf. Hat auch einen schönen, großen Kanal mit sehr vielen Abonnenten und cetera. Ja. Also ich freue mich, dass dieser Customer wieder dabei ist, der aus Frankreich, der Benjamin Mega, mir fällt gerade den Namen nicht ein. Mir auch nicht. Irgendwas mit Mega hat er einen Namen. Mir auch nicht, aber auch da. Der war auch beim letzten Mal schon da. Der ist sehr, sehr bei Facebook aktiv. Der macht tolle alternative Köpfe, extra Waffen, Hände, Füße, Rüstung, alles mögliche für die Origins. und der macht das halt richtig gut. Der hat auch einen tollen neuen Kopf für den King His gemacht. Ganz, ganz super. Für welchen King His? Für den Origins? Für den Origins. Ah, okay. Der sieht ja sehr freundlich aus, entsprechend der originalen Spielzeugfigur. Und der hat halt so einen Kopf gemacht, der hat so spitze Schlangenzähne und so rote Augen mit so Pupillen, also mit so Schlangenpupillen drin. Sieht super aus. Also da habe ich mir auch schon direkt einen Kopf vorbestellt. Großartig. Ach, konntest du vorbestellen? Ja, und also er bringt auch Sachen mit, aber man kann den halt auch anhauen und vorbestellen. Und was der halt auch was richtig cool fand, der hat so extra Hände für die Ninja und für den für den Weißen. Wie heißt er da noch? Slamurai oder was? Slamurai, genau. Für den Ninja und für Slamurai hat er so Hände gemacht, die so diese diese Karate Kampfbewegung irgendwie so machen. so richtig auch sehr, sehr cool. Und da man ja bei den Origins alles gut austauschen kann, ist das natürlich Wahnsinn. Also eine tolle Möglichkeit, seine Figuren zu individualisieren und so aufzuwerten, ohne dass man die jetzt irgendwie kaputt machen muss. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr schön. Sehr schön. Also auch, wie gesagt, das Event wird mit Sicherheit richtig cool werden. Ganz bestimmt, ja. Um, ja, also wie gesagt, ist ja wieder vom Daniel Weisker, ja, der macht da einen richtig geilen Job. Der Chris Tainment hängt da drin. Auch ein YouTuber, wer ihn nicht kennt, auch gerne mal auf dem Kanal vorbeischauen. Das war wie alles noch so nebenbei. Das ist wirklich richtig, richtig Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Aber apropos nebenbei machen, dann geht's ja weiter mit, es hört ja gar nicht auf dieses Jahr, mit Events, ja, und ich muss mittlerweile, ich glaube, ich muss meinen Sommerurlaub halt so legen, dass ich halt, ich muss halt echt gucken, wann kann ich mal wegfahren, weil irgendwie gefühlt ist an jedem Wochenende irgendwas oder so, weil zur Toyplosion will ich auch hin. Ja, die ist ja, genau, die ist ja ein bisschen weiter von mir entfernt, sag ich mal, da fahre ich so zwei Stunden, aber das geht ja auch noch. Die ist in Kastrop-Rauxel in NRW und ist ja ins Leben gerufen worden von den Motu-Brows, von der Facebook-Gruppe um den Petendo, um den Peter, um den Aslan, etc. Da stecken noch ein paar mehr drin, die Namen, ihr seid mir nicht böse, wenn ich die Namen jetzt nicht alle weiß oder aufzählen kann, aber ist auch eine richtig... Servo, Philipp und René. Vielen Dank, okay. Wird auch ein richtig geiles Ding, glaube ich, wird eine Toy-Show, wo es Figuren, also wo es rund um rund um, ja, um unser Lieblings-Hobby geht, um die Toys geht. Ja. Und gab es ja auch gab es ja auch Exclusives vorzubestellen, ja, Figuren mit Maske, die, glaube ich, vom, jetzt will ich nichts Faltes sagen, von wem sie entworfen worden sind. Ich will nichts Faltes sagen, war das vom Nino Arde? Ich bin mir nicht sicher, wer die Maske entworfen hat, ja, aber es ist total cool, ja, also freue ich mich sehr, scheint wohl auch ein riesen, riesen Andrang zu sein, ich glaube, Händlertische, also es gibt ja auch so einen Flohmarkt, wo sich private Leute, genau, richtig Tische holen konnten, das war ja relativ schnell ausverkauft, und diese ganze Europa-Halle, ich meine, ich war noch nicht da, aber klein ist es, soll sie nicht sein, ja, und die ist voll, Leute, die ist echt voll, also da bin ich echt gespannt, ähm, das wird auch ein Mega-Event, ja, also da freue ich mich wahnsinnig drauf und hier der Malu-Schreibskarte, dass der Ad wohl auch zu Toyblosion kommen will, also der Ad's Retro-Geek-Out, also das ist auch, weil der hat ja sehr, sehr viel Reichweite und es kommen ja auch wirklich, äh, Händler über die deutschen Grenzen hinaus, aus den Niederlanden, aus Belgien und so, weil, äh, das gibt es ja auch gar nicht mehr so viel, so richtig große, ähm, Messen und Häufe ansteigen, das ist ja mit Corona sowieso alles so ein bisschen kaputt gegangen, ja, und, was ich, ich habe mal einen ganz interessanten Bericht vor einiger Zeit, äh, gesehen, auf YouTube auch, dass dieses ganze Messending sehr an Bedeutung verloren hat, seit es das Internet gibt, wirklich? Hamburg war ja auch so eine Messe statt, ne, wir hatten ja alle möglichen Schiffsbaumessen, Gartenmessen, Bootsmessen, äh, Automessen, aber, äh, seit das Internet, alle News sofort verfügbar macht, hat das ganz, ganz stark an Bedeutung verloren, also auch diese Spielzeugmessen, wo halt Lego seine neues, sein neues Sortiment zeigt, wo Playmobil seine neuen Sachen zeigt, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade gegen mein Dings gehauen, das ist alles nicht mehr so relevant, weil, ähm, die Leute alles schon kennen aus dem Internet, das ist so schade, da geht man nicht mehr stundenlang da irgendwie hin, um sich die Sachen nochmal, äh, ja, aber es ist so der Gang der Zeit, und deswegen ist es natürlich toll, dass jemand, oder, oder eine Gruppe von, von, äh, Sammlern sowas in die Hand, und man sagt, wir ziehen hier eine richtig große Messe auf, ganz genau, äh, äh, auch Ebay würde ich sagen, auch vieles kaputt gemacht hat in diesem Sektor, weil jeder kann sich heute sagen, die Sachen von der Couch, äh, im Internet bestellen, aber da, das ist natürlich ein ganz anderes Feeling, da hängen die Händlertische, und diese Atmosphäre, die Leute, die man schrifft, also ich freue mich mega drauf, wenn ich jetzt ungefähr fünf Stunden anreise, ist mir völlig egal, ich werde Freitag schon anreisen, und bleibe auch das ganze Wochenende, und, äh, ja, absolutes Jahreshighlight. Und man muss halt auch sagen, sie machen das auch alles nebenbei, ja, also dieses Riesenevent, auch hier, machen sie das alles, sind ganz normale, private Leute, die teilweise halt einen YouTube-Kanal haben, aber ansonsten halt, wie du und ich ganz normal halt ihrer Arbeit nachgehen, tagsüber, ja, und die ziehen so ein Event auf, also, ich würde jetzt sagen, Mütze ab, aber dann fällt mir Mikro runter, ja, also richtig, richtig cool, ähm, aber eine habe ich noch, die möchte ich auch nicht, äh, missen, weil die finde ich halt auch sehr, sehr schön, war ich auch schon gewesen, und das ist die Greyskull-Con, und die ist, aber ich noch nie, ja, die ist die Woche nach der Toyplosion, also, das Wochenende danach, also, das ist wirklich so vollgepackt im Sommer, das ist echt Wahnsinn, ja, und die Greyskull-Con ist, äh, in Lennestadt, also, das ist da ein bisschen nördlich von mir, äh, fahre ich auch so ein bisschen mehr wie eine Stunde, glaube ich, anderthalb Stunden oder sowas, halt aus Hessen raus, ähm, ist mehr eine, eine familiärere, nenne ich es mal, ähm, es ist auch keine, es ist eine Convention, doch, steht Convention drauf, aber es ist mehr so ein familiäres Beisammensein, sag ich mal, die gibt es ja schon seit mehr als 20 Jahren, meine ich jetzt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ja, und, ähm, findet in so einer, in so einer Art Jugendherberge, oder Bürgerhaus, oder sowas halt statt, ja, ähm, und, äh, äh, werden, werden, werden sehr viele Dioramen ausgestellt, es gibt einen kleinen, auch so eine Art Flohmarkt gibt es halt auch, es gibt halt Panels halt auch, auf der Bühne und so weiter, ist auch meistens das, äh, Planet Eternia ist auch meistens vor Ort, ja, äh, ja, die haben so einen anderen Schwerpunkt, das finde ich ganz gut, genau, richtig, da wird halt einmal, ein bisschen seinen Schwerpunkt, genau, und es wird halt auch einmal, äh, äh, wie nennen sie das, Dolphen nennen sie das, glaube ich, wird gedolst, ja, genau, es wird der Masters of the Universe Realfilm mit Dolph Lundgren von 87 halt zusammen geguckt, das ist Tradition jedes Jahr, also finde ich einfach genial, und auch, ähm, künstlermäßig ist es auch halt richtig gut, das war's am Start, der Simon Soltau ist eigentlich auch immer da, wer kennt ihn nicht, also, die geilsten Masters, Masters, äh, Bilder auf Leinwand, die malt er da halt vor Ort, wenn er ein neues Bild halt gerade am, 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 am Malen oder am Entstehen ist, sag ich mal, ja, ähm, konnte ich auch letztes Mal, letztes Jahr war ich nicht, vorletztes Jahr konnte ich zugucken, ähm, hab mir auch ein, zwei Poster von ihm dann halt mitgenommen und signieren lassen, also, auch richtig, richtig klasse Convention, ja, äh, und, die wollte ich halt einfach nur mal kurz erwähnen, weil ich finde halt auch hier, also, bei allen, die ich jetzt genannt habe, äh, die Leute machen sich, ja, machen das halt aus, aus Spaß am Hobby, ja, und, ähm, denen gehört so ein Respekt, dass sie das alles aufziehen, und auch in der heutigen Zeit, es wird ja nicht leichter, ja, mit, mit, mit Arbeit, mit Verpflichtungen, mit Familie wahrscheinlich dann noch, ja, das alles unter einen Hut zu bringen, und wie die alle das machen, das finde ich halt richtig klasse, also, ja, und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen gerne, wenn ich, wenn ich ihn sehe, ja, wie toll das ist und wie, wie schön das mit der Community läuft, ja, also, echt Wahnsinn. auf jeden Fall, guck mal, der Christian, der war in Hamburg, guck mal, was er geschrieben hat. Der Christian war in Hamburg, Moment, 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 wo? Christian Reuter, ich war letzte Woche erst in Hamburg, und habe einen Tagesausflug gemacht, habe mir die Wache von Notruf Hafenkante angeguckt, und war auch in der Kneipe von Inas Nacht, und im Grill Ditsche, kennst du Ditsche, ich kenne Grill Ditsche nicht, also Ditsche könnte ich höchstens sagen, dass das der Olli Dietrich ist. Ja, das ist der Olli Dietrich, genau, und der steht da drin, ohne es zu wissen. Der steht da drin. Der steht da drin. mit seinem Bademantel und seinen fettigen, strähnigen Haaren steht da bei Ingo im Imbiss und philosophiert über die Welt, und dieser Imbiss, der ist in der Straße, wo meine Eltern wohnen, da bin ich schon als kleiner Junge, habe ich da, die gibt es schon unheimlich lange, habe ich da meine Pommes mit Currywurst gegessen, und weil mein Vater da, zum, ja, einmal die Woche mindestens, gab es schön entweder halbes Hähnchen oder Currywurst mit Pommes, und das ist der Ditsche-Grill, ja, der ist im Eppendorfer Weg, ja. Okay, Wahnsinn. Das ist eine gute Straße in Hamburg. Krass, also Inas Nacht kenne ich, die Kneipe, also war ich nicht da, aber kenne ich auf jeden Fall, ja, vom Sehen, vom Hörensagen, Notruf Hafenkante sagt mir was, aber Grill Ditsche habe ich bis jetzt noch nicht gehört oder wusste nicht, was es ist. Das ist ja so ein kleiner, kleiner Grill, und es steht auch so eine Ditsche-Bank vorne vor, schön muggelig hier, steht da drauf, aber ich glaube, die Serie wird nicht mehr gedreht, aber es ist natürlich so irgendwie kultig, also wenn man reinkommt, dann hängt da so eine Pinnwand mit den ganzen Fotos von Ditsche und seinen Stargästen, der hat ja auch alle möglichen Leute da, ob das jetzt irgendwie die Klitschkos waren oder auch einige Politiker, und da waren ja schon diverse Lokalprominenz, Jan Vetter war glaube ich auch mal da und da kann man sich so ein bisschen Fotos angucken, aber sonst ist es natürlich letztendlich ein Imbiss wie jeder andere, aber ich fand das schon sehr witzig, als ich das damals im Fernsehen das erste Mal gesehen habe und da habe ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt damals und dann gesehen, dass das hier in unserer Straße ist, das ist natürlich schon... Wahnsinn, wie klein die Welt doch ist, oder? Ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Guck mal, Ditsche ist ruhig, der World of Nerd, ja. Ganz genau, ja, also... Ja, habe ich auch sehr gerne geguckt früher. Also RTL Samstag Nacht habe ich ganz früher immer geguckt. Ja, absolutes Wichtprogramm. Wie hießen sie? Die Doofen hießen sie, glaube ich. Die Doofen, ja. Ja, also... Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. Genau, richtig. Denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Genau. Also unfassbar. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Großartig. So. Ach, hier habe ich noch was. Guck mal, hier habe ich noch was liegen. Das hatte ich mir letztens geholt, äh, im... Oh Gott, das war im Rewe oder im Penny, glaube ich. Ja, ich zeige es einfach mal so in die Kamera hier. Äh, Kinder Joys mit Harry Potter. Äh, weil ich gesehen oder weil ich gelesen habe, da sind Funko Pops drin. Ja, hier ganz klein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Äh, so. Funko Pop Figuren von Harry Potter. Und ich dachte mir, boah, cool. Die müssen ja sehr, sehr klein sein. Funko Pops sind cool, ja. Und dachte mir dann, okay, holst du dir mal so ein Päckchen. Habe auch echt Glück gehabt. Ich habe mir zwei, nicht, ich habe mir zwei Päckchen geholt. Ja, habt ihr echt Glück gehabt. Und hier habe ich so einen kleinen Harry Potter. Ui, gleich den Star der Serie. Aber das sind halt keine, das sind halt Funko Pops, ja. Oh Gott, jetzt kriege ich es nicht auseinander, wahrscheinlich, ohne ihn kaputt zu machen. Doch. Aber die Funko Pops kennst du ja wahrscheinlich, ja. So kleine Figuren mit großen Köpfen. Mal sehen mal besser, mal schlechter aus. Und ich dachte halt, das sind halt so Funkos in Mini-Format. Aber das sind halt kleine Plastikfiguren, die du ineinander stecken kannst. Ach so. Also einmal vorder, einmal Rückseite. Ja, das fand ich halt, da war ich dann sowas von enttäuscht, wie ich das gesehen habe, dass das keine richtigen Funkos in Miniatur sind, sondern halt einfach zwei Plastikteile. Ja, und habe dann, aber trotzdem, habe Harry bekommen, habe hier Ron bekommen. Ui. Also die zwei. Hermine auch noch? Hermine nicht, sondern ich habe hier Luna Lovegood, glaube ich, heißt sie bekommen. Da bin ich raus. Und, ja, und habe die hier bekommen und dachte mir, das ist doch ein Fehler, oder? Habe sie hier bekommen und dachte mir, das ist doch Wednesday Adams. Was macht ihr denn da drin? Und, nee, und es sind auch Beipackzettel dabei, wo aber keine Namen draufstehen. Ach so, okay. Und dann ist das irgendwie die Freundin von, war das von Harry oder sowas? So eine Asiatin, die Cho oder so heißt sie, glaube ich. Die spielt in einer oder zwei Filmen mit, meine ich. Sag ich mir, warum bringt ihr denn so eine Figur da raus? Ja, also für mich ist das Wednesday Adams. Das bricht ja den Funkos gerade so ein bisschen das Genick. Hast du das, hatte ich dir das erzählt oder hatten wir darüber schon gesprochen? Nee, hatten wir nicht, ne? Dass Funko doch hunderte, tausende von Figuren auf den Müll geschmissen hat, weil sie die Lagerkosten nicht mehr bezahlen konnten. Das kenne ich nur von E.T., von Atari. Nee, das war tatsächlich jetzt auch ganz aktuell. Vor ein paar Monaten war das gerade, das sah wirklich gruselig und irgendwie traurig aus, diese ganzen Figuren im Dreck auf dieser Müllkippe, weil, ja, die haben sich einfach finanziell übernommen. Die haben erst Mondo aufgekauft, was mega teuer war, und dann merken die langsam, dass nicht jede Nebenfigur gekauft wird. Und die haben ihre Lager voll mit irgendwelchen B- und C-Charakteren, die man auch noch nicht mal wahrscheinlich erkennt, wer das überhaupt sein soll. Und jetzt haben sie erst mal, was schon sehr, sehr traurig war für viele Fans, sie haben von Mondo die Postersparte eingestampft. Mondo hatte ja, die machen ja viel, und die hatten ja auch so richtig tolle alternative Poster. Habe ich auch ein ganz, ganz tolles zu Black Panther. Und die waren wirklich beliebt, ne? Diese limitierte Sammelposter eingestampft war jetzt irgendwie nicht rentabel genug. Ja, und jetzt geht es der ganzen Firma irgendwie schlecht, und die kämpfen gerade ganz schnell, weil ich glaube, dieser Funko-Pops-Hype ist auch vorbei. Irgendwann kannst du die Quadratkörper auch, glaube ich, nicht mehr sehen. Nee, also es gibt ganz, ich habe ja in meinem letzten Video, ich habe ja da mir einen Flash geholt, ja, von dem DC-Film, weil das so ein Amazon-Exclusive war, mit so Glow in the Dark. Aber ansonsten habe ich, ich habe nur zwei Funkos, das ist einer davon, und das andere ist ein Signierter, den ich mir auf der Roleplay-Convention in Köln von dem Schauspieler von Admiral Ackbar von Star Wars signieren lassen habe. Das sind die einzigen zwei, die ich habe. Hier, der Renni schreibt hier, dass seine Frau alle Kinder-Joy gekauft hat und jetzt alle Harry Potter zusammen Figuren hat. Okay, hätte sie sie nicht gehabt, ich hätte meine auch abgegeben, ja, weil ich finde sie nicht so doll, aber sie hat ja dann alle. Christian Reuter sagt Gute Nacht, und irgendwer hat hier noch geschrieben, Schildkröte war der Beste, ja, halt die Schnauze, ich habe Feierabend. Das war immer sein letzter Satz bei Ditsche. Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, wer hat das gesagt, okay. Eine Schildkröte war so ein Typ, der immer so gebeugt, da sah es so ein bisschen aus wie eine Schildkröte, und der hat nie was gesagt, bis ganz am Ende, dann hat er dann immer seinen, wenn Ditsche ihn vollgequatscht hat, kam mal seinen Standard, saß, halt die Klappe, ich habe Feierabend. Das erinnert mich so ein bisschen an Danger Mouse, an den Lübcke. Ja, Schnauze und Lübcke. Genau. Oh Mann, sowas gäbe es heute auch nicht mehr. So ein Zeichen hier gäbe es nicht mehr. Guck mal, Carlito Brigante ist zum späten Abend noch dazu gekommen. Carlito, servus, guten Abend. Siehst du mal hier, ich bin fast bettfertig, und dann geht es hier nochmal rund. Sehr schön. Ja, World of Nerd schreibt auch, wurde Atari IT nicht irgendwo verbuddelt? Genau, richtig. Ja, in Los Alamos, glaube ich, war das, oder Los Amos, oder wie auch immer. Nee, Los Alamos, glaube ich. In Mexiko irgendwie, wurde es ja verbuddelt. Es war ja die ganze Zeit immer so ein Gerücht oder so eine Sage. Aber es gab ja auch mal so eine Dokumentation, wo sie dann, wenn die Dokumentation kein Fake war, wirklich halt Spiele ausgebuddelt haben. Ja, also es ist echt krass, was da passiert ist. Ja, also Wahnsinn. Carlo schreibt, wer Funko-Pops sammelt, aber das muss ich einblenden. Das ist echt krass, ja. Weil ich muss sagen, es gibt wirklich welche, wo ich sage, die sehen echt cool aus. Die sehen auch echt der Figur, die sie widerspiegeln sollen, wirklich ähnlich. Dann gibt es aber welche, wo ich sage, da gibt es, der hat überhaupt keinen, der sieht dem überhaupt nicht ähnlich. Ja, und es gibt halt zu jeder, wie du schon sagst, zu jeder Figur, die irgendwo mal irgendwie, keine Ahnung, nicht mal bekannt war, sondern auch unbekannt war, zu jeder unbekannten Figur gibt es auch eine Figur. Ja, also ich... Ich meine, was muss Funko auch für Millionen und Abermillionen mittlerweile für Lizenzgebühren bezahlt haben? Die haben ja von allem was rausgebracht. Das ist ja Wahnsinn. Und gerade so menschliche Figuren, ja, dann erkennt man die manchmal auch gar nicht. Also zum Beispiel hier Supernatural oder so. Was soll ich mir zwei Figuren hinstellen, die angeblich die Hauptdarsteller von Supernatural sein sollen? Die haben alle quadratische Köpfe, alle große schwarze Augen und Minikörper. Das kann man noch gar nicht wirklich ausmachen, dass die das sind. Ich meine, so bei so Figuren, wie jetzt irgendwas von den Masters oder so, oder von Star Wars oder so, da erkennt man ja wenigstens, wer das sein soll, oder Spider-Man oder so, der erkennt ich auch im Quadratkopf noch. Aber diese ganzen menschlichen Figuren, also da ist ja so viel Kram rausgekommen, weil ich das immer bei GameStop gesehen habe, da schüttel ich mir mit dem Kopf und denke, wer kauft sich diesen Quatsch? Ja, richtig, genau. Es gab ja genug, oder es gibt ja wahrscheinlich immer noch genug, die das kaufen. Ja, ich meine, selbst auf Instagram, wenn ich da ein bisschen rumscrolle, ja, da gibt es ja so viele Kanäle, die die Funko-Pops halt, die tausende von Funko-Pops halt haben. Voll, ja. Und die Figuren dann auch teilweise... Die Ästhetik der Funko-Pops hat sich mir nie erschlossen, ja, das sehe ich auch so. Ja, mir auch nicht. Aber wie gesagt, trotzdem ein paar gibt es, wo ich sage, der sieht eigentlich ganz witzig aus, ja, nennen wir es mal witzig. Aber, ja, so richtig meins sind sie auch nicht. Die Masters of the Universe, ich hatte mal diese 10-Zoll-Figuren, diese großen, hatte ich den Beastman, den Trapjaw und den Skeletor davon, die fand ich cool. Ja, Himmel und Skeletor, die beiden habe ich auch in der Größe. Ja, das habe ich im Zuge meines Umzugs aber auch wieder abgegeben, ja, weil die nehmen ja auch Platz weg ohne Ende, ja, und was machst du mit denen, ja, also, aber gut, das machst du generell mit den ganzen Figuren, die du sammelst, aber, ja, Fass ohne Boden, Fass ohne Boden. Mein Name ist Drops, wer mich ärgert, der geht hops, ganz genau. Der war doch bei Bugs Bunny, oder? War das bei Bugs Bunny? Der hatte seine Kurzgeschichten da gehabt, oder? Das sagt man jetzt. Der steht irgendwo, es war wohl ein Hund, der es gesagt hat. Das ist ein kleiner weißer Hund, ja, der aufrecht geht, der ganz cool und lässig immer, immer, immer überall rumläuft. Ja, der hat, glaube ich, so einen orangenen Fifi, also einen orangenen, glaube ich, paar Haare hier oben. Ja, ich glaube, ich weiß. Ja, das ist halt echt Wahnsinn. Witzig, ja, die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit, wo die Cartoons noch gezeichnet wurden und am Reißbrett gefilmt wurden, etc. Das stimmt wohl. So, was haben wir denn noch hier? Wir sind schon bei zweieinhalb Stunden. Wahnsinn. Wie viel sind wir denn noch? Echt cool. Wir sind immer noch 30. Oh, krass. Oder ist dein Timer eingefroren? Es kann auch sein, dass mein Timer überhitzt ist oder so. Kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Xmas Winnie Pooh Mini von Funko in Klötzer ist nice. Dann kommt eine Weile nichts mehr. Sagt mir gar nichts. Irgendwelche Weihnachts-Sonderfiguren, Minifiguren, sagt mir gar nichts. Weiß ich auch nicht, aber da bin ich auch wirklich, also bei Funko, da bin ich auch aus. Ich finde halt die Master Funkos, die einen Mund hatten, die fand ich immer noch ganz gut. Und wenn sobald die Figur dann auch keinen Mund mehr hat, bin ich auch irgendwie raus. Okay. Ich kann jetzt gerade nicht, ich habe kein Beispiel hier im Kopf irgendwie. Also guck mal, He-Man hat ja keinen Mund. Skeletor hat einen Mund. Ich finde Skeletor sieht deutlich interessanter und besser aus, als der He-Man, wo einfach unter der Nase abgeschnitten ist. Ja, kann du doch sein, ja. Das kann du doch sein. Ach, in Glitzer. Nicht in Klötzer, in Glitzer. Die Figur in Glitzer. Also ja, da gibt es ja auch zig Sonderfiguren immer. Also auch, die gibt es dann halt in, irgendwie die Convention Exclusive dort. Ja, genau, richtig. Und die, die, die Glow in the Dark da und die Glitzer-Figur dort und was weiß ich was alles. Das ist halt echt auch, wenn du da sammelt, es kam wohl auch mal so eine limitierte Rapper-Edition raus, so 90er-Jahre-Rapper wie Tupac und Notorious B.I.G. und da soll auch irgendeiner mega teuer sein, irgendwie schon so drei- bis vierstellig für Zeit. Ach, apropos mega teuer, wollte ich noch ganz kurz einwerfen, Thema schon ein bisschen rum, aber mit den Movie Props. Ich habe tatsächlich neulich gerade jemanden gesehen, der hatte auf Facebook gepostet, dass er sich zwei Waffen gekauft hat aus dem Masters Film. Einmal so ein Gewehr, also beides von diesen schwarzen Soldaten, die so ein bisschen wie die Stormtrooper aussahen, nur in schwarz. Einmal so ein Lasergewehr und eine Laserpistole. Okay. Und das waren aber wohl auch dann Waffen, die er dann die zweite Garde getragen hat, die ein bisschen weiter hinten standen, weil die hatten also wirklich relativ wenig Details, aber ich glaube auch, für die kleine Pistole ist das schon irgendwie 7000 Dollar gekostet. Ach du je. Das ist echt ein teures Hobby, wenn man sich sowas anschaffen will. Und ich finde, oft ist das dann so ein bisschen enttäuschend, wie das dann von nahem wirklich aussieht. Auch so irgendwelche Pistolen oder Waffen oder so. Dass es meistens wirklich nur schwarz angemalte Holzwaffen sind oder sowas. Wahnsinn. Krass. Ja, der Christian fragt hier, wo die Hintergrundmusik aus meinen Videos herkommt. Christian, das ist eigentlich ganz, ganz einfach, weil ich mache das alles mit Apple und mit dem iMovie-Studio schneide ich die Videos und da ist diese Musik als Freeware mit drauf. Als Soundtrackmusik. Ja, die hat mir am besten gefallen. Die ist so ein bisschen harmonisch im Hintergrund, leicht berieselnd. Das ist alles. Das ist das Einfachste. Weißt du, wie die heißt? Aus dem Kopf? Aus dem Kopf nicht, aber ist ja nicht so, dass ich ein Handy hier liegen habe. Ich suche mir auch immer irgendeine von den Stücken raus und meistens packe ich die in den Hintergrund. Man muss halt immer aufpassen, dass es so irgendwie ganz nett klingt, aber nicht nervt. Richtig, genau. Und dann die richtige Lautstärke noch finden. Ja, genau, richtig. Es dauert halt einen Moment, aber das geht ja. Also die Musik nennt sich Big Sky. Ach, ich glaube, die habe ich auch schon mal benutzt. Und ist übrigens von Hans Zimmer. Ja, guck mal. Übrigens. Krass. Und da dachte ich mir, Hans Zimmer kann nicht schlecht sein. Die nimmst du einfach. Das stimmt. Carlito Brigante schreibt gerade, welches sind deine Top 3 Franchises? Das ist eigentlich einfach zu beantworten. Mask, Masters of the Universe. Ja gut, und bei 3, da muss ich dann so ein bisschen gucken, bei 3 Schwank so ein bisschen. So einfach ist es doch nicht. Ja. Aber ganz klar, Mask und Masters sind schon, und ich würde sagen, auf 3 ganz allgemein Marvel wahrscheinlich. Spider-Man hauptsächlich. Spider-Man hauptsächlich, okay. Ich habe noch Turtles und Ghostbusters, die mir gefallen, aber diese rangieren doch ein bisschen weiter hinten. Krass, okay. Bei mir wäre es wirklich, bei mir wäre es auch Masters. Ja, und das lasse ich einfach mal so allgemein stehen, weil das pendelt so, also hauptsächlich Vintage zwar, aber ab und zu auch mal ein Origin etc. Dann käme bei mir, glaube ich, beim Franchise. Star Wars wahrscheinlich, oder? Wirklich Star Wars und Brave Star. Ja, Brave Star kann ich gar nicht so richtig als Toiler in Ernst nehmen, irgendwie, weil es halt nur 6 Figuren gibt, so irgendwie. Also, das reicht für mich gar nicht. Aber es gibt ja doch schon ein bisschen, also als Franchise, also ich meine, es gibt ja auch ein bisschen um die Figuren herum, gibt es ja auch Sachen, ja. Wenn du das halt als Franchise bezeichnest, ja, es gibt Comics, es gibt Kassetten, es gibt Panini-Sticker, es gibt Bücher aus England etc., die es bei uns nicht gab und so. Also da kannst du schon ein bisschen sammeln, bis du das vollständig hast. Du hast die, die Waffen gibt es halt, ja. Da brauchst du mich nicht dran zu erinnern, dass es die Waffen gibt. Das weiß ich nicht. Sehr schön, oder? Ich habe aber nur eine, zwei, zwei, ich soll die, Entschuldigung, ich habe zwei. Es gibt aber mehrere. Ich glaube, es gibt sogar noch ein Gewehr, glaube ich, was ich nicht habe. Aber du weißt, wie ich dir den Blaster geneidet habe. Jawohl. Ich stehe doch immer hier und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, habe ich dein Gesicht vor Augen, wenn ich hier reingehe. Dein trauriges, dein trauriges Gesicht. Ja, also das ist auch wirklich so. Aber als Tolline, ja, ich mag das schon sehr gerne, den Bravestar-Franchise. Ich meine, es ist eines der besten Intros, was es gibt, glaube ich, so im Cartoon-Bereich. Das ist einfach super. Und ich mag auch, ich muss sagen, der Cartoon ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch besser als der Masters-Cartoon. Nur, es ist ja, also wenn es, ich denke halt so als erstes an das Spielzeug. Und da holt mich Bravestar jetzt nichts ab. Ich finde das toll, aber mir sind die Figuren etwas zu groß und dafür auch etwas zu detailarm, dafür, dass sie so groß sind. Also ich finde es eigentlich schade, wenn man überlegt, wie He-Man aussieht und wenn man sich dem Bravestar daneben stellt, der ist fast doppelt so groß, aber hat halb so viel Gesichtsausdruck, würde ich mal sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber als Kind habe ich es auch geliebt. Ich meine, die Kirium-Steine alleine, wie die gefunkelt haben, im Sonnenlicht. Ich fand das übrigens sehr traurig, dass die dann später so ganz billiges, rotes Plastik verwandt haben. Weißt du, das waren ja irgendwann nicht mehr diese schönen Glitzersteine. Genau, die waren dann so matt, waren die dann, ja. Einfach nur noch so matt roh und sehr enttäuschend. Aber an sich ist das natürlich schon Boxart auch mega. Ist auch eine tolle Lade. Genial, ja. So, jetzt geht's, jetzt wird's aber, jetzt wird's aber richtig. 2.2 Busters und Bravestar auf einer Stufe. Jetzt wird's aber richtig, jetzt geht's ins Detail. Wombles oder Barberpapa? Da hab ich raus. Also Barberpapa habe ich... Warte, dieser lila ne Sack? Der lila ne Sack? Das sind mehrere Säcke, so wie du's bezeichnest. Das ist so eine Familie ist das. Aber ja, das sind sowieso Kegel. Die sind sowieso Kegel, sag ich mal. Ja, stimmt. Genau. Da hab ich die... Ich hatte eine Figur davon, ja. Ja, ich hatte früher auch, wir hatten früher so Quietschfiguren davon, die du zusammendrücken konntest, wo da unten so ein Luftloch drin war. Hab ich aber keine mehr. Ich hab die Serie aus den 70ern auf DVD. Die hab ich. Und bei den Wombles hab ich, glaub ich, ne Schallplatte von Polydor. Also Hörspiele, aber auch keine Figur. Aber auch wieder typisch 70er Jahre. Also wenn ich da irgendwo was sehen würde, sei es auf dem Flohmarkt oder so, würde ich's mir wahrscheinlich holen, einfach weil ich halt ne Erinnerung dran hab, ja. Sehr schön. Ich muss hier nochmal kurz zustimmen. Kalito Brigante, Todd McFarlane, World of Nerd, sag ich's auch, war schon, hat Spider-Man nochmal in ganz neue Sphären geleitet, kann man sagen. Da bin ich jetzt wieder raus, also durch die Neuinterpretation seiner Figuren oder wie? Ja. Okay. Der war halt Zeichner und Texter, glaub ich, beides. Und hat Spider-Man halt auf eine Art und Weise gezeichnet, wie niemand vorher gezeichnet hat. also sehr, sehr dynamisch, unheimlich krasse Posen, wo man denkt, da muss sich irgendwas dabei brechen. Und der war auch der Erste, der das Netz so interessant gestaltet hat. Das Netz vorher war ja mehr oder weniger ein Seil und Todd McFarlane war der Erste, der diese Netzstruktur erfunden hat, mit diesen nochmal so rumgewickelt und einfach so viel, ja, viel mehr Textur drin und auch, dass das Netz überall irgendwie um ihn rum war und so. Und diese riesigen Augen hat er das erste Mal ins Spiel gebracht. Vorher hatte Spider-Man meist ja eher so, ja, wie eine größere Sonnenbrille, sag ich mal. Und bei Todd McFarlane waren die Augen dann so riesig, dass die fast über die ganze Maske gingen. Und das war nochmal so ein ganz, ganz neuer Look. Und ja, das war Anfang der 90er wirklich bahnbrechend, was Todd McFarlane dann mit Spider-Man veranstaltet hat. Er war ja so gehypt, dass er dann seinen eigenen Laden aufgemacht hat. Todd McFarlane macht ja heute noch Spielzeug, Spielzeugs One, McFarlane Toys. Und das hat aber alles angefangen eigentlich mit Spider-Man, seine Popularität. Und dann hat er ja Spawn erfunden. Genau. Gab's, gab's, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, weil da kenne ich mich nicht so wirklich aus, aber es gab ja mal diese, war das Anfang der 2000er oder so, gab's mal diese Movie Maniacs. Ja, die waren auch von MeFarlane Toys. Ach Gott, ich bin doch, okay, ich bin doch nicht so outdated wie ich dachte. Okay. den Freddy, Jason und einen sehr, sehr schönen Robocop habe ich da noch. Okay, sehr schön. Für mich bist du jetzt der beste Robocop. Anfang der 2000er war das. Echt? Besser als der NECA Ultimate Robocop? Ja. Oder hast du den noch nicht? Echt? Krass. Was mich bei allen späteren Robocops gestört hat, war immer die Mundpartie. Ich finde, die kriegen einfach die Mundpartie nicht so gut hin. Das sieht immer so ein bisschen, das ist hier irgendwie so dick und dann hat er so komische Lippen. Also die Mundpartie hat mir bei keiner späteren Figur gefallen, aber der Todd McFarlane Robocop sieht wirklich, ist für mich der schönste. Wenn du ihn sehen möchtest, in meinem, einen meiner letzten Videos, wo allerlei auf dem Cover mit Roboto und so und da kommt auch der Robocop drin vor. Okay. Guck ich mir an. Vielleicht nicht gerade morgen, weil ich morgen in Bensheim bin, aber mal schauen. Also interessiert mich. Guck ich auf jeden Fall mal rein. Ist auch cool. Okay. Sehr schön. So. Ja. Wir sind immer noch bei 30 Leuten, aber ich würde sagen, ich würde sagen, wir machen, machen wir die drei Stunden voll, dann haben wir noch 13 Minuten, dann haben wir noch 13 Minuten und dann wünschen wir allen eine gute Nacht. Wolltest du auch noch mal was zeigen? Was wollte ich ja noch zeigen? Ja, was du neu hast. Irgendwann wolltest du auch noch einen Neuzugang zeigen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich habe hier was ganz, ich habe was, ja, natürlich habe ich natürlich Neuzugänge. Ich habe auch einen richtig tollen Neuzugang, aber diesen tollen Neuzugang, den möchte ich, glaube ich, so richtig präsentieren. Präsentieren und nicht einfach nur so ins Bild halten, weil den finde ich richtig klasse und der kommt dann auch demnächst in einem weiteren Video. Ich wollte gerade sagen, ich habe, was ich noch, wenn wir gerade noch mal bei Filmen oder was auch immer sind und so weiter, ich habe hier noch einen kleinen Neuzugang. Ich habe hier, war mal wieder beim Aldi einkaufen und habe hier noch einen Hot Wheels gefunden. So ein kleines zusammengestauchtes Bettmobil, aber anscheinend ist das auch wieder eine Variante, weil der hat jetzt orangene Scheiben und orangene Streifen und orangene Reifen etc. und sowas. Und ich glaube, das war vorher, war das halt auch, oder gibt es den halt auch mit durchsichtigem Scheiben und so weiter. Finde ich immer ganz cool, wenn ich die irgendwo sehe, nehme ich sie mit. Das hat jetzt irgendwie 1,50 Euro oder so gekostet, weil beim Aldi vorne an der Kasse in so einer Schütte drin, ja, wenn ich da so Movie-Autos sehe, wenn es nicht gerade Fast and the Furious ist, weil die interessieren mich überhaupt nicht, weil das sind ja gestinknormale Autos, aber so Movie Cars wie jetzt Back to the Future oder es gibt ja zigtausend verschiedene Batmans, ja, Animation, Film, keine Ahnung was halt, ja, das habe ich mir geholt und was vielleicht auch noch interessant ist, was ich noch bekommen habe, ist eine Hörspielkassette, die sind auch nicht mehr ganz so günstig zu finden und zwar ist das hier Tim und Struppi, Folge 1, die Krabbe mit den goldenen Scheren, ja, auch ziemlich cool, die ist auch von 1984, also richtig noch die Original-Die-Rote-Kassette, da gab es ja zwei Auflagen, das eine ist Maritim und das andere, ich weiß gar nicht von welcher, von welchem Verlag das war, ob das auch Maritim war oder so nicht, aber es gab zwei verschiedene Auflagen, sehr schöner Zustand, ja, Original-Rote-Hülle, hat mich sehr, sehr gefreut, habe ich für 50 Cent bekommen, ja, und da sage ich da nicht nein, ja, und das war es anversich, hier von den, nee, genau, der Hot Wheel ist kein Treasure Hunt, ich glaube, Treasure Hunt erkennst du, wenn hinten auf, also wenn auf der, Moment, ich hole ihn gerade noch mal, so, wenn hier, unter dem Auto, genau, unter dem Blister, unter dem Auto, so ein Stempel drauf ist, glaube ich, dann ist das so ein Treasure Hunt und dann sind die, sind die irgendwas Besonderes, ja, warum auch immer, ja, ich weiß gar nicht, weiß das einer, wieso das Treasure Hunt ist, sind die dann limitiert, gibt es davon weniger oder, ich habe keine Ahnung, wenn ich das verstanden habe, haben die dann so eine spezielle, aufwendige Relakierung und die sind dann halt auch limitiert, ja, oh je, okay, ja, ähm, naja, äh, nee, war keine, so, hast, Robocop, ja, den finde ich auch cool, dann gibt es ja auch, gibt ja den Robocop und dann gibt es den Robocop ja, äh, mit dem, mit dem, äh, Sitz, glaube ich, wo er dann drauf sitzt, wo er da programmiert wird und so weiter, da gibt es ja zwei Varianten, glaube ich, ja, genau, finde ich sehr cool, übrigens, der, der Marlo, der gerade schreibt, die Flamme, der hat ja auch einen YouTube-Kanal und, ähm, bei dem zusammen habe ich die neuen Robocop-Figuren ausgepackt, den normalen und auch den mit dem Stuhl und auch diesen, diesen Kampf, äh, Roboter, kannst du dir also auch mal anschauen, wenn du die nochmal sehen willst und da zeige ich euch auch den alten Robocop. Auf jeden Fall, okay, dieser brauche ich dir dein Video gar nicht anzugucken. Den brauchst du meins gar nicht gucken. Ja, genau, richtig. Da siehst du die Sachen auch besser. Ja, perfekt, werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Guck mal, hast du noch einen? Ja, ca. 20, ja, keine Ahnung, 20.000. 20.000 bis 25.000? Das klingt immer noch total viel, ne? Aber es ist wahrscheinlich... 10.000 bis 15.000, das hört sich für mich wahnsinnig viel an, ja. Ja, aber wahrscheinlich gehen die normalen in die Millionen. Wollte ich gerade sagen, was die normalen Auflagen dann sind, ja, Wahnsinn. Ja, World of Nerd fragt gerade noch, hast du noch einen Kassettenrekorder? Ja, habe ich, nicht nur einen, sondern sogar mehrere. Für den Fall der Fälle, dass mal einer ausfällt, ja. Ich habe noch ein richtiges Tape-Deck und auch so einen Kassetten... Genau, Tape-Deck habe ich auch. Plattenspiele habe ich, ich habe sehr viele, sehr viele Schallplatten, Musik wie auch, wie auch Hörspiele, ja, ähm, hauptsächlich, äh, Hörspiele hat sich ein bisschen reduziert, weil ich hatte sehr viele Märchen, etc. aus den 70ern, da habe ich einiges von abgegeben und habe mich halt auf die Klassiker beschränkt, also ich habe die ganzen Karl-Mai-Hörspiele auf, auf Schallplatte noch, ich habe die drei Fragezeichen, TKKG, Gruselserie, etc. und so, ja, habe mich da ein bisschen, ein bisschen verkleinert und bei der Musik, äh, habe ich sehr viel 70er, 80er Jahre Musik, ja, von Rock, Pop, über alles Mögliche und das ist zu 99,9 Prozent alles Flohmarktfunde, äh, wo ich halt wirklich die Platten zu einem richtig geilen, genau, richtig geilen, geilen Preis gefunden habe, die kosten ja, ja, kriegst du ja für 50 Cent die Platten hinterher geschmissen oder sowas, selbst im guten Zustand, ja, da habe ich auch schon echt Schnäppchen gemacht, ACDC, das schwarze Album und keine Ahnung was, ne Quatsch, ACDC Back in Black war es, genau, äh, für 50 Cent im neuwertigen Zustand von unseren Paaren 70 oder was es war, Anfang 80, ja, das kostet, wenn du es irgendwo kaufst, äh, keine Ahnung was, ja, 30 bis 50 Euro, was weiß ich was, ja, im guten Zustand, das Original, ähm, da, Schnäppchen kannst du immer noch machen auf dem Flohmarkt, das ist zwar seltener geworden, finde ich, aber, ja, auf jeden Fall, ja. Was ja sehr teuer geworden ist, sind diese drei Fragezeichen, ähm, Schallplatten, ne, die Kassetten, die kriegt man ja immer noch sehr günstig, Kassetten kriegst du hinterhergeschmissen, Schallplatten, Aber die Schallplatten sind recht teuer geworden. Ja, die Originalauflagen normalerweise, normalerweise, normalerweise zwischen 20 und 40 Euro für eine Schallplatte, äh, es sei denn, es sind wirklich die drei letzten, meine ich, ja, ähm, Rift der Haie, Doppelgänger, äh, Originalmusik, Originalmusik ist furchtbar teuer, ja, da geht es schon in die 500, 600, 700 Euro, äh, Richtung, ja, für die letzten, das ist echt krass. Ja, die Musik gibt es ja auch nicht mehr, ne? Leider, die Musik gibt es auch nicht mehr, ja, die habe ich auf Kassette, ja, die Originalmusik, die Originalkassette, aber nicht auf Schallplatte, die habe ich leider nicht, genauso bei der Gruselserie, da gab es ja die Horror-Pop-Sounds, glaube ich, hieß es ja, und da kostet ja auch die Kassette 40, 50 Euro, keine Ahnung, so im Dreh, aber die Grusel-Kassettenserie sind sowieso auch recht teuer, ne? Also die sind nicht so, ich sag mal, die sind nicht so billig wie jetzt viele andere. Ja, weiß ich, also die habe ich mir, glaube ich, zwischen 5 und 10 Euro habe ich mir die besorgt, ja, so, aber auch die Musik, die Horror-Pop-Sounds, da gab es ja auch eine Kassette, wo nur die Musik der Hörspiele drauf war, die ist ein bisschen teurer. Ich glaube, die geht schon langsam dreistellig. Das weiß ich gar nicht genau. Die Platte auf jeden Fall, die ist locker, mehr als dreistellig, oder sehr, sehr, sehr sicher dreistellig. Ja, da versuche ich immer die normalen, die Schallplatten mir zu holen, ja, weil Schallplatten hat halt nochmal so, ich bin zwar ein Kassettenkind, ich bin zwar Ende der, Ende oder in den 80ern wirklich halt aufgewachsen mit Kassetten, da haben wir schon kaum noch Schallplatten gehabt, aber Schallplatten hat für mich sowas Nostalgisches, ja, so, sowas Beruhigendes irgendwie, und ich mag diese Riesen-Cover, mag ich halt, ja, das sieht halt ganz anders aus. Deine Eltern haben doch bestimmt, haben die auch nicht viele Platten gehabt? Doch, meine Eltern haben. Also mein Vater hatte eine riesige Platten, sagen wir mal. Ja, meine Eltern haben Platten gehabt, das war halt mehr so, ja, deutsche Musik, Heimatmusik und sowas, oder so Schlager nenne ich es mal, 50er, 60er Jahre, ähm, wir haben auch ein paar Schallplatten gehabt, also, also wir haben auch TKG-Schallplatten gehabt, die übrigens auch, die teilweise sogar teurer sind, oder fast alle teurer sind, wie die normalen 3-Frage-Zeichen-Schallplatten, weil TKG einfach seltener ist und weniger produziert wurde, also nicht so in der Masse verkauft wurde, wie die 3-Frage-Zeichen, ja, also, äh, die sind seltener, und wenn du eine Schall-3-Frage-Zeichen-Schallplatte siehst, äh, auf dem Flohmarkt, nimm sie mit. Also, selbst wenn sie verkratzt ist, ist die noch was wert. Das ist echt, echt Wahnsinn. Ja, so, ähm, wir haben noch, wenn wir das mit 3 Stunden einhalten, was ich denke, was eigentlich eine gute, gute Zeit ist, Leute, wie gesagt, ich muss, ich muss morgen früh raus, ich muss nach Benzheim fahren, zur Luxor-Figuren- und Comic-Event, ähm, dann haben wir noch 3 Minuten, bevor das jetzt hier zu Ende geht, ich möchte, äh, ich möchte dir nochmal, äh, meinen Dank aussprechen, dass du das hier mitgemacht hast, ja, meinen ersten Livestream, hat mich gerade ein bisschen sicher, sicher, sicher gefühlt, ja, wenn du dabei bist, äh, nicht so alleine gefühlt hier, aber auch die Community, die hier dabei war, super mitgemacht, finde ich richtig klasse, vielen Dank für den Support hier, ja, also wirklich Wahnsinn, ähm, immer noch 34 Leute hier, ich glaube, wir könnten noch bis, bis, bis in die Nacht weitermachen, ja, ähm, aber ich glaube, ich meine, wenn ihr Lust drauf habt, ja, äh, und Stefan, wenn du Lust drauf hast, dann würde ich das gerne wiederholen, das hat mir riesen Spaß gemacht, ja, und, ähm, könntest du nochmal hier in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch kein Like gegeben habt, ja, wenn ihr noch keinen Daumen hoch gegeben habt, dann gerne auch einen Daumen nach oben nochmal, ja, dann sehen wir ja, dass es, dass es, äh, ja, dass es euch Spaß macht, genauso wie uns, ja, und dass wir dann halt, oh, der Filmanger kommt zum Schluss, zur Verabschiedung kommt noch der Filmanger rein, zur Verabschiedung kommt da rein, ja, wir haben noch drei Minuten, sag noch schnell was, Grüße an dich, auf jeden Fall, Petri Heil, wie du immer so schön sagst, ja, wir waren gerade dabei, äh, äh, das Ganze ja ein bisschen ausklingen zu lassen, ähm, ja, vielen Dank, vielen Dank, World of Nerd, Benjamin, vielen lieben Dank, ja, hört, hört mal gerne, ähm, ja, Stefan, magst du noch, magst du noch, äh, ein paar, warme Worte loswerden, ich kann eigentlich auch nur sagen, dass es wirklich, äh, sehr viel Spaß gebracht hat, also Frank, vielen Dank für diese Aktion, ist sehr, sehr cool, und ich glaube, wir haben noch, äh, so viele Themen, die wir angehen könnten, also da ist noch der ein oder andere, Livestream auf jeden Fall, ähm, gesichert, thementechnisch, also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, cool, sehr cool, ja, wir haben sehr viele Themen gar nicht angerissen, ich glaube, wir können das nächste Mal, wir haben uns ja sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht, was möchten wir alles besprechen, etc., davon ist, davon haben wir zehn Prozent irgendwie hier gerade im, im, im Stream, jetzt in drei Stunden sind wir losgeworden, ich glaube, nächstes Mal können wir einfach unvorbereitet reingehen, ja, weil ihr seid so geil, ja, die Fragen, die ihr stellt und so weiter, ja, also da ergibt sich eins zum anderen, ähm, und, äh, da werden wir, glaube ich, halt auch das nächste Mal locker die drei Stunden füllen können wahrscheinlich, und vielleicht sogar länger, also echt, echt krass. Ich würde auch gerne, auch gerne noch über Hörspiele sprechen, finde ich auch ein tolles Thema, ich habe Hörspiele geliebt, äh, als Kind, Komma, Lupi schreibt auch gerade, ich hatte viele Hörspiele auf Platte, auch auf Platte, sehr cool, das können wir uns ja vielleicht als eines der nächsten Themen vornehmen, dass wir immer ein bisschen über die guten alten Hörspiele, weil man redet irgendwie immer von Masters of the Universe und drei Fragezeichen, die sind immer sehr präsent, aber es gab ja noch so viele andere tolle Hörspiele, das ist ja auch nochmal ein schönes Thema. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also Hörspiele, äh, was fällt mir noch so ein, wie gesagt, Filme können wir gerne noch vertiefen, ja, ich glaube, da gibt es auch so viele Genres, und, äh, ja, schreit nach einem 24-Stunden-Stream, oh Gott, ich glaube, da sind schon Leute bei gestorben, oder? Ich weiß auch nicht, oder verhungert oder so, nee, auf jeden Fall, also vielen lieben Dank nochmal, ja, für, für das rege Mitmachen auch, ja, für die vielen Fragen, ja, finde ich richtig, richtig klasse, und, wie gesagt, vielleicht sieht man ja den ein oder anderen auf einer Convention, wenn das so ist, ja, äh, ich denke, Stefan, ich spreche auch da für dich, sprecht uns einfach an, quatscht uns an, weil, ihr kennt uns, auf jeden Fall, wir kennen euch zwar vom, vom Namen hier auf YouTube, oder vielleicht Instagram und so weiter, aber, äh, wir kennen meistens nicht, oder wir erkennen euch meistens nicht, also sprecht uns einfach an, quatscht uns an, und, äh, ja, dann quatschen wir einfach ein bisschen, würde ich sagen, ja, und vielleicht sehe ich auch den ein oder anderen Morgen in Bensheim, äh, Stefan, ich glaube, du bist nicht da, viel Spaß, leider nicht, vielen Dank, aber ich wünsche dir ganz viel Spaß, Dankeschön, und, freue mich auf deinen Bericht dann, der kommt, der kommt, der kommt, äh, mal gucken, wann er kommt, aber, mal gucken, wie die Eindrücke sind, ob sie mich überwältigen, aber da kommt auf jeden Fall was, ja, gut, dann, ein Q&A wäre auch nicht verkehrt, ja, Jana, äh, also, wir haben noch sehr viele Ideen, glaube ich, wir haben noch sehr viele Themen, und, äh, uns geht so langsam, der, äh, der, der Sprit nicht aus, sag ich mal, da kommt noch ein bisschen was, ich freue mich, und, würde sagen, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, noch einen schönen Abend, ja, gehabt euch wohl, und dann sehen wir uns hoffentlich, oder sehen und hören und lesen uns, bei einem der nächsten Videos, Livestreams, etc., und schaut beim Stefan rein, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gebt ein Abo, und, ja, genau richtig, alles klar, gut, dann, gehabt euch wohl, schönen Abend, und bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, Tschüss, ciao, und bis zum nächsten Mal, so убийrecht. Vielen Dank.